Sternkreuzer Proxima von Dirk Vandenboom Es liest Matthias Lün Folge 1 Flucht ins Ungewisse So war es, wenn man verlor. Man war allein. Es ging einem schlecht. Man war sehr, sehr müde. Marcus Hamilton war allerdings nicht tatsächlich allein. Er hockte mit 17 weiteren Personen im Gang vor der Triebwerkssektion des schweren Zerstörers TRS Proxima. Jeder einzelne von ihnen war mit Notmanschetten an der Wand fixiert, um nicht bei jeder Bewegung durch die Schwerelosigkeit zu treiben. Schwerelosigkeit, die es in einem voll funktionsfähigen Schiff gar nicht geben dürfte. Leider war die gute alte Proxima weit davon entfernt, voll funktionsfähig zu sein. Zwei der 17 Personen waren tot. Techniker zweiter Klasse, Pettel, saß ihm gegenüber. Aus seinem Mundwinkel schwebte ein feiner Blutfaden, der sich wie ein dünner Wurm durch die Luft wandte. Pettels Augen waren geöffnet. Er sah Marcus blicklos an. In ihm war kein Leben mehr. Von außen war gar nichts zu sehen. Innere Verletzungen, zerdrückte Organe, nachdem die Schwerkraftkompensation ausgefallen war. Pettel war in Ordnung gewesen. Marcus hatte oft mit ihm zusammengearbeitet. Der andere tote Mann saß ein Stück entfernt. Sein Kopf war ganz unnatürlich zur Seite geknickt. Marcus wollte gar nicht hinsehen. Er kannte ihn nicht. Niemand schien ihn zu kennen. Jedenfalls sah keiner hin. So war es, wenn man verlor. Fünf Flüchtlinge von anderen Schiffen der unterlegenen Flotte saßen mit ihm im Gang. Hoffnungslose Gestalten, voller Angst, aus Rettungskapseln geborgen, ein notdürftig geschienter Arm, zwei von Druckverbänden um wickelte Schädel, einer hustete dauernd, ein wenig zu oft und zu heftig für Marcus Geschmack. Die Krankenstation des Zerstörers war überfüllt. Der Techniker wollte nicht einmal daran denken, wie es dort zuging. Die Proxima hatte eine Sollstärke von 146 Besatzungsmitgliedern. Jetzt waren sicher viermal so viele Leute an Bord. Die meisten in einem erbärmlichen Zustand. Innerlich wie äußerlich. Physisch wie psychisch. Nicht, dass Marcus sich allzu gut fühlte. Aber so war es eben, wenn man verlor. Vor allem dann, wenn sich eine Niederlage über Tage hinzog. Vor allem dann, wenn sie auf Verrat beruhte. Raumschlachten waren keine heroischen Blitzgewitter. Sie waren endlos lange Phasen, in denen Raumschiffe endlos weite Schleifen flogen, um irgendwann kurz übereinander herzufallen, ehe die Gesetze der Physik sie wieder voneinander forttrugen. Auf der Kommandobrücke ging es dabei, nach allem, was man hörte, dennoch hektisch und angespannt zu. Doch hier im Bauch des Schiffes hatte man genug Zeit, um die Toten zu betrauern, die Verletzten zu versorgen, zu reparieren, was man konnte und Angst vor dem nächsten Zusammentreffen zu entwickeln. Marcus hatte große Angst. Sie saß tief in seinem Bauch und fraß dort an seinen Eingeweiden. Sie vermischte sich mit Wut auf die Schiffe, die sich im entscheidenden Moment gegen die eigenen Kameraden gewandt und der Flotte der Republik damit den Todesstoß versetzt hatten. Er blickte in Petels tote Augen. Da war keine Angst mehr. Er war beinahe neidisch. Marcus sah auf. Etwas hatte seine Aufmerksamkeit erregt. Er erkannte es sofort und war alarmiert. Das Modul schwebte sachte durch die Luft. Es war kugelförmig, hatte einen Durchmesser von etwa 20 Zentimetern und die Kontaktfläche leuchtete. Es hatte sich irgendwann gelöst und jetzt glitt es durch den Gang. Es handelte sich um eine Notbatterie für Gefechtssituationen, die mit Energie angefüllt war. Das war nicht gut. Marcus verfolgte die Flugbahn mit den Augen. Da drüben waren die aufgerissenen Innereien der Leitungen, offengelegt durch eine Kaskadenexplosion, deren Auswirkungen Marcus hatte reparieren wollen, als die erneute Beschleunigungsphase befohlen worden war. Er hatte sich an der Wand fixiert, um nicht wie Petel zu enden. Das Modul hatte niemand unter Kontrolle gebracht. Es würde genau im offenen Kabelbaum landen. Das würde böse enden. Marcus' Blick fiel auf das flache, biegsame Schirmpad, das er sich um den Unterarm gewickelt hatte. Notverschluss, verkündete das Signal. Einen anderweitigen Befehl gab es nicht. Das bedeutete, dass da oben jeden Moment jemand das Triebwerk einschalten würde, damit die gute alte Lady einen weiteren Satz machte. Weg von dem Gemetzel, das sie so grandios verloren hatten. Sie wurden verfolgt. Anders war das nicht zu erklären. Aber das Modul. Niemand saß auch nur in der Nähe der Flugbahn. Und nur Marcus kannte sich aus. Er presste einen Finger auf die flexible Plastikmasse des Schirmpads. Ein Gesicht erschien, bedeckt von einer blutigen Schramme und aufgeschäumten Mettgel. Ludmilla Kamp war Spezialistin erster Klasse. Sie leitete das Technikerteam der inneren Wartung, seit die Offiziere ihrer Sektion durch einen der Treffer ausgelöscht worden waren und Chefingenieur Thompson damit beschäftigt war, die Hyperspule zu reparieren. Sie sah nicht gut aus. Hamilton, ich habe keine Zeit. Ich habe hier ein scharfes Energiemodul, das durch die Luft fliegt. Klasse 4. Und das Ziel ist ein offener Kabelbaum, der noch unter Spannung steht. Ich muss es einfangen. Sie haben Notverschluss verkündet. Du könntest zusammen mit dem Modul an die Wand geklatscht werden. Frag in der Zentrale nach. Frag doch selbst. Kamp hatte offensichtlich die Schnauze voll. Der Schirm wurde dunkel. Marcus nahm es ihr nicht übel. Das war zu viel für sie alle. Und irgendwann war es auch egal. Er nahm erneut das Modul in den Fokus. Marcus kalkulierte, fluchte und presste wieder einen Finger auf die Plastikfolie. Es flackerte und ein Wartezeichen erschien. Natürlich, die Brücke war beschäftigt. Wer war er schon hier unten? Er musste... Da flog vor ihm jemand mit schnell nahezu eleganten Bewegungen durch die Luft. Eine schlanke Frau mit selbstbewusster Grazie, die wusste, was sie tat. Oder eben auch nicht. Er erhaschte einen Blick auf ihre Aufmäher. TRS Trajan. Eines der letzten Schiffe, die es zerlegt hatte, ehe sie die Schlacht beendet und die Flucht aufgenommen hatten. Ein Tender, wenn er sich richtig entsann. Tender steckten voller Techniker. Sie hatte die Gefahr gesehen. Genau wie er. Und sie hatte sich nicht mit Nachfragen aufgehalten. Marcus unterdrückte einen Fluch. Die Frau drehte sich einmal um sich selbst und streckte die Hand aus. Sie bewegte sich wie ein Fisch im Wasser. Er sah bei solchen Manövern nicht halb so gut aus. Er konnte sie warnen. Aber sie kannte die Signale genauso gut wie er. Sie hatte eine Entscheidung getroffen. Das Modul glitt in ihre Hand. Sie ergriff es, drehte es und drückte den Bolzen der Notabschaltung ein. Das sanfte Leuchten erlosch. Dann kam das Warnsignal. Fünf Sekunden bis zur Beschleunigungsphase. Marcus griff nach ihrem Bein, das in Reichweite war, zog sie mit einem Ruck an sich heran, umklammerte sie mit beiden Armen und spürte, wie sich ihr Overall automatisch an seinen haftete, als er die entsprechenden Flächen aufeinanderpresste. Sie stieß den Atem aus. Jegliche Spannung wich aus ihrem Körper und sie starrte ihm direkt ins Gesicht. Sie hatte kurzgeschorenes, haselnussbraunes Haar, kleine Ohren, große Augen, sowie eine Nase, die ein wenig arg weit aus dem angenehm geschnittenen Gesicht herausragte. Er musste aufpassen, dass sie ihn damit nicht verletzte. Sie lächelte ihn dankbar an. Es wäre schade um sie beide, fand er. Dann legte sich ein gewaltiges Gewicht auf seine Brust und er stöhnte, als sich der Körper der Frau auf ihn presste. Sie stützte sich ab, so gut sie konnte, denn sie wollte ihm natürlich nicht wehtun. Doch das war mehr guter Wille als alles andere. Die Proxima machte einen Satz. Fort von einem Gegner, einem Minenfeld. Er wusste es nicht. Das alte Schiff knirrschte und ächzte, als sich die Konstruktion so bewegte, wie sie es sollte. Der Kreuzer war so gebaut, dass er kinetische Kräfte abfing und sie über die ganze Hülle verteilte. Einige der Leute im Gang stöhnten, vor allem die Verletzten. Plötzlicher Andruck ließ Wunden aufplatzen, innere wie äußere. Schwerelosigkeit wiederum verlangsamte die Wundheilung, führte zu Verklumpungen in den Adern, zu Schlaganfällen geschwächter Kreisläufe. Das Weltall mochte die menschliche Natur nicht. Markus ertappte sich dabei, wie er die ihm unbekannte Technikerin umklammerte, damit sie ja nicht gegen eine Wand geschleudert wurde. Sie hatte reagiert. Nun zahlte er die Schuld zurück. Es dauerte ewige Sekunden. Sekunden, die immer mehr wehtaten. Ein Signal ertönte, als der Andruck nachließ. Markus holte rasselnd Luft. Seine Brust schmerzte. Vermutlich hatte er sich eine Rippe geprellt oder gar gebrochen. Er löste den Griff um die Frau und hustete in seine Hand. Kein Blut. Noch nicht. Alles in Ordnung? hörte er ihre Stimme und erhaschte im selben Moment einen Blick auf ihr Namensschild. Gutiérrez. Das passte zu den pechschwarzen Augen, mit denen sie ihn forschend und auch ein wenig besorgt ansah. Danke, sagte sie dann. Ich danke dir. Das Modul ist unter Kontrolle, unterbrach sie ihn. Die Haftung löste sich, als sie die entsprechenden Flächen schräg gegeneinander rieb. Sie trieb ab und kletterte sich vorschriftsmäßig neben ihm an die Wand. Sie wirkte erschöpft. Ich bin Marcus, sagte er. Techniker zweiter Klasse. Proxima. Das hier ist dein Schiff? Es ist schon etwas älter, oder? Aber es fliegt. Ein Glück. Die meisten fliegen nicht mehr. Eine plötzliche Schwermut überkam Marcus. Die Situation musste irgendwann auch emotional ihren Preis einfordern. Der freundliche Blick einer schönen Frau brach die Hülle der Selbstbeherrschung auf. Das war bei ihm schon immer so gewesen. Er spürte ihre Hand an seiner Wange. Sie fühlte sich überraschend kühl an. Ich bin Margie von der Trajan. Habe ich dir wehgetan? Es geht. Lügst du, weil ich eine Frau bin? Natürlich. Was erwartest du? Sie lächelten sich einen Moment lang an. Es war ein wunderbarer Augenblick des Friedens. Dann ertönte das Signal. Die Proxima ächzte. Es ging wieder los. Immer und immer wieder, bis sie endlich genug Abstand gewonnen hatten. Sie flohen. Und Marcus hoffte und betete, dass es keinen weiteren Kampf geben würde. Der nächste Burn begann. Das Schiff schüttelte sich. Es schüttelte auch die Menschen im Gang. Verletzte, Tote, Überlebende. Und unter ihnen Marcus Hamilton, der seine Angst herunterschluckte, so gut es ging. So war es, wenn man verlor. So war es eben. Ich brauche eine taktische Darstellung. Irgendwas Visuelles. Wir arbeiten daran. Dann arbeiten Sie schneller. Und eine Verbindung zur Achat. Die Empfänger der Corvette sind weiterhin tot. Wir haben nur Lichtsignale. Käpt'n Yin hält den Kurs. Verdammt, so geht das nicht. Es klang giftig, aggressiv und ungeduldig. Käpt'n Sadia Ark hätte die Worte gern sofort zurückgenommen und durch andere ersetzt. Aber es war zu spät. Das schuldbewusste Gesicht des Kadetten vor ihr, der ein zufälliges Opfer ihrer Unbeherrschtheit geworden war, versetzte ihr einen Stich. Er konnte nichts dafür. Einer der drei Treffer, die die Proxima auf ihrer Flucht hatte einstecken müssen, hatte den Ortungskern in Mitleidenschaft gezogen und die Zentrale übel durchgeschüttelt. Offiziere waren gestorben. Fast alle. Seitdem arbeitete sie mit Kadetten und Spezialisten, die sich wacker schlugen. Aber die Verantwortung... Die taktische Darstellung im Kartentank versagte immer noch. Die Hälfte aller Schirme und Projektoren waren tot. Die Kaffeemaschine ebenso. Sadia Ark war sich nicht ganz sicher, was von all dem das Schlimmste war. Aber mit jeder Stunde, die sie sich mühsam wach hielt, wurde deutlicher, dass der taktische Nutzen von Kaffee alles andere überwog. Sie fuhr sich mit einer Hand über ihre kurz geschorenen Haare. Speis, Dreck, Müdigkeit, alles blieb glänzend an ihrer Handfläche kleben, die sie achtlos an ihrem speckigen Schutzanzug abrieb. Das Gefühl in ihrem Mund zeugte von zu vielen Konzentratriegeln und fadem Fruchtsaft, und das Sodbrennen ergänzte diese Geschmackskomposition in umgekehrter Richtung. Sie war zu lange wach. Alle waren sie das. Aber die Proxima und mit ihr das zweite überlebende und freie Schiff, die Achat, war noch nicht in Sicherheit. Falls sie das je sein würden. Ark setzte sich auf ihren Sessel. Der Kadett starrte sie mit seinen traurigen, etwas blutunterlaufenden Augen an. Der junge Mann war am Ende seiner Kräfte. Sie versuchte, sich an seinen Namen zu erinnern, doch er entglitt ihr jedes Mal, wenn sie glaubte, sich an ihn zu entsinnen. Ein großer Brandfleck verdeckte sein Namensschild. Er hatte noch keine Gelegenheit gehabt, sich umzuziehen. Das galt für sie alle. Und so rochen sie auch. Derzeit macht es allerdings keinem etwas aus, denn es gab dringendere Probleme. Ist schon gut, sagte sie tonlos und hoffte, dass das als Entschuldigung durchgehen würde. Der Namenlose ging und würde sich zweifellos fragen, was er hätte besser machen können. Ark nahm sich vor, sich an ihn zu erinnern und ihn noch einmal richtig um Entschuldigung zu bitten, wenn Zeit dafür war. Hätte sie irgendwie anders reagieren können? Das war eine Frage, der sich Captain Sadia Ark permanent widmete. Falls sie all das hier überstand, würde sie eines Tages einen Bericht schreiben müssen. Vielleicht würde sie bis dahin die richtige Antwort gefunden haben. Status des Triebwerks? Murmelte sie beinahe so, als würde sie mit sich selbst sprechen. Das relativistische Triebwerk hatte bisher einwandfrei funktioniert. Es war der einzige Teil ihres Schiffs, der in den letzten Jahren des Krieges ernsthaft überholt worden war. Die Proxima war alt, aber sie hatte Beine. Es waren sicher nicht die schönsten, aber bei allen Göttern. Über Kraft verfügte sie. Wir haben noch 34 Prozent Stützmasse, hörte sie die Antwort von irgendwem, der sich nun angesprochen fühlte. Sukhov, ihr erster Offizier, lag irgendwo im zerdrückten Hangar. Den Teil des Kreuzers, den es am schlimmsten erwischt hatte. Er war tot. Das meldete zumindest sein Transponder. Die Bergungscrew war noch nicht zu seinen sterblichen Überresten vorgedrungen. Der zweite Offizier war ebenfalls verstorben, als er versucht hatte, einen durchgedrehten Generator unter Kontrolle zu bekommen. Drei weitere Brückenoffiziere waren tot oder schwer verletzt. Zu schwer, als dass sie ihr in absehbarer Zeit hilfreich sein würden. Für die Brücke hatte sie alle zusammengekratzt, die einsatzfähig waren. Das hier war der denkbar schlechteste Zeitpunkt für Personalmangel. 34 Prozent. Das war nicht viel. Würden sie Fluchtgeschwindigkeit erreichen können, um den Hypertransit zu aktivieren? Und würde vor allem die defekte Hyperspule bis dahin repariert sein? Sie versuchte es im Kopf nachzurechnen. Früher war sie gut darin gewesen. Sie hatte sogar mal den Akademiewettbewerb gewonnen. Jetzt klebten ihre Gedanken träge innen an ihrem Schädel. 34 Prozent. Die Position. Der Vektor. sehr sehr träge. Käpt'n hörte sie eine Stimme, mit der sie nicht gerechnet hatte. Sie öffnete die Augen und merkte erst jetzt, dass sie sie geschlossen gehabt hatte. Möglicherweise war sie sogar kurz eingedöst. Das war ein Fehler, ein verzeihlicher vielleicht, aber dennoch. Sie musste sich zusammenreißen. Wenn nicht sie, wer dann? Vor ihr stand ein Mann. Er war hochgewachsen, breitschultrig, entsetzlich hässlich, trug einen tadellosen Druckanzug und wirkte wie frisch aus dem Ei gepellt. Major Ernesto Vara sah immer gut aus, von seinem Gesicht einmal abgesehen. Es war jedoch nicht das Ergebnis einer brutalen Kriegsverletzung, er war damit geboren worden. Es wirkte unfertig, schief und unproportioniert, und die kleinen, furchtbar stechenden Augen machten den Anblick nicht angenehmer. Niemand sah sich dieses Gesicht gerne an, möglicherweise nicht einmal er selbst. Captain Ark war das egal. Der Kommandant der Marinesoldaten an Bord der Proxima flog seit fünf Jahren mit ihr und sie hatte gelernt, dass das Aussehen wirklich sehr täuschen konnte. Vara war keine Schönheit, alles andere als das. Aber er war verdammt verlässlich und er lebte. Damit war er automatisch zu ihrer Stütze geworden. Vara, sagte sie und zwang sich zu einem Lächeln. Ich war nur Captain. Das Schiff ist mit Lebenden, Verletzten und Toten vollgestopft. Wir sind auf der Flucht. Wir wurden geschlagen. Da kann man schon mal für einen Moment die Augen schließen, oder? Nur für einen kleinen Moment. Das sollte uns niemand abschlagen. In seiner Stimme lag unerklärliche Wärme, über die sie sich damals gewundert hatte, als er an Bord gekommen war. Er war ein scharfer Hund, kein leichter Vorgesetzter, manchmal ungehobelt bis unhöflich, aber kein Menschenschinder. Das war er nie gewesen. Niemand war nur eine Nummer für ihn, niemand war austauschbar. Darin war er besser als sie. Er sah sie alle, jeden einzelnen, und er steckte niemanden in eine Schublade mit anderen. Jeder hatte seine eigene. Und er erinnerte sich hervorragend an Namen. Das hatte er ihr auch voraus. »Major«, sagte sie heiser, schluckte die Dankbarkeit herunter, die ihr wie eine rührselige Urgewalt die Kehle empor kletterte. Was kann ich für sie tun? Das sagte ich schon. Das Schiff ist überfüllt. Sergeant Vickers musste vorhin die erste Schlägerei schlichten. Vickers und schlichten? Ark hatte ein Bild vor Augen. Agatha Vickers war nicht groß, aber so breit wie Vara und eine sehr schlecht gelaute Frau. Sie fing Streit an. Sie beendete ihn meist durch ... Vara nickte. Er schien ihre Gedanken gelesen zu haben. Fünf Jahre waren eine lange Zeit. Wie gesagt, es fängt an zu brodeln. Es gibt zu viele Leute an Bord, die nichts zu tun haben. Wer nichts zu tun hat, denkt nach. Es ist eng. Man geht sich gegenseitig auf den Geist. Wer nachdenkt, erinnert sich an die toten Kameraden, an die Erniedrigung, an Ich verstehe, sagte Arg. Haben Sie eine Liste, Vara? Natürlich wusste er, was sie meinte. Der Major hob sein Armpad und schickte die Daten auf ihr eigenes herüber. Er hatte eine Liste. Er hatte mit seinen Leuten jeden Flüchtling erfasst. Er kannte den Namen, den Rang, die Dienstnummer und das Schiff, auf dem die Person gedient hatte, und ihre Qualifikation. Sogar der Grad der Verletzung war notiert, und viele Personen hatte er grün markiert. Die könnten Dienst leisten, vergewisserte sie sich. Die sollten Dienst leisten, verbesserte er sie. Und das so schnell wie möglich. Sarah? Aus dem Nichts antwortete eine Stimme, der sanfte weibliche Klang der Schiffs-KI. Sarah war nicht nur die gute Seele des Kreuzers, derzeit ersetzte sie auch fast ein ganzes Offizierkorps. Ohne sie wären sie alle aufgeschmissen gewesen. Es war gegen die Vorschriften, aber zum Teufel mit den Vorschriften. Die Notwendigkeit, dieses Schiff am Leben zu erhalten, setzte die meisten Regeln außer Kraft. Käpt'n, erstelle Dienstpläne für die grün markierten Geretteten. Stramme Dienstpläne mit schlecht gelaunten Schichtleitern, die so richtig die Schnauze voll haben. Kichern klang mädchenhaft. Arg hatte das längst aus der Programmierung entfernen wollen, aber im Krieg kam er zu nichts. Und jetzt war Sarah wie sie war. Es noch zu ändern wäre nicht wichtig. Dienstpläne in Arbeit, meldete die KI. Arg sah Sarah dankbar an. Was täte ich nur ohne Sie, Major? Weiterschlafen, erwiderte er mit einem Augenzwinkern und wandte sich ab. Arg gähnte hinter vorgehaltener Hand. Wie recht er doch hatte. Dies ist keine Kabine, dies ist eine verdammte Zumutung. Admiral Ricardos Bonet hielt sich noch zurück. Trotzdem drückten Haltung, Gesichtsausdruck und Tonfall unverkennbar sein Missfallen aus. Der gedrungen gebaute Offizier trug seinen Schutzanzug mit dem Stolz eines Admirals, der versuchte, sich angesichts einer katastrophalen Niederlage noch so etwas wie Würde zu bewahren. Ihm gelang dieses Kunststück mit einer Einstellung, die gut für ihn, aber schlecht für andere war. Insbesondere für seinen Adjutanten Miller. Er war ein schmächtiger junger Mann mit einem Gelverband, der ihm wie eine Haube auf dem Kopf saß. Außerdem war er zu blass. Er sollte eigentlich liegen, denn er kämpfte mit den Folgen einer Gehirnerschütterung. Doch auf so etwas nahm jemand wie Bonet nicht allzu viel Rücksicht. Miller war bewegungsfähig, also war er dienstfähig. Nilde zu empfinden war nicht Bonets Art. Erst recht nicht, wenn die ihm zugewiesene Kabine nicht seinen Ansprüchen genügte. Er war definitiv anderes gewohnt. Ja, es herrschte Krieg und er war auf der Flucht. Da machte man sicher Abstriche. Aber doch nicht so viele. Doch nicht für ihn. Bonet war mit dem, was man ihm hier bot, nicht zufrieden. Sir, die Räumlichkeiten des Kettens sind jetzt Teil des Notlazarets, sagte Miller tapfer. Captain Ark schläft auf der Brücke, auf ihrem Sessel oder in ihrem Bereitschaftsraum. Dies ist das Quartier des leider verstorbenen ersten Offiziers. Miller wies auf die Holo-Fotos an der Wand. Sie zeigten eine lächelnde brinette Frau mit schönen Grübchen, die aller Wahrscheinlichkeit bald eine sehr traurige Nachricht von Captain Ark erhalten würde. Das machte die Sache natürlich ein wenig bedauernswert. Für andere. Bonet schnaubte. Nichts war ihm gleichgültiger als das Schicksal der Gefallenen. Sie waren tot. Im besten Fall hatten sie ihre Pflicht getan. Den Rest erledigte die Kommunikationsabteilung. Da gab es Profis für Feingefühl, Mitleid und Respekt. Das fiel nicht in seinen Zuständigkeitsbereich. Gut, knurrte der Admiral. Dieses Schiff ist alt und für seine Klasse klein. Nicht gerade ein Flaggschiff. Ich muss mich wohl einschränken. Für den Moment stellen Sie meine Sachen da ab. Dann besorgen Sie mir was zu essen. Vorzugsweise etwas Warmes. Bonet hatte Gepäck dabei. Genug, um auf dem Rettungsschuttle, das ihn von der ausbrennenden Aristano Morales abgeholt hatte, Platz für einen Überlebenden einzunehmen. Dazu war es glücklicherweise nicht gekommen. Von den Besatzungsmitgliedern der Morales hatte nur ein gutes Dutzend überlebt. Daher genug Platz für alle gegeben, auch für Bonets beachtlichen Metallkoffer. Außer ihm wusste niemand, nicht einmal Miller, was er darin wohl verschlossen aufbewahrte. Die Aufgabe des Adjutanten bestand lediglich darin, den Koffer zu tragen. Bonet hatte den Behälter mit einer komplizierten Sicherung versehen, die nur er öffnen konnte. Dafür gab es eine sehr lange Liste mit ausgezeichneten Gründen. Der Adjutant verschwand. Erleichtert, wie man ihn bei genauer Beobachtung ansehen konnte. Bonet kümmerte das Befinden seines Untergebenen allerdings nicht. Miller hatte zu funktionieren. Ob er dabei Freude empfand oder nicht, war völlig gleichgültig. Der Admiral hatte andere Sorgen. Sehr große Sorgen. Nachdem er sich vergewissert hatte, dass die Tür fest verschlossen war und von außen nicht geöffnet werden konnte, wenn er es nicht erlaubte, setzte er sich. Dann holte er sein Kommgerät hervor. Eine klobige Ausführung, bei der es sich um eine Spezialanfertigung für Stabsoffiziere mit einer eigenen Hyperlink- Antenne und einem Verschlüsselungsalgorithmus handelte, der seinen Anspruch auch erfüllte. Ein Meisterwerk der Technologie der Terranischen Republik. Es erlaubte eine komplex verschlüsselte abhörsichere Kommunikation und die hatte Bonet jetzt bitter nötig. Er aktivierte das Gerät hastig und gab einen Code ein. Es dauerte ein Moment, bis die Verbindung aufgebaut worden war. Bonet wartete geduldiger, als es normalerweise seine Art war. Ja, kurz, knapp und ohne Schnörkel ertönte die dünn klingende Stimme eines Mannes. Genau diesen Mann hatte Bonet erwartet. Er kam sofort zur Sache. Was ist da schiefgelaufen? fragte er. Es gelang ihm nur mühsam, die Wut und die Enttäuschung in seiner Stimme unter Kontrolle zu bringen. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Es ging zu schnell. Es klang nicht wie eine Entschuldigung und das machte Bonet noch wütender. Ich sollte nicht hier sein. Die Levkov sollte mich abholen. Ich weiß, das Rettungsschettel war schneller als wir. Hätten wir es abschießen sollen? Nein! Das Nuklearfeuer war zu nah. Ich musste sofort von Bord. Er erinnerte sich nicht gerne daran. Aber jetzt, da er die Worte aussprach, stand ihm die Situation wieder lebhaft vor Augen. verbrannte und verstrahlte Leichen, das hektische Summen seines Strahlungsmessers, dessen Anzeige langsam und unerbittlich in die Todeszone wanderte. Die ewige Dekontaminierungsprozedur und die besorgten Blicke der Mett-Techniker. So etwas wollte er nie wieder erleben. Und er wollte auch nie wieder daran erinnert werden. Also, Sie leben. Jetzt bin ich hier. Was ist der Plan? Sie haben doch einen Plan, oder soll ich hier versauern? Die Stimme ließ sich nicht provozieren, was Bonet allmählich die Lust an dem Gespräch verdarb. Auch er war müde. Wir jagen die Proxima, wenn wir sie beschädigen können. Ich bin an Bord, blaffte Bonet. Niemand feuert auf dieses Schiff. Verdammt, ich will, dass Sie überleben, und Sie haben es verbockt. Nicht ich. Das entscheiden Sie nicht alleine, gab die Stimme zurück und vermittelte eine Kälte, die auch dem Admiral keinesfalls entging. Er starrte zornig auf das Gerät in seiner Hand. Er holte Tiefluft. Es half alles nichts. Dennoch, so konnte man nicht mit ihm umgehen. Ich bin hier in einer sehr schwierigen Situation, aber es geht um mehr als nur um mich, sagte er drohend. Ich habe den Kommschlüssel der Admiralität der Republikflotte. Sein Blick fiel auf den Metallkoffer. Und noch so einiges anderes. Ich glaube, es wäre sehr schade, wenn das alles nicht in unserem Besitz bleiben würde. Tatsächlich wäre es möglicherweise fatal, wenn die Republik noch ein Ass im Ärmel haben sollte. Die Flotte ist weitgehend vernichtet. Das glauben Sie? Die Stimme zögerte. Natürlich. Ein vernünftiger Mann schloss nie etwas kategorisch aus, wenn so viel auf dem Spiel stand. Sie könnten die Kurze übermitteln? Das könnte ich. Ja. Ganze zehn Sekunden lang herrschte Stille. Manchmal sagte Schweigen mehr aus als alle Worte. Sie müssen noch für eine Weile ihr Spiel spielen, sagte die Stimme dann. Sie haben es lange genug gemacht. Das wird zu schaffen sein, denke ich. Bei der erstbesten Gelegenheit holen wir sie von Bord. Lebend. Soweit dies in unserer Macht steht, Bonet. Die Praxima schlägt sich besser als erwartet. Bonet schüttelte den Kopf, obwohl ihn sein Gesprächspartner nicht sehen konnte. Ich bin hier sicher nicht willkommen, weder in meiner Identität als Admiral der Flotte, noch in meiner Funktion als Agent der Revolution. Niemand wird erfahren, auf wessen Seite sie stehen. Das genügt nicht. Das genügt mir nicht. Ich erwarte so schnell wie... Der Türsummer erklang. Zweifellos war Miller zurück. Bonet trennte die Verbindung und steckte das Kommgerät weg. Das Gespräch hätte sowieso zu nichts geführt. Jedenfalls nicht zu diesem Zeitpunkt. Er würde es fortsetzen müssen, vor allem, da das eigentliche Problem noch nicht gelöst war. Er war auf dem falschen Schiff und damit saß er inmitten einer tickenden Zeitbombe fest. Was mit ihm geschehen würde, falls welche Rolle er bei dem groß angelegten Verrat gespielt hatte, der zum Untergang der Flotte der Republik geführt hatte, es war nicht auszudenken. Die Tür öffnete sich, als der Admiral die Verriegelung freigab. Miller trat mit einem Tablett in den Händen ein. Es handelte sich um eine erhitzte Standardration. Immerhin war das Essen warm. Bonet rümpfte die Nase. Er roch Hähnchen. Er hasste Hähnchen. Miller sah ihn entschuldigend an. Bonets Laune werde sich heute jedenfalls nicht mehr bessern. Wir haben große Probleme. Arck schaute Chefingenieur Thompson auf dem Schirm der Internetverbindung an. Der Mann fuhr sich dauernd mit der flachen Hand über den Backenbart, als wollte er sich vergewissern, dass dieser nicht abgefallen war. Es war eine Geste der Verzweiflung und der Müdigkeit, und die blutunterlaufenen Augen des Mannes wiesen darauf hin, dass er bereits zu viele Wachmacher eingeworfen hatte, auf jeden Fall mehr als gesund waren. Aber darin unterschied er sich nicht von ihr. Dass er den soeben geäußerten Satz gerade zum dritten Mal hintereinander ausgesprochen hatte, immer mit einer kleinen, beinahe schon andächtigen Pause dazwischen, zeigte, dass dem Mann langsam die notwendige Konzentration abhanden kam. Auch darin unterschied er sich nicht von ihr. »Nennen Sie mir das größte Problem, und von dort arbeiten wir weiter«, forderte Ark ihn mit ruhiger Stimme auf. Sie vermied jegliche Verärgerung oder Ungeduld im Tonfall. Ihr Blick fiel immer wieder auf den dreidimensionalen Kartentank, der vor kurzem flackernd den Betrieb wieder aufgenommen hatte. Immerhin. Er zeigte an, dass ihre Verfolger nicht nachließen. Sie schienen nicht das geringste Interesse daran zu haben, die Proxima und ihr Begleitschiff ziehen zu lassen. Und Thompsons große Probleme hatten unmittelbar damit zu tun. »Ich habe hier mein eigenes Problem. Ein Jägerkiller. Tesos-Klasse. Und der ist nur der erste. Derzeit sind Sie noch sieben Stunden hinter uns. Ihre Grundgeschwindigkeit ist marginal höher als unsere, also sollten Sie sich noch für etwa siebzehn Stunden außerhalb der Kernreichweite befinden. Aber ich würde Ihnen gerne durch einen Hypersprung vollständig entwischen. Sagen Sie mir, wie die Chancen dafür stehen, Thompsons. Der Chefingenieur verzog das Gesicht. Erneut erklang das kratzende Geräusch, während er seinen Bart massierte. »Der Überlichtantrieb ist weiterhin stark beschädigt. Wir haben zweite Spulen verloren. Wir lassen sich nicht mehr reparieren. Die dritte ist an einem Zustand, mit dem ich noch etwas anfangen kann. Wir erreichen Sprunggeschwindigkeit, aber wir können keinen Transit auslösen. Ich muss die Schwingungsplatten neu ausrichten. Zwei muss ich ersetzen. Eine flicken, soweit das geht. Das ist ein komplizierter Prozess. Wie lange? Thompson wusste, was gemeint war. Er fuhr sich einmal mehr mit einem kratzenden Geräusch über den Bart. So langsam ging er ihr damit auf die Nerven. Zwölf Stunden mindestens. Die Kolonialen holen auf. Ich glaube, dass ich das bereits erwähnte, oder? Thompson war nicht beeindruckt. Dafür war er eindeutig zu müde. Zwölf Stunden, Käpt'n. Ark sah ihn prüfend an. Auf der Akademie brachte man uns bei, niemals auf die Zeitangaben eines Chefingenieurs zu vertrauen, sondern stattdessen davon auszugehen, dass diese hoffnungslos übertrieben sind. Ich habe das nie richtig geglaubt. Ist das jetzt so ein Fall? Ich habe nämlich keine Zeit für Spielchen. Thompson ging es da offenbar ähnlich. Seine Stimme nahm einen gereizten Unterton an, als er antwortete, Käpt'n. Die Proxima pfeift auf dem letzten Loch. Meine Teams sind überlastet. Die Kollegen unter den Schiffsbrüchigen helfen, wo sie können, aber überall liegen Flüchtlinge in den Gängen, sodass wir unter sehr beengten Verhältnissen arbeiten. Die Lebenserhaltung operiert oberhalb ihrer Leistungsfähigkeit. Die Luftaustauscher machen bald schlapp, dann steigt der CO2-Gehalt langsam, aber unaufhaltsam. Ich habe überall überlastete Energieleitungen und durchgebrannte Generatoren. Die meisten Leute ernähren sich von Konzentratmist, weil die Dispenser für den üblichen Flottenfraß bis auf zwei Einheiten ausgefallen sind. Ich habe meine besten Leute auf die Reparatur der dritten Spule angesetzt und ich sage ihnen zwölf Wenn ich sie jetzt hetze, machen sie Fehler. Verdammt, sie machen bereits Fehler. Wir müssen schlafen, ganz dringend sogar. Arck nahm ihm die Worte ebenso wenig übel wie den aggressiven Unterton und den fiebrigen anklagenden Blick. Sie glaubte ihm, was er sagte. Es half aber einfach nichts. Thompson, wenn sie sie nicht hetzen, wird sich die Frage nach Fehlern möglicherweise erübrigen, rief ihm Arck ins Gedächtnis. Sie hatte ihre Stimme immer noch unter Kontrolle. Denn dann sind wir entweder eine sich ausbreitende Gaswolke im Weltall oder ein aufgebrachtes Beuteschiff und wandern alle in Kriegsgefallenschaft. Thompson nickte. Ersteres würde ich ablehnen, letzteres wäre das so schlimm. Er wartete nicht auf eine Antwort, sondern trennte die Verbindung. Arck starrte auf den dunklen Schirm. Die letzten Worte des Mannes hatten in ihr eine Befürchtung geweckt, die sie im Stillen bereits gehegt hatte. Eine Befürchtung, auf die sie Vara angesprochen und die sie beiseite geschoben hatte, weil es doch so unendlich viel zu bedenken gab. Eine Befürchtung, die sie jetzt nicht wieder fortwischen durfte. Vara? Der Leiter der Marine Infanteristen tauchte zuverlässig wie immer neben ihr auf. Er sah sie fragend an, sagte aber nichts. Er war kein Mann vieler Worte, doch er sah bestimmt die Sorge in ihrem Blick und war bereit, diese mit ihr zu teilen. Arck unterdrückte ein Säuzen. Vara, wir müssen noch einmal darüber reden. Wie ist die Moral an Bord unserer Schiffe? Gerade hat ein führendes Besatzungsmitglied mir gegenüber angedeutet, dass es keine üble Idee wäre, zu kapitulieren. Und das beunruhigt mich mehr, als ich vor den anderen zugeben möchte. Er sagte Vara. Ich sprach mit Vickers darüber, die das Schiff dauernd patrouilliert und genau hinhört. Exakt das hat sie schon mehrmals gehört. Es macht die Runde, vor allem unter den Verletzten, die noch reden können. Wir sind alle sehr demoralisiert. Die Aggressionen bekomme ich allmählich unter Kontrolle. Den Fatalismus, das ist eine andere Geschichte. Der sitzt tiefer und ich kann ihn nicht wegprügeln, wenn er ausbricht. Was kann helfen? Vara schüttelte den Kopf. Ich bin kein Truppenpsychologe. Selbst meine eigenen Soldaten sind niedergeschlagen und erschöpft. Sie halten den Mund, denn sie kennen die Regeln der Disziplin und ich halte sie beschäftigt. Ich will aber lieber nicht so genau wissen, was in ihren Köpfen vor sich gilt. Das Das wirkt sich aber leider auch nicht positiv auf die Reparaturen aus. Sie wollen Witze reißen? fragte arg ungläubig. Ich will nur sagen, dass unsere Optionen furchtbar begrenzt sind. Wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben und auf das Beste hoffen. Er zögerte. Meine Leute stehen bereit. Wenn jemand übermütig wird, werden wir uns darum kümmern. So viel kann ich ihnen versichern, Captain. Daran zweifle ich nicht. Aber ich muss ihnen nicht sagen, was an Bord los sein wird, wenn ernsthafte Kämpfe ausbrechen sollten. Natürlich kann man durch brachiale Gewalt die Lage kurzzeitig beruhigen. Aber wenn man die Büchse der Pandora einmal geöffnet hat, dann tackert man sie mit einer ordentlichen Nagelpistole wieder zu. Vervollständigte Vara den Satz und gestattete sich ein kurzes, extrem freudloses und entschlossenes Lächeln, das arg mit einer Mischung aus Unbehagen und Zuversicht zur Kenntnis nahm. Es gab durchaus Gründe dafür, warum Menschen mit ihrem psychologischen Profil Schiffe kommandierten und nicht die Varas dieser Welt, so hilfreich, verlässlich und stabil sie sonst auch sein mochten. Sie kam nicht mehr zu einer Entgegnung. Etwas anderes verlangte nachdrücklich nach ihrer Aufmerksamkeit. Ein Kadett erhob seine Stimme und in seinem Tonfall lag eine gehörige Portion Beunruhigung. Captain, wir bekommen einen Funkspruch rein. Es ist Admiral LaSalle von der Evocatus. A kielt inne, obwohl sie nicht überrascht war. Eher unwillig. Mit dem Oberkommandierenden der Flotte zu sprechen, die in der vergangenen Schlacht siegreich gewesen war, gehörte nicht zu den Aufgaben, die sie normalerweise zu erledigen hatte. Das überstieg ihren Dienstgrad. Natürlich gab es für sie eine Chance, dieses Gespräch auf jemanden abzuwälzen. Immerhin befand sich unter den Flüchtlingen ein waschechter Admiral. Streng genommen war er zwar nur Logistiker und hatte an Bord der Proxima nichts zu melden, aber das musste man den Gegnern ja nicht auf die Nase binden. Für einen Moment spähte sie mit dem Gedanken Bonnet auf die Brücke zu rufen, verwarf ihn aber wieder. Der Mann war für sie ein unbeschriebenes Blatt und konnte ihrem Schiff mehr Schaden als Nutzen einbringen. Sie würde ihn erst dann frei herumlaufen lassen, wenn sie ihn besser einschätzen konnte. Es half alles nichts. Ich nehme den Ruf hier entgegen. Alle auf der Brücke sollen mithören, entschied sie. War das zweifelnden, beinahe warnenden Blick ignorierte sie geflissentlich. Dies war nicht der Zeitpunkt für Geheimniskrämerei, denn die würde ihr nicht dabei helfen, das Vertrauen der Mannschaft zu erhalten. Es war eine instinktive Entscheidung, aber sie war sich recht sicher, das Richtige zu tun. Der Schirm flackerte. Einen Augenblick später tauchte darauf ein Uniformierter auf, der auf sie alle herabstarrte. LaSalle sah aus wie ein gütiger Weihnachtsmann. Der Anblick täuschte. Hinter dem weißen Rauschebad und den Lachfalten in den Augenwinkeln verbargen sich ein kühl kalkulierender Verstand und ein Mann, der bereit war, seine Ziele mit allen notwendigen Mitteln zu erreichen. Sein fast gütiges Lächeln konnte niemanden täuschen. Er hatte seinen Ruf, und er war ihm in der gerade überstandenen Auseinandersetzung mehr als gerecht geworden. Ich bin Leonard LaSalle, Admiral der dritten kolonialen Befreiungsplatte. Ich nehme mit den beiden noch flüchtigen Schiffen der Republik Kontakt auf, um ihnen einen Vorschlag zu unterbreiten. Arck warf einen Blick zur Seite. Der Kadett an der Kommunikationsstation schüttelte den Kopf. Käpt'n Yin von der Achat war weiterhin nicht zu erreichen, solange der Empfänger seines Schiffes beschädigt war. Käpt'n Sadia Arck von der Proxima, gab sie knapp zurück und drückte auf einen Knopf. LaSalle sah auf, als ihr Gesicht auf seinem Schirm erschien und lächelte noch ein wenig herzlicher. Käpt'n Arck, Sie sprechen auch für ihr Begleitschiff, nehme ich an. Der Tonfall war sanft. Womit kann ich Ihnen dienen, LaSalle? Wir sind recht beschäftigt. Der Admiral nickte verständnisvoll. Er machte einen väterlichen Eindruck und ging ihr damit jetzt schon mächtig auf die Nerven. Das sagen meine Sensoren auch. Ihre Schiffe haben ordentlich was abbekommen. Es ist ein Wunder, dass sie noch operabel sind. Und das zeigte, dass er nicht genug über den Zustand der Flüchtigen wusste oder sie einschüchtern wollte. Arg ließ das kalt. Wir kommen zurecht. Warum sind sie dann noch nicht weg und schlagen nur wirre Haken? Haben sie Probleme mit dem Überlicht Antrieb? Was für ein Kotzbrocken! LaSalle sagen sie, was sie zu sagen haben. Das Lächeln verschwand wie weggewischt, da man dass er es an Arg verschwendete und das kalte Funkeln in seinen Augen gab einen Hinweis auf seine wahren Gedanken. Arg war der Feind. Es war gut, das jetzt wieder geklärt zu haben. Ich mache ihnen ein Angebot, Captain. Kapitulieren sie, und ich verspreche, dass ihre Mannschaft ehrenvoll in Gefangenschaft übernommen wird. Ihre Verletzten werden versorgt. Wir halten uns an Recht und Gesetz. Wenn ich mich richtig erinnere, haben sie in dieser Schlacht nicht sehr ehrenvoll gehandelt, und ihre Gesetze schmecken mir auch nicht. Lasalle zog die Augenbrauen hoch. Ich habe die Schwäche, die Uneinigkeit und die Dummheit meines Gegners ausgenutzt. Wollen sie mir das wirklich zum Vorwurf machen? Erzählen sie mir gar, dass die Admiralität der Republik anders gehandelt hätte, wenn sich die Möglichkeit ergeben hätte? Farad? Die eigenen Schiffe gegen Freunde und Verbündete wenden, wenn sich die Gelegenheit bot? Ark war nicht naiv. Natürlich hätten die Admirale der Republik exakt das Gleiche getan. Nein, gab Ark zu, aber das meinte ich auch nicht. Ihre Schiffe haben auf schwer beschädigte Wracks geschossen, auf Rettungskapseln und Fluchtboote. Ich habe Aufzeichnungen. Das war kein Bluff und keine bloße Behauptung. Ark erinnerte sich an die kalte Wut, die sie empfunden hatte. Hilflosigkeit und Wut. Eine furchtbare Mischung, die jeden Menschen krank machen konnte. Lasalle zögerte kaum merklich. Wenn das stimmt, wird es entsprechend geahndet werden. Es geschah nicht auf meinen Befehl hin. »Vielleicht nicht«, dachte Ark, aber sie sah ihm an, dass er davon wusste und es ihn nicht besonders störte. »Ich traue Ihnen nicht, Admiral, und die Kriegsgefangenenlager der Aufständischen sind nicht dafür bekannt, dass die Soldaten dort gut behandelt werden.« »Gerüchte«, »von ihren eigenen Leuten in die Welt gesetzt, damit ihre Soldaten bis zuletzt kämpfen.« »Wundern Sie sich da, dass meine Mannschaften lieber auf Nummer sicher gehen, anstatt sich für ihre Gutmütigkeit töten zu lassen?« Ark wollte heftig widersprechen, aber sie hielt sich zurück. Lasal und sie wussten beide, dass in diesem Krieg alle mit harten Bandagen kämpften. Sich das gegenseitig vorzuhalten, würde zu nichts führen. Aber sie durfte das natürlich auch nicht einfach so akzeptieren. »Ich sehe, dass Sie gut darin sind, Ausflüchte vorzubringen. Gibt es bei Ihnen nicht so etwas wie eine kollektive Verantwortung der Admiralität? Das haben Sie doch in Ihrer Propaganda jedem versprochen. Kollektive Sicherheit, kollektiver Wohlstand, kollektive Verantwortung, so lautet der Wahlspruch der Kolonialen Partei. Sie kennen sich aus. Ich weiß immer gerne, wofür und gegen wenig kämpfe. Sie ziehen das unterdrückerische System der Republik also vor? Ich ziehe es vor, bei Fehtritten den Schuldigen klar benennen zu können. Das hilft im Zweifelsfall dabei, eine Wiederholung zu vermeiden. Sehen Sie das anders? Lasal machte eine wegwerfende Handbewegung. Er wirkte ungeduldig, aber vor allem verärgert, was in Arg ein albernes stilles Triumphgefühl auslöste. Er verzog das Gesicht und ließ die wohlwollende Maske endlich fallen. Ich habe keine Zeit für politische Haarspalterei, Captain. Ihre Situation lässt solche Diskussionen auch gar nicht zu. Ich biete Ihnen die Leben Ihrer Crews. Wir haben in der Tat vor, diese zu bewahren. Ich würde es vorziehen, dabei nicht auf Ihre Hilfe zurückgreifen zu müssen. Admiral, ich bin, können. Sie haben gewiss Verständnis dafür, wenn ich das Gespräch nun beende. Ark drückte auf einen Knopf und der Schirm wurde dunkel. Vada trat neben sie, neigte den Kopf zu ihrem Ohr vor und wisperte. War das wirklich klug? Ich traule Sal nicht. Die Mannschaft könnte das anders sehen. Ark sah Vada durchdringend an. Ich entscheide das. Natürlich. Und ich warne sie nur noch einmal zur Sicherheit. Ark wollte etwas sagen, aber sie kam nicht dazu. Erneut verlangte etwas anderes nach ihrer Aufmerksamkeit. Wann würde sie endlich einmal einen Gedanken ordentlich zu Ende führen können? Captain unterbrach einer der beiden Kadetten, die jetzt auf der Brücke den Dienst vollwertiger Offiziere leisten mussten. Ark bemühte sich diesmal mit mehr Erfolg, sich den Namen ins Gedächtnis zu rufen. Simeon, so hieß er. Das Milchbubi-Gesicht sah irgendwie nicht wie das eines erwachsenen Mannes aus, aber die Bartstoppeln und die dunklen Ringe unter den Augen wiesen darauf hin, dass sich der junge Mann tapfer gehalten hatte. Er lernte seine Lektionen auf die harte Tour und erlebte. Mehr konnte Ark derzeit nicht für ihn tun. Admiral Bonnet möchte mit Ihnen sprechen. Persönlich. Simeon sah sie beinahe entschuldigend an, aber Ark war nicht der Typ, der den Überbringer schlechter Botschaften bestrafte. Ich melde mich später. Wenn er drängelt, sagen sie ihm, dass ich nicht auf der Brücke und sehr beschäftigt sei. Immer höflich bleiben, Kadett. Höflich. Jawohl. Vardar ergriff Ark am Unterarm. Er hatte wohl gleich noch eine Warnung auf Lager. Der Admiral ist formell der höchstrangige Offizier an Bord, oder sehe ich das falsch? wisperte er. Ich kenne mich bei euch flotten Menschen nicht immer so genau aus. Ark lächelte freudlos. Sie lassen sich vom Dienstgrad wenden, Wardar. Ich hatte auch erst diese Befürchtung und habe mir dann mal ganz genau die Kommandokette angeschaut. Bonet ist ein reaktivierter Reservist mit einer Logistiklaufbahn. Seine Kommandolizenz hat er nach der Reaktivierung nicht erneuert. Er wurde im Stabsdienst eingesetzt, zuletzt als stellvertretender Leiter der Flottenlogistik. Wir müssen ihn respektvoll behandeln, damit niemand auf dumme Gedanken kommt. Aber er gibt mir keine Befehle. Sie machte eine bedeutungsvolle Pause. Und ihnen auch nicht, Wardar. Der Marine Soldat nickte. Das ist gut zu wissen, Käpt'n. Ich hasse es, wenn Schreibtischtäter anfangen, sich für Napoleon zu atmen. A glächelte schmerzlich. Wofür er sich hält, weiß ich nicht. Aber für unser Waterloo bin ich jetzt zuständig. Bader verzog das Gesicht. Sie merkt es wohl selbst. Dieser historische Vergleich war ihr definitiv aus der Hand geglitten. Markus, das muss da rein. Aufpassen. Kein Mann hörte es gerne, wenn ihn eine Frau darauf hinweisen musste. Das änderte nichts daran, dass die Warnung absolut berechtigt war, um Schaden abzuwenden. Markus Hamilton wischte sich über die Augen. Sie brannten und brannten und nichts half. Er hatte sie benetzt, er hatte sich irgendwoher Augentropfen besorgt, er wusste, dass es an der Müdigkeit lag. Das Verlangen nach Schlaf war einfach überwältigend. Er wollte, er konnte keine der verdammten Pillen mehr fressen. Sie herunter zu wirken, verursachte bei ihm mittlerweile eine starke Übelkeit. Sein Körper hatte genug, mehr als genug. Er wollte einfach nicht mehr. Woher er die Kraft nahm, dennoch weiter zu machen, wusste er selbst nicht genau. Er spürte den Schmerz an der Innenseite seiner Wange. Bei der letzten Reparatur hatte er bewusst herzhaft hineingebissen. Die Pein hatte Adrenalin ausgeschüttet und während er das Blut herunter geschluckt hatte, war seine Konzentration für einige Momente zurückgekehrt. Die Wunde pochte immer noch, als wollte sie ihn vorwurfsvoll an diesen Angriff erinnern. Ein zweites Mal würde er sich das nicht antun. Doch welche Möglichkeiten blieben ihm jetzt noch? Er war zunehmend ratlos und seine Gedanken versanken genau wie seine Taten immer wieder in einem tiefen, sehr verheißungsvollen Nebel. Das würde in einer Katastrophe enden. Denn jetzt fing er an, potenziell verhängnisvolle Fehler zu machen. Seine neue Kollegin Margie sah ihn prüfend an. Er hielt das Bauteil in seiner Linken und hatte das Modul eben in exakt die falsche Einlassung in der Instrumentenwand schieben wollen. Es hätte schon gepasst. Aber wenn man es unter Strom gesetzt hätte, tut mir leid, murmelte er schwerfällig. Das bloße Artikulieren der Worte kam bereits einer Anstrengung gleich. Er musste jedes genau vorbereiten und auf seine Bedeutung hin prüfen, bevor er es aussprach. Die klare Warnung hatte ihm die nötige Aufmerksamkeit verschafft, um seinen Fehler zu korrigieren. Das Modul glitt mit einem befriedigenden Klicken an die Stelle, an die es gehörte. Richtig herum. Die Katastrophe war abgewendet, zumindest dieses eine Mal. Du bist müde, Margie sagte es mit tiefer Besorgnis in der Stimme, und es war unfair, dass ihm als Reaktion darauf nur etwas Sarkastisches einfiel. Was du nicht sagst. Welches jetzt? Die Kollegin sah auf ihr Computerpad mit dem Arbeitsplan für ihre Schicht. Die externe Kraftwerksteuerung. Es gibt zwei Regler. Einer ist beschädigt, einer ausgefallen. Modul 248-21-A. Davon haben wir laut Lagermanifest exakt noch ein einziges. Erneut bedachte sie ihn mit ihrem prüfenden Blick. Ein einziges Modul. Wenn sie das beim Einbau beschädigten, würde die Lage sehr unangenehm werden. Er schaute sie ruhig an. Sie sah nicht viel besser aus als er. Ihr strähniges Haar klebte ihr im Gesicht, das von getrocknetem Schweiß und Schmutz bedeckt war. Ihre Augen waren rot gerendert. Und dann war da noch dieses leise Zittern in ihrer vorwurfsvollen Stimme. Sie hielt sich aufrecht, weil er nachließ. Das war peinlich. Schaffst du das? Ein einziges Modul bedeutet in diesem Fall übrigens das Letzte. Wenn wir damit Mist bauen, geht uns irgendwann Kraftwerk drei flöten. Das ist nicht gut. Das wäre nicht gut, korrigierte Markus. Komm ihn nicht mit Dramatik. Nimm eine der Pillen. Lass mich mit deinen Pillen in Ruhe, knurrte der Techniker und hob abwehrend die Hand. Ich brauche nur eine Minute. Markus, wenn ich dir eine Minute gebe, schläfst du ein. Verflucht, ich schlafe dann ein. Ja, ja, ja. Er erhob sich, unterdrückte ein Gähnen und schaute sie auffordernd an. Er war müde und aufgekratzt zugleich. Er hatte beinahe Angst vor dem Schlaf. Würde er ihn überhaupt finden? Externe Kraftwerksteuerung, ja? Sie machte sich auf den Weg. An Bord der Proxima herrschte immer noch Chaos, und die beständigen Brennphasen des Antriebs, mit denen sie dem verfolgenden Tesaus-Jäger und den größeren Schiffen zu entkommen versuchten, machten es nicht besser. Ab und zu funktionierte die künstliche Schwerkraft wieder, aber um Verletzungen zu minimieren, wenn sie einmal mehr ausfiel, hatte man sie auf 0,5 G reguliert, also auf halbe Erdschwerkraft. Das genügte, um ein Herumschweben zu vermeiden, verhinderte aber gleichzeitig, dass man schnell vorankam, vor allem dann, wenn sich sehr müde Besatzungsmitglieder nicht mehr an das Gravitationstraining erinnern konnten. Überall saßen noch Leute in den Gängen. Das Schiff war zu eng für über 400 atmende, essende und vollkommen erschöpfte Menschen. Die meisten hatten sich dauerhaft fixiert, starrten ins Leere, schliefen und bluteten in ihre Verbände. Es gab gedämpfte Unterhaltungen und die Blicke der Passiven begleiteten die Aktiven, die sich sorgfältig einen Weg durch die engen Gänge bahnten, allzeit bereit, sich an die Wände zu gurten, falls das Warnsignal ertönen sollte. Schiff, was ist hier los? Die Stimme eines Verwundeten ließ Markus innehalten. Er hatte beide Beine mit Gelverbänden bandagiert, ein Hinweis auf schwere Verbrennungen. Die drei Mietplaster auf seinem Nacken wiederum wiesen auf starke Schmerzmittel hin. Der Blick des Mannes, dessen Uniform ihn als Besatzungsmitglied der Salvator auswies, schien klar. Er hatte einen Arm in Markus Richtung erhoben, um seine Aufmerksamkeit zu erregen. Er wirkte nicht aggressiv. Er wollte einfach nur reden und nicht immer nur in die Gesichter anderer Leute starren, die auch nichts zu tun hatten. Wir Gemurmel der anderen Geretteten halte durch den Gang. Es klang nicht zornig, zumindest nicht nach außen hin. Stattdessen nahm Markus' frustrierte Langeweile wahr. Der Druck der Niederlage lastete auf ihnen allen. Markus sah Margie an, die mit den Schultern zuckte. Sie waren Techniker. Was wussten sie schon? Käpt'n Ark wird sich melden, wenn es etwas zu berichten gibt, sagte Markus mit mehr Zuversicht, als er wirklich empfand. Ark? Was ist das für eine? fragte jemand. Woher kommt sie? wollte ein zweiter wissen. Khalid, sagte Markus knapp. Keiner entgegnete etwas. Khalid war eine der ersten Kolonien Terras gewesen. Ein Kerngebiet der Republik, das immer treu auf Seiten der Regierung gestanden hatte. Kein Gouverneur dort käme auf die Idee, sich gegen die rechtmäßige Verwaltung der Menschheit zu stellen. Daher galten die Offiziere von dort als ebenso verlässlich. Markus, der selbst vom Mars stammte, hatte eine etwas differenzierte Sichtweise. Auch auf Khalid gab es Widerstand. zu verscherzen, und jetzt bekam sie dafür die Quittung präsentiert. Wir müssen weiter, sagte Maggi und zog Markus am Arm. Doch er wollte die Leute hier nicht so hocken lassen. Er war zwar kein Führungsoffizier, hatte keine Autorität und musste nichts tun. Aber dies hier war sein Schiff und diese Geretteten waren ihre Gäste. An ihnen vorbeizulaufen, ohne zumindest den Versuch zu unternehmen, passende Worte zu finden, führte sich grundfalsch an. Captain Ark ist eine hervorragende Kommandantin, sagte er so laut, dass ihn jeder verstand. Sie hat die Proxima am Leben erhalten, während andere mit ihren Schiffen versagten. Sie hat euch alle eingesammelt, obwohl uns die Kolonialen immer noch auf den Fersen sind. Sie wird weiterhin alles tun, um uns in Sicherheit zu bringen. Wird das genügen? Er zuckte betont mit den Schultern. Ich weiß es nicht. Sie weiß es nicht. Aber es ist besser als vorher. Besser als in Druck an Zügen durch das All zu treiben. Ruht euch aus. Entspannt euch. Trinkt etwas. Schlaft, wenn ihr könnt. Er zeigte auf Margie und sich. Wir arbeiten und tun alles, was in unserer Macht steht, um euch sicher nach Hause zu bringen. Captain Ark ist genauso. Mehr weiß ich nicht zu sagen. Er sah sich auffordernd um. Der Bandagierte nickte ihm zu. Daran zweifeln wir nicht, Kamerad. Nichts für ungut. Wieder ertönte Gemurmel. Diesmal klang es fast entschuldigend. Margie zog Margie ein zweites Mal am Ärmel. Komm! Jetzt folgte er der Aufforderung. Er bemerkte ihren Blick und vielleicht irrte er sich, aber lag darin nicht ein winziger Hauch von Bewunderung? Er wollte sich dieser Illusion gerne hingeben, denn sie belebte ihn mehr als die verdammten Pillen. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, Captain, sagte Bonet schmeichelnd und wies auf den zweiten Sessel in seiner Kabine, den ihm sein Faktotum Miller diensteifrig besorgt hatte. Arck schaute den Admiral fragend an, zögerte kaum merklich und nahm schließlich mit einer fast schuldbewussten Miene Platz. Bonet fand, dass sie ganz angenehm aussah. »Khalid war war.« »Khalid« und die Umgebung färbte sich auf den Menschenschlag ab. Die leicht gebräunte Hautfarbe und die mandelförmigen schwarzen Augen hatten etwas Attraktives, wenn man auf diesen Typ stand. Arcks Körper war, wie es sich für eine Offizierin gehörte, gut trainiert, und Bonets Blick ruhte wohlgefällig auf den runden, apfelgroßen Brüsten, die sich unter der Uniform abzeichneten. Natürlich hatte er keine Chance, sich an Ark heranzumachen. Erst wenn sie im Gefangenenlager saß, gab es sicher die Möglichkeit, sich für Hafterleichterungen gewisse Dienste zu sichern. Ein durchaus erquickender Gedanke. Abgesehen von all dem wirkte sie sehr erschöpft, hielt sich aber mit großer Selbstdisziplin aufrecht. Bonet hatte absolut kein Mitleid mit ihr. »Ich bin sehr beschäftigt, Admiral. Wir sind weiterhin bestrebt, den Kolonialen zu entkommen, sagte sie knapp. Es klang beinahe ein wenig unhöflich. Bonet sah ihr an, dass sie sich in seiner Gegenwart unwohl fühlte. Das war gut, denn es half seiner Autorität, und es machte den Gedanken, dass sie ihm vielleicht irgendwann zu Willen sein würde, gleich noch einmal anregender. Bonet lächelte weiterhin. Es dauert nicht lange. Ich weiß, dass sie sehr beschäftigt sind und ich respektiere das. Die Situation ist sicher schwierig für sie, so ganz ohne Offiziere. Ich habe eine gute Mannschaft. Wir haben es bisher hervorragend gemeistert. Natürlich. Aber sie haben mir bislang noch nicht Bericht erstattet. Ich habe gern darüber hinweggesehen, weil wir in einer Not Situation sind. Aber wir sollten nicht vergessen, dass ich formal der Offizier mit dem höchsten Dienstgrad an Bord dieses Schiffes bin. Ich will das nicht heraushängen lassen, denn ich bin kein Teil ihrer Befehlskette. Aber ich fände es schon angebracht, wenn sie mich hin und wieder auf den neuesten Stand bringen würden, Captain. Sicher, Admiral, Sie haben Zugang zu allen Briefings und zum Logbuch. Vor allem in Letzterem habe ich sehr genau vermerkt, wo die Probleme liegen und wo wir Fortschritte erzielen. In der Tat. Bonet konnte nicht abstreiten, dass sich arg durchaus um Richte ermüdete, vor allem, weil er dadurch nicht das tun konnte, was er eigentlich wollte. Die Kommandantin richtig einschätzen, um zu erkennen, wie weit er sie in eine Richtung schubsen konnte, ohne dass sie misstrauisch wurde. Also musste sie persönlich vor ihm erscheinen, auch wenn es ihr nicht recht war. Arg wartete auf eine weitere Reaktion, und als Keine kam und Bonet sie nur etwas versonnen anschaute, ergriff sie erneut das Wort. Haben sie Fragen zu meinem Logbuch? Bonet zog die Zeit bis zu seiner Antwort etwas in die Länge, als müsste er erst nachdenken. Sie zappeln zu lassen gehört zu seiner Taktik. Sie blieb äußerlich ruhig und hatte sich offenbar gut im Griff. Ich habe vor allem eine Frage. Haben wir überhaupt eine Chance, unseren Verfolgern zu entkommen Ketten? Oder müssen wir irgendwann einsehen, dass wir einen Plan B benötigen? Arc sah ihn nicht wirklich böse, aber doch sehr unwillig an. Natürlich, sie wollte nicht an einen Plan B denken, von dem sie beide wussten, dass er nur in einer Kapitulation bestehen konnte. Bonet verstand das gut. Aber ihr Plan B war sein Plan A und er hatte ein sehr persönliches Interesse daran, ihn Realität werden zu lassen. Wer wusste, ob man ihn je von hier fort hohen konnte? Die Proxima hatte bewiesen, dass sie einiges einstecken konnte. Und Art war alles andere als unfähig. Er musste sich selbst um sein Schicksal kümmern. Wir haben gute Chancen, Admiral. Die Triebwerke unserer beiden Schiffe laufen reibungslos und wir haben einen ordentlichen Vorsprung vor unseren Verfolgern. Die Reparaturen am Hyperantrieb werden mit Hochdruck erledigt. Wir müssen nur noch ein wenig länger durchhalten. Ich respektiere ihren Mut und ihre Entschlossenheit, sagte Bonet. Doch in seinen Augen spiegelte sich dieser Respekt bestimmt nicht wieder. Er sah arg kalt und berechnet an. Außerdem gefiel ihm ihre Antwort nicht. Sie war zu selbstbewusst. Er brauchte Zweifel in ihrem Kopf. Starke Zweifel. Aber lassen wir uns nicht von unseren Hoffnungen blenden. Wir haben eine Schlacht verloren, in die wir alles geworfen haben. Die inneren Systeme liegen offen und weitgehend hilflos vor dem Fall. Selbst wenn uns die Flucht gelingt. Wohin wollen wir eigentlich? Nach Vega, zum Hauptquartier. Das ist der Standardsammelpunkt und die beste Befestigung weit und breit. Damit hatte sie zweifelsohne Recht. Er hatte nichts anderes erwartet. Und dann? Das entscheidet die Flottenführung, der Präsident der Republik, der Senat. Ich führe die Befehle aus, wie es meine Pflicht ist. So eine ist sie also, dachte er. Eine von der loyalen Sorte. Kalid wurde seinem Ruf gerecht. Unsere größte Pflicht besteht darin, für die Sicherheit der Überlebenden zu sorgen. Hat man uns kein Angebot zur Kapitulation gemacht? Arck zuckte kaum merklich zusammen. Bonet verbarg seine Triumph. So weit her war es mit der Transparenz also doch nicht. Ein Gespräch hatte stattgefunden und sie wollte eindeutig nicht darüber reden. Bonet beglückwünschte sich zu seinem treffsicheren Instinkt. Er war sich recht sicher gewesen, dass jemand wie LaSalle es wenigstens versucht hätte. Allein schon, weil er wusste, dass Bonet hier an Bord war. Es gab ein Angebot, sagte sie widerwillig. Das Erwartende? Kapitulation? Gefangennahme und ehrenvolle Behandlung? Zumindest waren das die Worte. Ich traue den Absichten und Taten dahinter nicht. Wer sprach mit ihnen? LaSalle persönlich. Wirkte er ehrlich? Er ist ein Arschloch. Bonet nickte, wusste aber, dass es nicht wie eine Zustimmung wirkte. Arg holte Tiefluft, doch der erwartete Einwand kam nicht. Bonet nickte erneut, diesmal bekräftigend. Natürlich war LaSalle ein Arschloch, aber das machte nichts, wenn man auf derselben Seite stand. Käpt'n, Sie haben hier das Kommando. Sie müssen entscheiden. Ich stehe natürlich hinter Ihnen. Und wenn Sie suchen, müssen Sie nur fragen. Argg verbarg ihre Erleichterung nur unzureichend. Sie hatte wohl Gedrängel und Gejammer von ihm erwartet, aber so plump gedachte Bonet nicht vorzugehen. »Danke, Admiral.« »Bedenken Sie jedoch eines. Loyalität und Gehorsam sind belastbar. Aber auch diese Eigenschaften geraten irgendwann an ihre Grenzen. Sie müssen abwägen, wann diese Grenzen erreicht sind.« Sie sah ihn an, als würde sie nicht verstehen, was er meinte. Aber er wusste es besser. Sie wollte nicht hören, was er damit sagen wollte. Dennoch neigte sie bestätigend den Kopf. Sie hatte sich wirklich ganz gut im Griff. »Das ist mir bewusst. Gut, dann will ich sie nicht länger von ihren Pflichten abhalten. Bitte seien Sie so gut und lassen Sie uns dieses Gespräch bald fortsetzen. Es ist besser zu reden, als Lockbücher zu lesen. Bonet zögerte kurz. »Den genauen Verlauf des Gesprächs mit den Kolonialen werden sie noch eintragen? Ich werde die Aufzeichnung sofort für sie freigeben. Das ist gut. Danke, Captain Ark. Ark ging. Sie floh beinahe. So schnell waren ihre von Erleichterung getriebenen Schritte. Bonet schloss die Tür hinter ihr und nickte nachdenklich vor sich hin. Die Frau war eine treue Seele, fantasielos und loyal. Loyalität war an sich eine gute Sache, doch man durfte es mit ihr nicht übertreiben. Ark war unflexibel, starr. Das konnte man nutzen. Bonet lächelte. Nun musste er prüfen, ob andere Besatzungsmitglieder diese Starrheit teilten oder zu einer flexibleren Herangehensweise in der Lage waren. Wo steckte Miller? Es war an der Zeit, den Adjutanten mit neuen Aufgaben zu betrauen, damit er sich nicht ans Nichtstun gewöhnte. Was haben wir? Markus rieb sich einmal mehr die Augen und bereute es umgehend. Die Berührung der überreizten Bindehäute verursachte sofort ein übles Brennen. Er schloss die Lieder, was ebenfalls unangenehm war, öffnete sie wieder und blinzelte unter Schmerzen die Tränen weg. Der Fluch, der über seine Lippen kam, war herzhaft und ehrlich und wurde von den anderen Anwesenden mit beifälligem Kopfnicken begrüßt. Sie alle wussten, was er empfand. Im Gegensatz zu ihm hielten sie ihre Hände von ihren Augen fern und sein Leid bestärkte sie offensichtlich in ihrer Entschlusskraft. Er war ihnen ein schlechtes Vorbild und das war mittlerweile schon der beste Beitrag, den er zum Wohl der Mannschaft leisten konnte. Er musste sich beherrschen. Der Käpt'n stand im Maschinenraum. Sie war eine beeindruckende Frau. Ihre Binde heute sahen tadellos aus. Aber vielleicht sah es auch nicht so genau. Sie beachtete Marcus nicht. Ihre Aufmerksamkeit war ganz auf Thompson gerichtet, der sich unter ihrem Blick sichtlich unwohl fühlte. Käpt'n, wir brauchen noch etwas Zeit. Der Chefingenieur hatte die Hände eine Spur zu verkrampft ineinander gelegt. Hin und wieder schaute er zu Boden, als könnte er Args Blick nicht allzu lange stand halten. Er war sonst nicht so. Aber diese Mischung aus Trotz und Furcht hatte sicher auch mit seiner eigenen Erschöpfung zu tun. Sie hatten etwas von zwölf Stunden gesagt, warf Agim vor. Ihre Stimme klang sehr müde. Die unterschwellige Kritik war aber gut hörbar und kam beim Adressaten an. Thompson rieb sich die Stirn. Einer der anderen Techniker murmelte etwas Unverständliches. Es klang wie eine Unterstützung und der Chefingenieur hatte Zuspruch dringend nötig. Es wird länger daran. Das ist unerfreulich Thompson. Das ist sicher für uns alle. Was ist das Problem? Die dritte Hyperspule. Wir waren wirklich schon sehr weit und an sich guter Dinge. Dann haben wir noch einmal genau nachgeschaut und einige feine Haare entdeckt. Die meisten haben wir gepflegt, aber der Energiefluss muss nur eingestellt werden. Eine falsche Aufladung und uns fliegt alles um die Ohren. Ich scherze nicht. Das ist keine Bagatelle. Das ist wichtig. Haag nahm es ihm wohl ab. Sie wirkte ganz und gar nicht amüsiert, aber jeder wusste, dass sie Thompson im Grunde vertraute und er ihr keinen Schwachsinn auftischte. Zu scherzen sind wir alle nicht aufgelegt. Es geht mir nicht darum, Ihnen oder Ihren Leuten irgendwelche Vorwürfe zu machen, Thompson. Mit Verzögerungen war wohl zu rechnen. Wir haben immer noch einen ordentlichen Vorsprung. Wie lange also? Für einen Moment sah es so aus, als wollte sich Thompson hilfesuchend umsehen. Marcus hatte kein Mitleid mit ihm, zumindest keines, das über sein eigenes Selbstmitleid hinausging. Sie waren alle schlecht dran. Außerdem brannten seine Augen immer noch. Er wollte doch nur ins Bett. Ich bin mir wie lange Thompson. Nein, so bekam sie ihn nicht. Markus musste dem Mann unwillkürlich Respekt zollen, als dieser sprach. Er holte Tiefluft, drückte den Rücken durch, schaute nicht mehr auf den Boden und hob die Stimme. Vielleicht führte er sich in die Ecke gedrängt, was ihm offensichtlich kein bisschen gefiel. Captain, schauen Sie sich die Leute an. Ich habe zwei Möglichkeiten. Ich lasse sie weiter arbeiten, dann werden sie Fehler machen. Und diese Fehler werden die Reparaturzeit im günstigsten Fall verlängern oder im schlechtesten Falle dazu führen, dass die Proxima explodiert. Oder ich gebe jedem sechs Stunden Schlaf. Minimum. Und lasse sie dann durcharbeiten. Wir verlieren sechs Stunden. Aber die Gefahr eines Ausfalls ist geringer. Entscheiden Sie, Captain. Das waren mutige Worte. Thompson konnte sich das vielleicht sogar leisten. Ark respektierte Mut, und es war bekannt, dass man ihr keinesfalls immer nach dem Mund reden musste. Ark vertrug es also. So viel wusste Markus über diese Frau. Egal, wie weit sie in der Hierarchie über allen stand. Sie sah Thompson für einen Moment nachdenklich an. Vielleicht erinnerte sie sich an ihre eigene Erschöpfung. Markus wollte gar nicht wissen, wie viele Wachmacher sie schon geschluckt hatte und was das irgendwann mit ihrem Körper anstellen würde. Sie machen es sich einfach, sagte Ark und klang tatsächlich ein ganz klein wenig belustigt. Sie sprach leise und in ihrem Tonfall lag kein Vorwurf. Sie sind der Kapitän. Schön, dass wir das geklärt haben. Die Offizierin sah sich um und Markus hatte das Gefühl, dass ihr Blick etwas länger auf ihm als auf den anderen ruhte. In ihrer Gegenwart zu Fluchen hatte bestimmt dabei geholfen, sich bemerkbar zu machen. Er war sich sicher, dass er Eindruck hinterließ. Als Symbol personifizierter Müdigkeit. Er musste sich nicht einmal anstrengen. Gab das den Ausschlag? Markus meinte erst, sich verhört zu haben, als sie die Worte aussprach. Gut, sechs Stunden. Und mit diesen knappen Worten drehte sie sich um und verließ die Abteilung. Ein Seufzen ging durch die versammelte Schadetechniker. Thompson schaute ihr hinterher und man sah ihm seine Erleichterung an. Das galt für sie alle. Einige stöhnten nahezu vor Glück. Die ersten sahen sich um, wohl auf der Suche nach einem Schlafplatz. Die Auswahl war begrenzt. Er hat die Kommandantin gehört. Sechs Stunden Schlaf. Das ist ein Befehl. Er gilt ab jetzt und für alle. Es gab Befehle, die zu Murren und Klagen führten. Manche wurden auch trotz aller militärischen Disziplin nicht ganz so schnell ausgeführt, wie man es sich wünschte. Dieser hier gehörte jedoch nicht in eine solche Kategorie. Die Unterkünfte waren mit Verletzten überfüllt, also suchte sich jeder eine Ecke, wo er konnte, und verankerte den Druckanzug an der Wand. Manche fanden Uniformteile, die sie zu einem Kissen zusammenrollen konnten, was ihnen neidvolle Blicke ihrer Kameraden einbrachte. Doch der Neid hielt nicht lange vor. binnen kurzer Zeit hörte man das erste Schnarchen und eine fast schon weihevolle Besinnlichkeit senkte sich über eine Abteilung, die eben noch der Inbegriff fiebriger Aktivität gewesen war. Jemand dimmte das Licht. Ruhe kehrte ein. Endlich Ruhe! Markus lag neben Margie. Er benutzte seine Jacke als Kissen. Sie drückten seinen Hals, aber das war zu ertragen. Er erwartete sofort einzunicken und streckte die Beine aus. Seine Erwartung wurde enttäuscht. Markus konnte nicht einschlafen. Es war wie verhext. Er lag gar nicht mal unbequem da, schloss die Augen und versuchte alle negativen Gedanken aus seinem Kopf zu verwannen. Doch sein Körper, der durch zu viele Drogen unterschiedlicher Herkunft aufgeputscht war, verweigerte ihm die notwendige Entspannung. In seinem Kopf kreiste ein Karussell und der Gedankenstrom riss nicht ab. Erinnerungen an bessere Zeiten und tote Kameraden, deren schmerzhaftes Ende er zum Teil selbst miterlebt hatte, plagten ihn. Hoffnungen, die er kaum zu hegen wagte, blitzten auf, und dann folgten plötzlich Zweifel wie »Habe ich den Kupplern Sektion 3 richtig befestigt?« Die Frage überfiel ihn aus dem Nichts und ließ ihn minutenlang nicht los, bis er in seiner Erinnerung die passende Antwort gefunden hatte. Der Kuppler saß, dessen konnte er sicher sein. Doch der Schlaf blieb ihm weiterhin verwehrt. Wie konnte das sein? Und es wurde immer schlimmer. Die Angst, diese wunderbare Chance zu verpassen, stundenlang wach zu liegen und dabei immer verzweifelter, um eine Ruhe zu ringen, die sich einfach nicht einstellen wollte, quähte ihn. Wann würde er denn wieder solch eine Gelegenheit bekommen? Vielleicht erst in 24 Stunden oder nach einer noch längeren Wachperiode. Er würde vor Erschöpfung wahnsinnig werden. Er fühlte sich jetzt schon sollte er um ein Schlafmittel bitten. Aber das konnte in Kombination mit all den anderen Medikamenten, die er bereits eingenommen hatte, fatale Folgen haben. An das Zählen von Schäfchen glaubte Markus auch nicht. Er spürte, wie Schweiß auf seine Stirn trat und ihm heiß im Gesicht wurde. Er riß die Augen auf, blinzete ins Halbdunkel der schwach beleuchteten Abteilung und lauschte den Atemgeräuschen der anderen. War er wirklich der Einzige, der nicht einfach so abschalten konnte? Jetzt empfand er Panik, die ihn ansprang wie ein Raubtier aus der Dunkelheit. Er atmete schwer. Er versuchte, sich zur Ruhe zu zwingen, doch Zwang funktionierte nie. Markus fühlte sich nicht wohl. Er ermahnte sich, beschimpfte sich, aber es half nichts. Ein angstvoller Blick auf die Uhr bestätigte ihm seine schlimmste Vermutung. Fünfundvierzig Minuten seiner kostbaren Ruhezeit hatte er bereits damit verbracht, verzweifelt zu sein. Wie konnten die anderen nur so gut einschlafen? Hatten sie nichts gesehen, nichts gehört? Hatten sie alles verdrängt und achtlos beiseite geschoben? Er konnte das nicht. In seinem Kopf wollte es nicht aufhören zu rumoren. Der Krieg und seine Folgen steckten ihm stärk in den Knochen, als er erwartet hätte. Gegen seinen Willen stieß er ein leises Stöhnen aus. Es war ein klarer Ausdruck seines Leids. »Marcus«, wisperte eine vertraute Stimme. »Margie«, er schämte sich beinahe. »Du solltest schlafen«, flüsterte er. »Du hast gestöhnt, so als hättest du Schmerzen.« Er schämte sich noch mehr. Natürlich hatte sie das gehört. Margie lag unmittelbar in seiner Nähe und musste einen leichten Schlaf haben. »Tut mir leid, das kommt nicht wieder vor«, raunte er schuldbewusst zurück. Er spürte eine Bewegung, und dann sah er Margies Gesicht vor seinem. »Marcus, was ist los?« »Nicht's. Komm mir nicht damit.« Er führte den Hauch der Worte aus ihrem Mund. Die Frau war ein Wunder. Tagelang nur Konzentratriegel, Wasser und wenig Zahnhygiene, und sie hatte absolut keinen Mundgeruch. Und warum war das etwas, das ihm jetzt auffiel? Er war wirklich verrückt. »Ich kann nicht schlafen«, gab er zu. Eine Lüge hätte ja ohnehin nichts genützt. Ich bin völlig aufgedreht. Aha. Ich in meinem Kopf ist alles völlig durcheinander. Ich verstehe.« Die Berührung kam wie aus dem Nichts. Markus spürte den warmen, leicht feuchten Kuss, die Weichheit ihrer Lippen und den Hauch ihres Atems auf seiner Haut. Es war eine Geste, die alles sein konnte, Mitleid, Fürsorge, vielleicht sogar Zuneigung, aber auf jeden Fall eines war. Ein Geschenk, aus freien Stücken gegeben und mehr wert als ein Kissen oder die Gnade des gedimmten Lichtes. Es war ein Moment der Zuwendung, der allein ihm galt. Markus war in diesem Augenblick so dankbar, beinahe gerührt, dass er kein Wort hervorbrachte. Ich werde dich so lange küssen, bis du schläfst, flüsterte Magi ihr Versprechen. Damit sorgst du eher für das Gegenteil, war seine schwache Antwort. Mach die Augen zu. Er tat es. Dann fühlte er Magis Lippen unendlich sanft auf seinen Augen Lidern. Da brannte nichts. Sie küßte ihn erst auf der einen, dann auf der anderen Seite. Dann wechselte sie unablässig hin und her, nicht hektisch, sondern sorgfältig und schmeichelnd. Jede Berührung war ein eigener Moment der Hingabe, ein Zeichen, dass sich jemand kümmerte. Jemand kümmerte sich. Marcus Hamilton konnte nicht anders, als endlich einzuschlafen. Er fühlte sich behütet, wie selten zuvor in seinem Leben. Schlaf. Wie betäubt fiel er in ein traumloses, dunkles, schwarzes und tiefes Loch, dessen Umarmung er willkommen hieß. Sein Aufwachen war nicht so angenehm. Das jammernde Kreischen der Alarmsirene riss ihn aus seiner Versenkung. Er fühlte sich wie benebelt und spürte eine plötzliche Übelkeit in sich aufsteigen. Mühsam und etwas orientierungslos richtete er sich auf. Wie lange hatte er geschlafen? Es konnte sich nur um Minuten gehandelt haben. Ein Blick auf die Uhr belehrte ihn eines Besseren. Fast die volle Zeit, die ihnen Captain Ark zugebilligt hatte. Alarm! Er sah sich um. Überall entdeckte er verschlafene verklebte Gesichter voller Unwillen und Verwirrung. Thompson saß auf seinem Sessel und auf den Schirmen prangte das Gesicht der Kommandantin. Wir werden angegriffen! Alle Besatzung auf Gefechtsstation! Bereithalten für plötzliches Beschleunigen und Wendemanöver! Ich wiederhole! Markus fluchte. Sein Blick sucht und fand den von Margie und sie nickte ihm aufmunternd zu. Was würde er nur ohne sie machen? Was ist unsere Gefechtsstation? fragte sie. Irgendwie hatte man sie ihm zugeteilt, ohne ihr die übliche Einweisung zu geben. Die seitlichen Generatoren, Wartung und Reparatur und im Fall eines Enter-Versuchs sind wir Gefechtstrupp 7A und schließen uns den Marines an. Margie verzog das Gesicht. Natürlich war das nur eine Eventualität. Aber in ihrer Situation war es gleichzeitig eine konkrete Aussicht. Ich dachte, dass wir einen Vorsprung vor den Kolonialen haben, sagte Margie, als sie ihre Ausrüstung packten und losrannten. Schlafmangel und körperliche Überlastung sorgten dafür, dass sie beide wankten. Marcus riss sich zusammen und fand irgendwie neue Disziplin und Kraft. Nachdem ihn Margie mit so viel Zuneigung bedacht hatte, wollte er vor ihr nun keine Schwäche zeigen. Das dachte ich auch. Vielleicht handelte es sich um einen Überraschungsgegner. Oder jemand auf der Brücke hatte geschlafen. Jemand, der sich nicht ganz so viele Sorgen gemacht hatte wie er. Was es auch war, sie mussten jetzt reagieren. Marcus reparierte. Leitungen, Verteiler, Module, Speicher, Generatoren, alles, womit er sich auskannte. Er flickte, was er konnte, ersetzte, improvisierte und gab auch manchmal entnervt auf. Und er betete. In Momenten wie diesen fanden viele den Weg zur Religion. Margie berührte ihn am Arm. Es war eine weitere Geste der Vertraulichkeit und Marcus schöpfte neue Kraft daraus. Niemand konnte sagen, ob sie es schaffen würden, aus dieser Krisensituation zu entkommen. Aber die Gewissheit, dass Margie an seiner Seite war, spendete Marcus mehr Trost, als er verhalten hätte. Er war nicht allein. Und das war ein wirklich beruhigendes Gefühl. Er hoffte nur, dass er später noch Gelegenheit haben würde, sich bei Margie für ihre liebevolle Aufmerksamkeit zu revanchieren. Was haben wir? Simeon war ein guter Junge. Er hielt sich tapfer. Und Arg brauchte jetzt jemanden, der sich tapfer hielt. Seine Stimme klang kratzig, als er antwortete, aber sie schwankte nicht. Er hatte sechs Stunden geschlafen. Darauf hatte sie geachtet. Wie viele hatte sie bekommen? Sie wollte gar nicht daran denken. Ein zweites Geschwader aus Jägerkillern. Sie haben sich hinter dem Mond des zweiten Planeten verborgen und sich wohl totgestellt. Sie nähern sich uns mit einem für sie idealen Vektor. Ein Geschwader? Korrigiere. Zwei Schiffe. Wiederhole. Zwei Jägerkiller sind im Anflug. Arck nickte. Der Kartentank flackerte immer noch hin und her, als ob er sich unschlüssig wäre, ob er seine Tätigkeit aufnehmen sollte oder nicht. Drei rotglühende Blips zeichneten sich darauf ab, und an ihrem Kurs konnte kein Zweifel bestehen. Die zwei Jägerkiller unterstützten den Tesors, und diesem Geschwader entkam Arck nicht dadurch, dass sie einen Regler nach vornschob und Thompson zum Fluchen brachte. Rufen Sie die Achat, ich muss Captain Yin sprechen. Sechs Stunden waren eine lange Zeit, und auch auf der begleitenden Corvette war man keinesfalls untätig gewesen. Arck wusste, dass sie dort in der Zwischenzeit die Funkanlage wieder geflickt hatten, zumindest was die normale lichtschnelle Verbindung anging. Captain Jins hageres Gesicht tauchte auf dem Schirm an Achs Kommandosessel auf. Er wirkte gelassen, fast heiter. Wahrscheinlich war auch ihm schon beinahe alles egal. Das ist eine böse Überraschung, begann er ohne Umschweife. Ist Ihre Spule immer noch defekt? Dies wäre jetzt nämlich wirklich eine gute Gelegenheit für einen Sprung. Ich kann leider nichts Positives berichten, erwiderte Arck. Yin verzog das Gesicht. Bedauerlich, wie gehen wir vor? Es sind drei Jägerkiller. Wir sind zu zweit. Wir sind demnach mehrfach überlegen. Unter anderen Umständen hätte sie das witzig gefunden. Nehmen Sie die Achat aus dem Kampf und springen Sie alleine hin. Sie haben lange genug auf uns aufgepasst. Der Offizier lachte freudlos auf. Das könnte Ihnen so passen. Wir haben beide noch relativ volle Magazine, Käpt'n und drei Jägerkiller sind nicht so leicht zu besiegen, wenn man angeschlagen ist. Ich glaube, dass sie die Hilfe der Achat brauchen. Tatsächlich glaube ich, dass wir sie gemeinsam abwehren können. Arg widersprach ihn nicht einmal. Die Proxima konnte es im guten Zustand durchaus mit den drei kleinen Einheiten aufnehmen, aber von einem solchen war das Schiff trotz aller Anstrengungen noch viele Stunden Arg unterdrückte den Impuls, Jinn einen eindeutigen Befehl zu geben, da sie ihn nicht in die Verlegenheit bringen wollte, ihn offen zu verweigern, was er zweifelsohne tun würde. Also stand ihnen ein gemeinsamer Kampf bevor. Das fühlte sich auch besser an. Ich danke Ihnen. Vergrößern Sie den Abstand und peilen Sie die Gegner mit den Langstrecken Raketen an. Meine Daten zufolge haben Sie noch genug für drei volle Salven. Seit die Verbindung wieder funktionierte, hatten sie die Bestandsdaten ihrer Schiffe ausgetauscht und sich gemeinsam ein gutes Bild über ihre Situation verschafft, inklusive des Füllstands ihrer Magazine. Ich warte auf Ihre Befehle. Mein erster Offizier ist tot. Ich arbeite mit Notbesatzung. Wir schalten die Taktikcomputer aus und lassen die verständnisvoll. Da es auf der Achat bisher kaum Tote gegeben hatte, war Jins Schiff aktuell überfüllt. Sobald sich eine Gelegenheit dafür ergab, würde Ark ihn um den einen oder anderen Offizier bitten. Die allermeisten der aufgegriffenen Schiffbrüchigen waren leider ebenfalls keine. Ihr fehlte es an allen Ecken und Enden an Führungspersonal. Verstanden? Jins Gesicht verblasste. Ark vermisste ihren toten ersten Offizier sehr. Nicht nur, weil sie gut mit ihm zurecht gekommen war, sondern auch, weil sie ihn jetzt wirklich hätte gebrauchen können. Sie schaute sich um. Ihr Blick fiel auf den Kadetten in Reichweite. Simeon wurde zu einem vertrauten Gesicht. Simeon? Captain? Wie waren Ihre Taktiknoten auf der Akademie? Simeon wurde blas. Ich hatte 89 von 100 Punkten, Captain. Das ist gut genug. Hiermit befördere ich Sie zum Lieutenant. Es ist nur eine Schlachtfeldbeförderung, aber ich würde mich doch sehr wundern, wenn man sie ihnen nach all dem wieder aberkennen würde. Glückwunsch! Der junge Mann sah sie verdattert an, reagierte aber schnell, und es war, als hätte ihn eine neue Energie erfüllt. Es war eine kleine Geste gewesen, die arg nichts gekostet hatte, aber oft gaben solche Kleinigkeiten und arbeiten sie Angriffs- und Verteidigungsvektoren aus. Schauen Sie sich die Vorschläge der KI an. Machen Sie mir Vorschläge. Dem ehemaligen Kadetten war anzusehen, dass er sich sofort überfordert führte, aber auch, dass er einsah, dass jeder Protest Zeitverschwendung war. Er setzte sich, wie befohlen. Er sah nicht glücklich aus. Sadia arg bestimmt auch nicht. Sie öffnete das kleine Paneel mit den Waffen Kontrollen. Die Schlacht war für die Proxima auf eine gewisse Weise nicht gut verlaufen. Sie hatte wenig Gelegenheit gehabt, die eigenen Magazine zu entleeren. So umfassend hatten die Kolonialen in der ersten Phase des Aufeinandertreffens unter den Schiffen der Republik gewütet. Als älteres Schiff war Args Zerstörer Teil der zweiten Reihe gewesen, soweit man im Weltall von und nur einen echten Kampf ausgefochten, der sie schwer getroffen hatte und vor dem sie letztendlich davongelaufen war. Es gab keinen Ruhm, keine Kerbe im Gewehrkolben, nur eine Menge Angst und Frustration. Immerhin, die Magazine waren noch gut gefüllt. Sie hatten Lang- und Kurzstrecken Raketen sowie Minen, die ihnen in dieser Situation aber nicht viel helfen würden. Die Energiewaffen waren auf diese Entfernungen weitgehend nutzlos, denn die Streuung verwandelte sie nach wenigen Kilometern in ein harmloses Feuerwerk. Und Ark hoffte, dass sie ihre Gegner nicht weit genug an sich heranlassen musste, um sie einsetzen zu können. Oft war es ein letzter Akt der Verzweiflung, der meist nur geringe Auswirkungen hatte. Andererseits war ihnen Verzweiflung derzeit nicht fremd. Ark zwang sich, die Bereitschaftsmeldungen der Energiekanonen zu prüfen. Alles im grünen Bereich. Sie schaut auf den Kartentank und sah die roten Blips herankriechen wie eine stumme Drohung. Simeon, was haben Sie für mich? Der junge Mann zögerte nicht lange. Er wischte über seine Kontrollen und grüne und rote Linien überflogen nun in verwirrender Vielfalt den Kartentank. Die KI hatte sicher die Meisterarbeit gemacht und man erkannte, dass die Kurse der beiden fliehenden Schiffe Information dargestellt wurden. Es gibt mehrere Optionen, sagte der frisch beförderte Offizier mit leicht brüchiger Stimme. Etwas offensivere und etwas vorsichtigere und sie unterscheiden sich im Einsatz der Kampfmittel. Es kommt darauf an, wie viele Raketen wir anschließend noch behalten wollen. Und wofür? war der Teil des Satzes, den Simeon nicht aussprach, den sie aber zweifellos alle im Geist hinzufügten. Ark verschaffte sich einen Überblick. Die Abwägung blieb bei ihr und hing gewissermaßen von ihrer Fähigkeit ab, die Zukunft vorherzusagen. Da diese, wie sich unlängst herausgestellt hatte, sehr begrenzt war, konnte sie am Ende nur raten und hoffen. Das durfte sie jedoch weder zeigen noch anderweitig zugeben. Ein Teil der Autorität eines Kommandanten hing mit der selbstsicheren Ausstrahlung zusammen. Diese Leute folgten ihr, weil sie den Eindruck erweckte, stets alles zu wissen und für alles eine Lösung zu haben. Wann immer sie aus den Augenwinkeln den nervösen Simeon sah, der ihr verstohlene Blicke zuwarf, wurde besonders deutlich, warum das so bleiben musste. Auch wenn es nur Schauspielerei war. Ob frisch beförderter Jungoffizier oder Käpt'n, beide teilten in diesem Moment eine tiefe Ratlosigkeit. Arg unterdrückte ein Seufzen. Es half alles nichts. Wir müssen alles auf eine Karte setzen und mit dem ersten Schlag schon so viel erreichen wie möglich. Wir haben keine Zeit für taktische Spielchen. Unsere Entscheidungsgrundlage ist die Annahme, dass wir bald springen können. Also denke ich, dass Variante A5 die richtige ist. Was meinen Sie, Lieutenant? A5! Jawohl, Käpt'n! Das war eine Frage und ihre Antwort war keine Meinung. Sie sind jetzt ein vollwertiger Offizier. Sie müssen eine Meinung äußern. Simeon wurde rot. Käpt'n, A5 ist unter den von Ihnen vorgegebenen Parametern auch meine bevorzugte Lösung. Er fügte noch hastig ein paar Gründe dafür an. Genug, um arg davon zu überzeugen, dass er nicht schleimen wollte oder es einfach nicht besser wusste. Gut, Simeon hatte was im Kopf. Mark drei und vier laden, alle Batterien, befahl sie. Mark drei und vier, alle Batterien werden geladen, Feuer bereit in zehn Sekunden. Simeon klang jetzt ganz ruhig und gelassen. Vielleicht war er auch einfach zu müde, um sich noch aufzuregen. Oder er hatte tatsächlich ein Talent für Taktik und aus ihm würde noch ein guter Waffenoffizier werden, wenn er das hier überlebte. Die Jägerkiller aktivieren die Zielsuchsysteme, meldete Sarah mit ihrer Keckenmädchenstimme, als ob sie einen schönen Tee-Nachmittag ankündigen würde. Die Jägerkiller laden ihre Batterien. Gefechtsbereitschaft wird Schiff. Verschlusszustand in allen Sektionen. Die Alarmsirenen jaulten auf. Ack nahm ihr Geheul schon gar nicht mehr bewusst wahr. Was laden unsere Feinde Sarah? Unbekannt. Die Werfer sind noch verschlossen. Das war nicht sehr hilfreich. Ack schloss für einen Moment die Augen. Koloniale Jägerkiller unterschieden sich so gut wie gar nicht von den Schiffen der republikanischen Flotte. Nicht zuletzt deswegen, weil die meisten von denselben Werften gebaut worden waren. Es waren sehr schnelle kleine Schiffe mit zwei Werferbatterien, die dafür gebaut waren, rasant zuzuschlagen und im Rudel zu kämpfen. Es waren nur zwei Schiffe in Reichweite. Kein Rudel. Entweder waren die Kommandanten dort drüben sehr leichtsinnig, sehr verzweifelt oder ... Ich möchte genaue Spezifikationen des Feindes. Definieren sie das. Wie groß ist der Durchmesser der Funkschüssel am Bug? Sie sind zu weit entfernt, um das zu errechnen. Genaue Erkenntnisse sind erst bei größerer Annäherung möglich. Wolf Klasse, murmelte Simeon. Natürlich, das würde Sinn ergeben. Große Funkschüsseln wären ein Hinweis. Ack warf dem jungen Mann einen anerkennenden Blick zu, den dieser nicht wahrnahm, da er ganz auf seine Instrumente konzentriert war. Simeon dachte mit, und er dachte wie sie. Das war nicht immer gut, in diesem Moment aber ein Pluspunkt. Wolf Klasse, bestätigte sie laut. Sie tragen Langstrecken-Torpedos, die sehr schnell sind und eine große Reichweite haben. Ja, die Wölfe. Aber sie verfügen nur über begrenzte Zielsuchsysteme, vervollständigte Simeon. Sollten sie jedoch einen Treffer landen, würde das erhebliche Schäden anrichten. Das sind extrem potente Waffen. Es würde ihren Mut erklären, und auch, warum sie noch nicht gefeuert haben, fügte Ack hinzu und nickte sich selbst bestätigend zu, während sie ihren Gedankengang auf Logik überprüfte. Je näher der Feind kam, desto weniger fielen die begrenzten Zielsuchsysteme ins Gewicht. Die Torpedos waren schnell. Lasercluster und I-Düppel zum Abwurf bereit. Bereiten wir uns auf Wölfe vor, befahl sie. Wenn die beiden Jägerkiller doch konventionelle Raketen abfeuerten, würde ihnen das einen Nachteil verschaffen. Auf Torpedos kalibrierte I-Düppel und entsprechend vorprogrammierte Cluster hatten ihre Probleme mit wendigen und steuerbaren Raketen. Aber sie mussten sich entscheiden. Und exakt das hatte sie getan. Torpedos waren stur und dumm. Batterien geladen und bereit, Cluster aufgeladen, I-Düppel bereit. Werfer? Ziele fixiert? Werfer bestätige, Ziele fixiert. Ordne Bezeichnungen Alpha und Beta zu. Der Feind bekam einen Namen. Die Transponder schrien ihren Namen ins All, Celeste und Amelie. Aber es war besser, es nicht zu persönlich zu machen. So hießen hübsche Mädchen. Keine Mordwerkzeuge. Feuer nach eigenem Ermessen. Sie sah, wie Simeon zusammenzuckte. Eigenes Ermessen. Das hatte er bisher bei taktischen Übungen und in Simulationen entschieden. Aber das hier war ein Ernstfall und er hatte die Autorität bekommen. Wie führte er sich? Immer noch überfordert? Ack lächelte still. Es war gut, sich früh an dieses Gefühl zu gewöhnen. Dann irritierte es nicht mehr so, wenn man die wirklich schwierigen Entscheidungen zu treffen hatte. Erwartungsvolle Stille senkte sich über die Brücke. Wenn geredet wurde, dann nur sehr leise, als wollten alle vermeiden, etwas Interessantes zu verpassen. Ack lehnte sich auf ihrem Sessel zurück. Sie würde sich nicht einmischen. Und sie hatte Recht damit. Simeon entschied, wie sie es getan hätte. »Captain, ich habe gefeuert«, meldete Simeon mit nur schwer unterdrückter Nervosität. Die grünen Blips der Raketen erschienen sofort auf dem Kartentank und wanderten auf ihre Ziele zu. Ack wusste natürlich nicht mit absoluter Sicherheit, ob der Mann den richtigen Zeitpunkt gefunden hatte. Das war trotz aller Berechnungen keine Wissenschaft, denn niemand wusste, wie der Feind reagieren würde. Relativistische Geschwindigkeiten und große Entfernungen führten zu langen Reaktionszeiten. Die Waffen wurden immer intelligenter und flexibler, nicht die Männer und Frauen an Bord der Schiffe. Über weite Strecken waren diese nicht mehr als Passagiere. Irgendwann würde man ganz auf sie verzichten können und Raumkämpfe würde man nur noch aus sicherer Entfernung betrachten. Wenn man verlor, musste man mit den Konsequenzen leben. Aber das war ja immer so. Jägerkiller feuern Wölfe ab! Simeon klang beinahe triumphierend und Arg wurde aus ihrer Kontemplation gerissen. Sie hatte ihre Gedanken wandern lassen. Das war beinahe unverzeihlich, doch niemand hat es bemerkt. Status der Abwehrmaßnahmen? Abwehrmaßnahmen aktiv! Arg verspürte eine gewisse Zufriedenheit angesichts der Tatsache, dass sie die richtige Wette platziert hatte. Dennoch schaute sie voller Sorg auf die Darstellung der Scanner. Die rote Wolke aus Torpedos sauste ihnen entgegen, und zwar deutlich schneller als die Raketen, die in die Gegenrichtung unterwegs waren. Als sich die Geschosse auf der Darstellung trafen, hoffte Arg völlig irrational, dass sie sich gegenseitig auslöschen würden. Aber Wölfe waren keine defensiven Geschosse und die tatsächlichen Entfernungen waren viel größer. Sie flogen einfach aneinander vorbei. Wir haben vierzehn Minuten, meldete Sarah, und ihre Mädchenstimme war nun von einem besorgten ernst erfüllt. »Wir haben vierzehn Minuten.« Jeder an Bord der Proxima hörte es. Und Sarah würde die Zeit herunterbeten, damit sich jeder sichern und ruhig in die Hose machen konnte. Ein sanftes Summen erfüllte das Schiff, als die Automatik die Lasercluster unter Spannung setzte. Kleine Rosen aus Laser Ermittern, die über die gesamte Außenhülle des Kreuzers verteilt waren und die letzte Verteidigungslinie gegen Raketen und Torpedos darstellten. Sie konnten nur für kurze Zeit feuern, aber das Energiegewitter, das sie entfachten, war beeindruckend. Die erste Welle gegnerischer Angriffe war meistens zum Scheitern verurteilt, doch dann luden sie auf. Das dauerte. Leider. Natürlich gab es immer wieder die eine oder andere Rakete, die durchkam oder so nah am Schiff detonierte, dass die Schockwelle Schaden anrichtete. Darauf hofften die Angreifer. Das fürchteten die Verteidiger. Es hing immer von der Perspektive ab. Für die Crew der Proxima begann die Furcht schneller, da die Torpedos schneller waren. Wir ändern jetzt den Kurs, befahl Ark. Und es war mehr eine Ankündigung als ein Befehl. Sarah war nun die Pilotin und die Korrektur war vorbereitet. Der Zerstörer zog zur Seite, weniger um den Torpedos sondern eher, um weniger Angriffsfläche zu bieten. Die Torpedos waren unflexible Geschosse und sie mussten sich jeden Vorteil verschaffen, den sie bekommen konnten. Das hatte einen Nachteil. Durch die Veränderung des Flugvektors würden die ersten Verfolger, die ihnen seit dem Ende der Schlacht auf den Fersen waren, etwas mehr aufholen. Aber das waren Probleme, die Ark auf später verschob. Es blieb kaum eine andere Wahl. Acht Minuten. Hörte man Sarah zu, hätte man meinen können, dass sie sich darauf freute. Der KI-Kern war in der Mitte des Schiffes installiert, umgeben von einer massiven Panzerung und einer autonomen Energieversorgung. Es gab genug Kerne, die nach Kämpfen intakt geborgen worden waren, um in Neubauten wiederverwendet zu werden. Seltsam, dachte Ark. Ich bin nie dazu gekommen, Sarah zu fragen, ob... Die Jägerkiller feuern eine zweite Salve, meldete Simeon. Ark blinzelte. Sie musste sich wirklich besser konzentrieren. Torpedos in Reichweite der Cluster. I-Düppel aktiv. Die Täuschkörper sorgten bei Lenkraketen dafür, dass sie viel Ziele gehalten wurden. Bei den starr fliegenden Torpedos konnten sie nicht mehr tun, als zu versuchen, die unausweichliche Detonation früher auszulösen. Düppel Die rote Wolke der ersten Salve flog auf dem Kartentank durch das Düppelfeld, das die Proxima hinter sich ausgelegt hatte, und es waren kaum weniger. Wie zu erwarten. Wie bedauerlich. Ark merkte, dass ihr Mund trocken wurde. Sie tastete nach der Wasserflasche, die an der Seite ihres Sessels befestigt war, führte sie blind an die Lippen und sog am Strohhalm. Leer. Verdammt. Sie hatte vergessen. Cluster aktiviert. Ein Knistern durchzog die Hülle der Proxima, als die Lasercluster sich entduden und die Generatoren sofort mit der Aufladung begannen. Immer wieder schlugen bei den alten Kreuzern schwache elektrische Ladungen durch, wenn die Cluster ihre Energie versprühten, und so bekam die Besatzung ein Gefühl für das, was passierte. Zum Glück war es normalerweise nur ein Geräusch. Aksbik war auf den Kartentank fixiert. Jetzt, dachte sie fast beschwörend. Verdammt, jetzt! Die roten Blips flackerten auf und verschwanden. Es gab keinen schöneren Anblick, kein Gefühl, das so wunderbar war. Hundert Prozent, sagte jemand von der Schadenskontrolle aus dem Hintergrund. Es klang erleichtert. Seine Leute, die überall im Schiff auf Meldungen über Schäden warteten, durften sitzen bleiben und abwarten, was so ziemlich jeder anderen Tätigkeit vorzuziehen war. Aufladung? fragte Ark. Die Torpedos der nächsten Salve waren deutlich zu erkennen, daher war es noch nicht geschafft. 35 Prozent und steigend. Wann kommt die zweite Welle? In zwölf Minuten. Das wird knapp. Das war eine ebenso unnötige wie zutreffende Bemerkung, die sich Ark nicht hatte verkneifen können. Es war besser, keine Illusionen zu verbreiten, als wichtige Erkenntnisse unerwähnt zu lassen. Die Proxima beschleunigte stetig von den Torpedos fort, aber das hatte kaum Auswirkungen. Dadurch gewannen sie Sekunden. Ein Zerstörer war langsamer als ein Torpedo, egal, wie schnell er sich bewegte. Der Kartentank flackerte, als dort, wo die eigenen Langstrecken Raketen ihr Ziel gefunden hatten, ein roter Stern aufleuchtete. Ark hatte gar nicht mehr darauf geachtet. Ein heißes Gefühl plötzlicher Freude durchzuckte sie, als sie klar wurde, was der Tank ihr da zeigte. Simeon? fragte sie zur Sicherheit. Melde! Jägerkiller mit Bezeichnung Alpha ausgeschaltet, sagte der junge Mann mit deutlichem Stolz in der Stimme. Sein erster besiegter Gegner. Das war sicher ein besonderer Moment. Und es war immer so einfach. Dass da drüben Menschen in weißglühender Hitze oder explosiver Dekompression starben, sah man ja nicht. Da war nur ein roter Punkt, der auf dem Tank aufflackerte und verging. So, so einfach. Was ist mit Beta? Beta operiert normal, keine erkennbaren Schäden, gute Abwehrposition, effektive Cluster und Dippe. Er hat seinen Teil unserer Mädels geschluckt. Ark presste die Zähne aufeinander. Ein einzelner Jägerkiller war keine Gefahr für die Proxima, von einem Zufallstreffer einmal abgesehen. Da der Kommandant von Beta aber offenbar nicht aufgeben wollte, mussten sie sich um ihn kümmern. Verdammte Fanatiker! Wir erinnern ihn daran, wer hier den größeren hat, Lieutenant, sagte sie in Richtung von Simeon, der sie für einen Moment verwirrt ansah, die Aussage dann richtig verarbeitete und nickte. Er hatte nicht damit gerechnet, dass sich ausgerechnet eine Kommandantin einen Peniswitz leisten würde, aber da kannte er nicht gut genug. Gegen der Witz auf Kosten des Gegners war sie absolut dazu bereit, ihn zu machen. Wenn sie so gut wären, eine zweite Salve abzufeuern, sagte sie höflich und Simeon reagierte prompt. Zweite Salve feuerbereit! Er sah sie abwartend an. Sie erwiderte den Blick mit hochgezogenen Augenbrauen. Welchen Teil von nach eigenem Ermessen habe ich widerrufen, Lieutenant? Keine, Captain. Simeon schaute konzentriert auf seine Anzeigen. Dann drückte er auf den Knopf. Salve abgefeuert! Dann konzentrieren wir uns jetzt auf die Abwehrmaßnahmen. Ladung der Cluster? 51% und steigend. Wird das klappen? Sarah ist zuversichtlich, Captain! Aag lächelte. Na dann! Die elektronische Zuversicht der KI war einiges wert, da sie sich nicht durch überflüssige Regungen wie Hoffnung beeinflussen ließ. Das machte sie doppelt beruhigend. Wieder folgten Minuten des Wartens. Die eben noch empfundene Freude verflog und machte erneute Anspannung und Furcht Platz. Die war gut. Sehr gut. Durch unsere Kurs Korrekturen konnte der verfolgende Theseus Jägerkiller etwas aufholen. Je nachdem, wie lange uns der verbliebene Wolf Jägerkiller noch auffällt, besteht die Gefahr, dass wir in deutlich kürzerer Zeit als gedacht in seine Reichweite kommen. Das waren schlechte Nachrichten, aber in etwa das, was zu erwarten gewesen war. Ark sah besorgt auf die Kurskalkulationen. Simeon hatte Recht. Die Wolf Jägerkiller mochten den Flüchtlingen keinen unmittelbaren Schaden zufügen können, obwohl selbst das noch nicht klar war. Aber sie hatten den eigentlichen Verfolgern Zeit und Raum verschafft und es würde eng werden und die Hyperspule war immer noch nicht einsatzbereit, denn sie hatten alle geschlafen. Tja, jetzt waren sie wach. Behalten sie das im Auge, sagte Ark schließlich. Eins nach dem anderen. Was kam, war die zweite Welle Torpedos. Cluster, sagte Simeon noch. Dann hörten sie es alle. Das Knistern der sich entladenen Cluster durchzog die Proxima und die verbliebenen Düppelwolken sogen Torpedos in sich auf und brachten sie zur Explosion, wenn auch viel zu wenige. Das Ganze ereignete sich nahe genug, um die Druckwellen spürbar zu machen. Ein wildes Zittern durchzog die Hülle des Zerstörers. Angst machte sich breit, denn die Detonationen waren bedrohlich nahe gekommen, und je näher sie kamen, desto größer die Wahrscheinlichkeit … Das war der Letzte! Keiner ist durchgekommen! Simeons Stimme zeigte große Zufriedenheit. Ark verkniff sich einen Stoß seufzer. Eine Kommandantin seufzte nicht. Sie lächelte nur überlegen, als hätte sie es schon vorher gewusst, und nichts war weiter von der Wahrheit entfernt als das. Feuert der Wolf erneut? Peter dreht ab und konzentriert sich auf die Raketenabwehr, erwiderte der Lieutenant sofort. Das war auf dem Tank noch nicht abgebildet. Da! Ein kleines Zucken. Er schien tatsächlich den Kurs zu ändern, weil er seine Niederlage einsah und genug hatte. Der rote Blip flackerte auf und verschwand. Peter wurde ausgeschaltet, verkündete Simeon mit Triumph in der Stimme. Ich glaube, von dem ist wirklich nichts mehr übrig. Beifall erklang, als die Männer und Frauen auf der Brücke ihre Erleichterung Ausdruck verliehen. Arg ließ es für einen Moment zu. Es war ja auch ein gutes Gefühl. Wenn damit nur all ihre Probleme gelöst wären. Erneut warf sie einen sorgenvollen Blick auf den Kartentank. Die Blips ihrer Verfolger waren bedrohlich näher gerückt. Sie rief die Ortungsdaten auf und runzelte die Stirn. Ist das Energieentwicklung, Simeon? fragte sie. Der junge Mann, der eben noch ganz entspannt gewesen war und sich im Erfolg des gewonnenen Kampfes gesonnt hatte, zuckte zusammen. Ma'am, ich so schnell konnte Erleichterung wieder in Furcht umschlagen. Simeon war nicht gut darin, seine Gefühle zu verbergen. Das halten sie nicht lange durch, sagte jemand laut. Ark widersprach nicht, obwohl sie es besser wusste. Die Proxima konnte nicht auf Überlast schalten. Dafür gab es zu viele Beschädigungen. Sie war ein Schiff mit einem überdimensionierten Triebwerk, das auf Beschleunigung ausgelegt war. Daher war dies an sich auch nie notwendig gewesen. Wenn ihre Verfolger jetzt alles auf eine Karte setzten und nur noch ... Sarah, gib mir eine Hochrechnung. Fünf Minuten, Captain. Ark fixierte die Blips, die an sie herankrochen. Fünf Minuten Überlast und die Verfolger hatten die Geschwindigkeit erreicht, mit der sie die Flüchtenden endgültig und sicher einholen würden. Und es gab überhaupt keinen Grund zu glauben, dass die Triebwerke des Feindes diese fünf Minuten nicht durchhalten würden. Ihr Zeitfenster ging zu und sie spürte den Luftzug, mit dem sich die Läden schlossen. »Thompson«, sagte sie leise. »Ich muss mit Thompson sprechen.« »Sie sollen nicht auf mich schießen«, sagte Bonnet mit nur schwer kontrollierbarer Selbstbeherrschung. Da war sogar ein Zittern in seiner Stimme und er hoffte, dass sein Gesprächspartner es nicht als Anzeichen von Angst deuten würde. Natürlich hatte er Angst, aber vor allem war er stinksauer. »Ich habe doch eindeutig gesagt«, die Stimme unterbrach ihn. Sein Gesprächspartner war nicht beeindruckt. »Die Jägerkiller schießen auf zwei flüchtige republikanische Kreuzer, die nicht kapitulieren wollen«, kam die gleichmütige, fast desinteressiert klingende Antwort. Für Bonnet war das eine Beleidigung, die seinen Zorn anfachte. »Was für Befehde sollen wir geben? Sollen wir die Proxima etwa in Ruhe lassen? Das würde Käpt'n Ark doch sofort misstrauisch machen. Sollen wir nur Rohrkrepierer laden? Das wird sie uns auch nicht abnehmen. Es muss echt aussehen. Es muss echt sein. Wir konnten nicht eingreifen. Das taktische Ziel ist erreicht. Unsere verfolgenden Schiffe sind näher gekommen. Es muss echt sein? zischte Bonnet. Das hätte auch böse ins Auge gehen können. Sie spielen ein sehr gefährliches Spiel. So ist Krieg eben. Ein Restrisiko besteht immer. Dennoch wurden die Torpedos in einem Abstand gezündet, der letztlich ungefährlich war. Das Schiff hat es doch gut überstanden und wir haben jetzt ordentlich aufgeholt. Entweder wird die Proxima springen oder sie wird geändert. Idealerweise gibt Auge endgültig auf. Völlig wahnsinnig wird sie ja nicht sein. Oder? Bonnet hielt sich mit seinem Urteil zurück. Er war Auge bisher nur einmal begegnet und das war nicht ausreichend gewesen, um sie abschließend zu bewerten. Aber nein, wahnsinnig förderte selten Irre in eine Position wie die Ihre. Das musste er zugeben. Es gab natürlich Ausnahmen. Mir gefällt nicht, wie sie mit meinem Leben spielen, sagte Bonnet und war sich gleichzeitig sicher, dass sein leicht drohender Unterton bei seinem Gesprächspartner nicht greifen würde. Er führte sich hilflos, eine Emotion, die der Admiral weder gewohnt war, noch besonders schätzte. Er hasste es, wenn er in eine solche Position gedrängt wurde, und er gab allen die Schuld daran, nur nicht sich selbst. Der Vorwurf zeigte jedenfalls keine Wirkung. Es ist, wie es ist, sagte die Stimme weiterhin ungerührt. Es nützt uns nichts, wenn wir die Proxima so erkennbar schonen, dass jemand anfangen könnte, sich Gedanken zu machen. Und ihnen bleibt ja immer noch die Option, sich Verbündete in der Agitator. Zumindest hat man mir das gesagt. Das armselige Kompliment beeindruckte Bonet nicht. Das ist leichter gesagt als getan. Dann wissen Sie, wie unsere Situation ist. Wenn die Spule repariert wird, wird den beiden Schiffen die Flucht gelingen. Es geht zur Weger-Station, wie Sie wissen. Ich erwarte, dass sie an mir dranbleiben. Ich weiß nicht, wohin es nach dem ersten Sprung gehen wird, haben. Sende ich wieder ein Signal. Sehr gut. Wir haben unter der Maßgabe, dass das Ziel Weger ist, einen voraussichtlichen Kurs berechnet. Der schnellste Weg ist gleichzeitig einer, der durch Kriegsgebiet führt. Als ersten Sprungpunkt rechnen wir entweder mit Doros oder Kariga. Die Chancen stehen 50 zu 50. Das dürfte uns sogar in die Hände spielen, wenn alles klappt. Bonet lag eine wichtige Frage auf der Zunge, aber er stellte sie nicht. Sein Gegenüber würde ihn nicht mit Informationen über den Fortgang des Feldzuges versorgen. Vor allem deswegen nicht, weil seine Auftraggeber nicht wollten, dass Bonet im Fall einer Gefangennahme zu viel ausplaudern konnte. Die brennende Neugierde war aber da, und er lauschte nach den feinen Nuancen, um daraus ermessen zu können, ob der Krieg gut lief oder nicht. Schließlich hing nicht zuletzt auch sein eigenes Schicksal davon ab. Ist sonst alles in Ordnung bei Ihnen? fragte die Stimme. Der Versuch freundlicher Leutseligkeit scheiterte an deutlichen Desinteresse im Tonfall. Ich melde mich wieder, beendete Bonet das Gespräch, ehe er eine Frage stellte, mit der er sich lächerlich machen würde, oder eine Bemerkung äußerte, die man ihm als Beleidigung auslegen konnte. Sein Gesprächspartner verzichtete ganz auf jede Grußformel. Der Admiral starrte kurz auf seinen Kommunikator und verstaute ihn dann sorgfältig. Ungeachtet der Tatsache, dass ihn die leicht arrogante Art seines Kontaktmannes mächtig aufregte, hatte das Gesagte natürlich einen wahren Kern. Er konnte seine Befreiung beschleunigen, indem er sich Leute suchte, die er auf die Seite der Kolonialen ziehen konnte. Sie mussten erkennen, dass die Republik der Feind war. Dann würde sich die Gesinnung hier an Bord schnell ändern. Je mehr Leute er bekehren konnte, desto besser. Der Plan könnte tatsächlich aufgehen. Denn mit einem hatte sein gesichtsloser Gesprächspartner Recht. Bonet konnte gut mit Leuten. Er konnte sehr charmant sein, sehr kameradschaftlich, sehr zugewandt. Es war eine seiner hervorragenden Eigenschaften und sie hatte ihm in der Vergangenheit schon sehr oft geholfen. Warum also nicht auch in dieser Situation? Er brauchte Leute, die offen mit ihm sprachen und ihn über Dinge informierten, mit denen Captain Ark nicht so leicht herausrückte. Vor allem aber brauchte er Verbündete. Bonet ahnte, was ihm bevorstand. Er musste die relative Bequemlichkeit seiner Kabine verlassen und sich umhören, mit Besatzungsmitgliedern reden, sich leutselig geben. Möglicherweise mußte er auch mal was von seinen Rationen abgeben, denn für den Verrat tat das gleiche wie für die Liebe. Er ging durch den Magen. Er beschloss nicht länger damit zu warten. Es würde ihn anstrengen. Gewiß, untergebene, dieses ganze dreckige, ungewaschene und lärmende Gesindel, das zwar unerläßlich für den Betrieb eines Raumschiffes, aber bei all dem so vulgär und austauschbar war, dass ein Mann seines Standes normalerweise den Umgang mit solchen Leuten vermied. Er würde an sich halten, ein besonderes Maß an Selbstkontrolle aufbringen und damit über sich hinaus wachsen müssen, so wie immer, wenn er sein schauspielerisches Talent zum Einsatz brachte. Es blieb zu hoffen, dass die Belohnung am Ende Freiheit, Status, Macht, entsprechend großzügig ausfallen würde. seine Vorstellungen. Die Karriere in der Flotte wollte er beenden. Eine politische Position hörte sich gut an, etwa im neu geschaffenen Senat der aufständischen Kolonien. Irgendwas mit ordentlich Personal und gepflegtem Umgang auf einem gewissen Niveau. Ja, das klang ganz wunderbar und war keine bloße Träumerei, sondern in greifbarer Nähe, wenn sich die Dinge erst so entwickelten, wie er es für richtig hielt. Dafür mußte er jetzt Sorgen. Es kostete ihn ein wenig Selbstüberwindung, aber es half nichts. Gut, dass Miller nicht in der Nähe war. Er würde jetzt sicher komisch gucken. Bonet verließ die Kabine und begann, nachdem er einige Vorbereitungen getroffen hatte, mit einem freundlichen und absolut harmlosen Rundgang. Es war völlig unmöglich, niemandem zu begegnen. So vollgepackt war die Proxima mit Flüchtlingen aus der geschlagenen Flotte. Viele lungerten in den Gängen herum, da sie beim besten Willen keinen Platz in den Dienstplänen des Kreuzers gefunden hatten oder, selbst wenn, über zu viel freie Zeit verfügten. Man konnte das Schiff nicht permanent säubern und auch die Vorräte nicht immer wieder von Neuem zählen, wenn es nicht irgendwann albern werden sollte. Bonet bemerkte zwei Marinesoldaten aus Varas Kompanie, die scheinbar gelassen den Gang entlang schlenderten. Sie trugen Schlagstöcke an den Gürteln, die Betäubungsschläge austeilen konnten, ohne dass sich der Soldat sonderlich anstrengen musste. Bonet nickte ihnen zu. Sie taten nur gelassen. Sie beobachteten alles sehr genau, auch Bonet, als er an ihnen vorbeiging. Sie salutierten, machten aber keine Wofür er dankbar war. Er wollte kein Aufsehen erregen. Er war ein Kamerad, ein fürsorglicher Offizier, der mit den Seinen litt. Allzu viel exerzieren konnte diesen Eindruck nur stören. Bevor er es sich noch einmal anders überlegen konnte, stürzte er sich ins Getümmel. Bonet tat wirklich sein Bestes. Er blieb stehen, sprach mit Besatzungsmitgliedern und zeigte sich verständnisvoll. Er nickte und tat so, als würde ihn wirklich interessieren, was diese Leute ihm erzählten. Dazu war eine große Kraftanstrengung nötig, denn es war durchweg belangloses Zeug, das seine Aufmerksamkeit unter normalen Umständen nicht wert gewesen wäre. Eine Verletzung, die immer noch wehtat? Hier, man sieht sogar noch Blut am Verband. Memme! Was wohl aus der Familie geworden ist? Ich vermisse die kleine Sarah so sehr. Sentimentales Weichei. Ob sie es schaffen werden? Hat das alles denn überhaupt noch Sinn? Kleiner Feigling. Außerdem gab es die Schleimer, für die Bonet noch am ehesten etwas übrig hatte. Sich bei Vorgesetzten ins rechte Licht zu setzen, dafür hatte er erst einmal großes Verständnis. Er hatte sein Leben lang nichts anderes getan und wusste, dass es genug Menschen gab, die darauf positiv reagierten. Manchmal war es nahezu unumgänglich. Er verachtete Schleimer schon irgendwie, jetzt, da er das Objekt ihrer Bemühungen wurde, aber sie taten ihm nicht weh. Er nahm ihr Gewiesel gelassen hin und er trug es besser als das ganze Gejammere oder gar Gott bewahre, irgendwel 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 Gemäckere über die bösen verräterischen Kolonien. Wenn er mit Letzterem zu tun hatte, musste er immer besonders um Selbstkontrolle ringen. Zum Glück waren die meisten Menschen, denen er begegnete, zu müde und resigniert, um sich noch über Politik aufzuregen. Sie hatten unmittelbare Sorgen, die viel mit dem Überleben und dem kurzfristigen Schicksal zu tun hatten. Keiner pflegt eine langfristige Perspektive. Niemand dachte über die kommenden Wochen hinaus. Sie alle waren, wie erwartet, weitgehend minderwertige Gestalten. Er knüpfte Kontakte. Er verteilte Konzentratriegel. Er gab Zuspruch, wenn er auf ein besonders weinerliches Exemplar traf, und das kam erstaunlich gut an. Je nach Situation lächelte er oder schaute betroffen rein, aber vor allem tat er eines, vorsichtig seine Saat verbreiten. Er reagierte stets, kam nie von selbst darauf zu sprechen, aber wenn sich die Gelegenheit ergab, nutzte er sie sehr zurückhaltend. Wenn jemand überlegte, ob die Kapitulation nicht doch besser wäre, widersprach Bonet nicht. Stattdessen gab er eine vage Antwort, die man indirekt als Zustimmung interpretieren konnte, oder zumindest als Bereitschaft, über diese Perspektive nachzudenken. Das musste man ja wohl noch sagen dürfen. Wenn jemand erwähnte, dass die Kritik der Kolonien ja nicht grundlegend falsch wäre, sah die Reaktion des Admirals ähnlich aus. Er blieb zurückhaltend, ließ aber ein gewisses Grundverständnis für diese Haltung durchschimmern. Und wenn ein Admiral so reagierte, dann musste da wohl etwas dran sein. Dann durfte man darüber reden. Es war wie eine indirekte Erlaubnis zur mentalen Befehlsverweigerung, das Einmaleins des Infiltrators und des Aufhetzers. Bonet hatte das gelernt und praktiziert. Er war gut darin. Er legte sich ins Zeug, er blieb vorsichtig, er ließ sich blicken. Er bekam ein Gefühl für die Seele des Schiffes und fing an, diese zu massieren, subtil, behutsam, Schritt für Schritt. Admiral, Sir, auf ein Wort. Bonet sah sich um. Er stand in einer der beiden Schiffsmessen und tat so, als würde er leutselig einen Flotten Kaffee trinken, ein Gebräu, das aus vielerlei Gründen berüchtigt war. Bonet hatte natürlich immer seine eigene Maschine und richtige Kaffeebohnen im Gepäck. Aber hier konnte er damit nicht viel ausrichten. Und er wollte ja zeigen, dass der bittere Kaffeeersatz wies im Abgang einen seltsamen Geschmack nach Plastik auf, der auch durch noch so starkes Erhitzen nicht verschwand. Dafür, so sagte man, enthielt das Getränk wichtige Vitamine und Mineralien. Jeder hätte auf diese gerne verzichtet, wenn es bloß schmecken würde. Der Mann, der ihn ansprach, machte einen erschöpften Eindruck. Aber das galt für sie alle. Soweit Bonet das sehen konnte, war er unverletzt und seine Uniform wies ihn als Besatzungsmitglied der Zulu aus, ein weiterer Kreuzer, der es nicht durch die Schlacht geschafft hatte. Offenbar hatte es sich dabei um ein größeres Schiff gehandelt, denn Bonet war schon mehreren Crew-Leuten von der Zulu begegnet und sie alle hatten den gleichen sehr schwermütigen Eindruck gemacht. Der Admiral interessierte sich nicht die Bohne für das besondere Schicksal dieses Schiffes, aber möglicherweise musste er es sich jetzt anhören. Also wappnete er sich und setzte eine aufmerksame Mine auf, die ihren Zweck hoffentlich erfüllte. Was kann ich für Sie tun, junger Mann? Er war jünger als Bonet, daran bestand kein Zweifel. Mein Name ist Horvath. Ich war der dritte Offizier auf der Solusser. Der Admiral legte ihm eine Hand auf die Schulter. Ich habe vom schweren Schicksal Ihres Schiffes gehört, sagte Bonet mitfühlend. Das war natürlich gelogen, wirkte aber, denn Horvath, der ihn mit seinen wässrigen blauen Augen unstitt musterte, schienen die Worte zu gefallen. Er nickte hastig, war jedoch nicht mehr nervös. Danke, Admiral, die ganze Schlacht war eine Katastrophe. Da ist irgendwas gründlich schiefgelaufen. Das ist wahr, Luke Bonet. Das Einzige, was seiner Ansicht nach schiefgelaufen war, war seine missglückte Rettung. Horvath beugte sich nach vorne. Ich dachte mir, dass ich Ihnen mal was erzähle. Ich habe etwas beobachtet. Auf der Brücke der Sulu. Etwas sehr Seltsames. Horvath senkte die Stimme und sah sich um. Die anderen Anwesenden waren in Gespräche vertieft oder eingenickt. Jeder ruhte sich dort aus, wo er gerade war. Die meisten hatten keine Gefechtsposition und warteten nur darauf, dass etwas passierte. Da die Proxima nun wieder ganz normal auf der Flucht war, langweilten sich alle mal wieder. Was meinen sie damit? Horvath leckte sich über die Lippen. Offenbar fiel es ihm nicht leicht, darüber zu sprechen, doch Admiral, ich bin der Ansicht, dass wir verraten wurden. Bonet hielt an sich, aber seine Fassade der Selbstbeherrschung bröckelte ein wenig, und das sah man ihm sicher auch an. Es schadete nicht. Horvath interpretierte es als Entsetzen und überraschte Fassungslosigkeit angesichts der schockierenden Andeutung. Bonet hatte immer noch eine Hand auf der Schulter des Mannes und drückte nun leicht zu. Ein Zeichen, dass er Horvaths Meinung ernst nahm. Zusätzlich senkte er die Stimme zu einem verschwörerischen Tonfall. Wir sollten das unter vier Augen besprechen, mein Guter. Folgen Sie mir in meine Kabine. Solche Vorwürfe müssen wir sorgfältig abwägen. Wer weiß, wer hier mithört. Sie glauben mir nicht? Ich habe gesehen, wie... Bonet hob eine Hand. Er nickte Horvaths zu, der sofort verstummte und sich wieder hektisch umsah. Ich glaube Ihnen absolut. Denken Sie, dass ich nicht meine eigenen Beobachtungen gemacht habe? In der Flotte, im Admiralstab, auf dem Flaggschiff, hier an Bord. Also wissen wissen nicht, wer hier wirklich auf wessen Seite steht. Wir müssen solch eine Vermutung unter uns diskutieren, sonst kann das brandgefährlich werden, auch für Sie persönlich. Es ist besser, wenn wir einen vertraulichen Rahmen schaffen. Er hob die Tasse in seine Hand. Ich habe auch richtigen Kaffee, wenn Sie es nicht weiter erzählen. Gab das den Ausschlag? Oder war es die Aussicht darauf, für einige Momente der drückenden Enge des Schiffes zu entgehen, sich in einer Kabine auszustrecken und von der ständigen Gegenwart anderer Menschen befreit zu sein? Das Vertrauen eines Admirals zu genießen und sich alles von der Seele reden? Wahrscheinlich war es von allem ein bisschen und vor allem das Bestreben, seine Geschichte loszuwerden. Das sah man dem Mann nun deutlich an. Diese Art von Begegnung war nicht ganz das, was Bonet erwartet hatte. Natürlich war er nicht der einzige Maulwurf der Aufständischen in der Flotte gewesen. Er kannte sie nicht alle. So vermied man, dass man sich im Fall einer Gefangennahme gegenseitig verriet. Er war sicherlich einer der Höchstrangigen, zumindest nahm er dies an, aber nicht der einzige. Kurze Zeit später saßen sie in Bonets Kabine zusammen. Horvath, bei dem die traute Zweisamkeit mit dem Admiral, der sich so nett um ihn bemühte, dafür sorgte, dass alle Dämme brachen, plapperte los. Hier war es gemütlich, und Bonet war ein sehr guter Gastgeber, wenn er es darauf anlegte. Miller hatte er mit irgendwelchen unsinnigen Aufträgen beschäftigt, die ihn eine Weile lang von hier fernhalten würden. Er wollte erst einmal in Ruhe hören, was Horvath zu sagen hatte. Dass er die Kabinentür verriegelte, bekam der Mann vor lauter Freude über die Einladung gar nicht mit. Alles ging ein wenig durcheinander, zumindest am Anfang, aber dann kristallisierte sich heraus, dass der Mann durchaus über eine wache Beobachtungsgabe und einen kritischen Verstand verfügte. Beides hatte er ausgiebig zum Einsatz gebracht, nachdem ihm zum ersten Mal aufgefallen war, dass etwas nicht stimmte, und der erste Offizier der Sulu offenbar geheime Kommunikationskanäle unterhielt. Dann passte eigentlich alles zusammen, sagte Horvath, der die Tasse mit echtem Bohnenkaffee darin fest mit beiden Händen umklammerte, als hätte er Angst, dass ihm jemand seinen größten Schatz wegnehmen könnte. Es ergab ein vollständiges Bild, die Entscheidungen, die er traf, die Vorbereitungen, die er veranlasste, oder unterdies. Dabei genoss er das vollste Vertrauen des Kommandanten. Als ich versuchte, von meinem Verdacht zu berichten, wurde ich abgewiegelt und zur Schnecke gemacht, als hätte ich zu einer Meuterei aufgerufen oder Gotteslästerung begangen. Der Käpt'n wollte es wohl einfach nicht glauben. Horvath klang jetzt, da er diese Erinnerung wieder aufleben ließ, rechtschaffen empört, ja, nahezu entgeistert. Er schaut ein Bonet vorbei an die Wand, als ob er dort die beschriebene Szene vor sich sähe und schüttelte mehrmals den Kopf. Für den Admiral war die Sache klar. Horvath hatte in der Tat einen Verräter der Kolonialen beobachtet, denn die beschriebene Vorgehensweise entsprach dem Standardverfahren, das alle Maulwürfe kannten. Horvath hatte Recht und er schien die Geschichte gerne zu erzählen. Aber wie weit hatte er sie schon verbreitet? Bonet stellte interessiert höfliche Fragen und opferte eine weitere Tasse Kaffee zur Bestechung. Da Horvath nicht einmal ahnte, dass er von seinem Erzfeind korrumpiert wurde, akzeptierte er das Angebot mit sichtlicher Freude. Er redete frei von der Leber weg und am Ende kam der Admiral zu dem Schluss, dass der ehemalige dritte Offizier entschieden hatte, mit seinen Beobachtungen hinter dem Berg zu halten, bis er Es sprach nicht für seine Menschenkenntnis, dass er ausgerechnet Bonet dafür auserkoren hatte. Das war sehr bedauerlich, vor allem für Horvath und ein fataler Fehler, wie Bonet ihm jetzt leider verdeutlichen musste. Er wartete, bis Horvath seinen Kaffee leer getrunken hatte. Er nutzte die Zeit, um dem Mann einerseits zu versichern, dass er sich der Adjutant immer noch mit seinen sinnlosen Aufgaben befasst war, damit er sich für eine weitere Weile von der Kabine seines Vorgesetzten fernhielt. Das war jetzt nämlich von grundlegender Bedeutung. Horvath hatte sich derweil richtig entspannt. Er verhielt sich immer noch sehr respektvoll. Schließlich weigte er im Gegenwart eines Admirals, erkannte in Bonet aber eine gleichermaßen verständige wie verwandte Seele. Der Verräter verspürte für einen kurzen Moment ein gewisses Bedauern, fast so etwas wie Mitleid, und ließ diese Anwandlung vorbeigehen wie durch Wind fortgewehtes Laub. Er durfte diese Dinge nicht an sich heranlassen. Dann holte er die Pralinen Schacht aus seinem Gepäck. Sie war angebrochen, aus gutem Grund, und er war nun froh, sie eingepackt zu haben, als die Evakuierung angestanden hatte, als ob er geahnt hätte, dass er noch einmal darauf würde zurückgreifen müssen. Es war gut, auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein, das hatte sich in der Vergangenheit schon öfters bezahlt gemacht. Er lächelte Horvath an und hielt ihm die geöffnete Schachtel hin. Hier, mein Guter, zu einem richtigen Kaffee können sich auch tapfere Krieger mal etwas besonders gönnen. Das sind auserlesene Köstigkeiten, alle handgefertigt. Wir können nicht einmal ahnen, wann wir wieder in den Genuß einer solchen Spezialität kommen werden. Die mit Krokant sind besonders fein. Die kann ich empfehlen. Zur Ermunterung nahm er selbst eines der Stücke und schob es sich mit allen Anzeichen großen Genusses in den Mund. Die beiden Reihen zu seiner Seite, nur für ihn erkennbar markiert durch einen feinen Riß im Plastik der Verpackung waren völlig ungefährlich und in der Tat ausgesprochen schmackhaft. Die beiden anderen hingegen, die er Horvath entgegenhielt. Der Mann zögerte nicht lange. Krokant sollte es sein, wie der nette Admiral es vorgeschlagen hatte. Und er griff treffsicher nach einem Stück aus seinen beiden rein. Ein Schleckermaul, dachte Bonny. Wie sie alle. So aßen sie Pralinen, tranken Kaffee und spekulierten kameradschaftlich und mit einer allgegenwärtigen Grundempörung über Verräter. Darüber, was man hätte besser machen können und was man hätte voraussehen müssen. Sie waren sich stets einig, da sich Bonny zu schade war, einem Tod geweihten noch zu widersprechen. Es würde ja nicht mehr lange dauern und die Show war vorbei. Mit etwas Glück musste er keine dritte Tasse des kostbaren Kaffees opfern. Und in der Tat kam es so, wie er es vorhergesehen hatte. Horvath zuckte zusammen und schaute Bonnet plötzlich hilfesuchend mit weit aufgerissenen Augen an. Er schien mit einem Mal zu wissen, dass er die nächsten Momente nicht überleben würde, womit er Recht behalten sollte. Einmal noch zitterten die Muskeln in seinem vergifteten Leib und als sich weißer Schaum vor seinem Mund bildete und seitlich hinab ran, hatte er schon die Augen verdreht. Er stieß ein leises, verzweifeltes Stöhnen aus, denn für mehr fehlte ihm bereits die Kraft. Dann sagte der Mann leblos zusammen. Bonnet schaute sich die Leiche an, deren Gesicht nun einen seltsamen friedlichen Ausdruck angenommen hatte. Es war getan. So effektiv wie erwartet. Das Gift wirkte schnell und weitgehend schmerzlos. Bonnet war kein Folterknecht. Er empfand keine übergroße Freude am Leid anderer, wenn es nicht direkt seinem Lustgewinn diente. Er freute sich über eine gute Arbeit und die Lösung eines Problems. Horvart war keine Gefahr mehr, aber jetzt musste er die Leiche verschwinden lassen. Dafür gab es mehrere Optionen und er wollte sich sputen, um diese zu verwirklichen. Zum Glück war er auch auf diese Eventualität vorbereitet. Sein versiegeltes Admiralitätsgepäck entgeht einem Behälter mit einer Spezialsäure, die für solche Fälle hergestellt worden war. Er hatte sie bisher nie einsetzen müssen, war aber in Bezug auf ihren Gebrauch bestens unterrichtet worden. Bonet erhob sich, packte die Pralinen Schachtel sorgfältig weg, trank seinen Kaffee leer, es wäre zu schade gewesen, das gute Zeug zu verschwenden, und vergewisserte sich noch einmal, dass der Zugang zu seiner Kabine verschlossen war. Und dann freute er sich darüber, dass er die Kabine des ersten Offiziers erhalten hatte, denn diese verfügte praktischerweise über eine richtige Badewanne. Schade nur, dass Horvath diesen Luxus nicht mehr so recht zu schätzen wissen würde. Bonet seufzte und griff dem Toten unter die Arme. Jetzt wurde es eklig. Die seitlichen Generatoren hielten. Sie hielten so gut, dass Markus und Margie während der Auseinandersetzung nichts anderes zu tun hatten, als den Gefechtsmeldungen zu lauschen, je nach persönlicher Neigung zu beten und zu versuchen, einfach nur bereit zu sein. Es rumpelte und knisterte, und sie hörten die vertrauten Geräusche einer militärischen Auseinandersetzung auf große Distanz. Aber es kam kein alles verzehrendes Nuklearfeuer, und irgendwann ertönte die Meldung, dass die unmittelbare Gefechtsalarm dann endgültig aufgehoben wurde und Captain Ark ihnen mitteilte, dass ihre Flucht in eine neue Phase übergegangen sei, warfen sie sich bedeutungsvolle Blicke zu. Eine neue Phase verhieß nichts Gutes. Tatsächlich war ihr Vorrat an Optimismus bereits seit geraumer Zeit aufgebraucht. Es piepte, und auf ihren Computerpads erschien ein neuer Wartungsplan. Es wäre ja auch zu schön gewesen, wenn man ihnen Ruhe gegönnt hätte. Immerhin. Zwanzig Minuten für Nahrungsaufnahme und Körperpflege gestand man ihnen zu, und beides war sicher bitter nötig. Die Nahrungsaufnahme erledigten sie an einem Dispenserautomaten in der Generatorstation. Es gab vorgefertigte Nahrungsriegel und stärkenden Fruchtsaft. Beide schmeckte nach nichts, machte aber satt. Sie aßen schweigend, durchaus hungrig, aber ohne Appetit, während sie sich vorstellten, wie eine richtige Mahlzeit aussah, wie sie schmeckte und wann sie wohl jemals wieder in den Genuss einer Seuchen kommen würden. Der Körperhygiene widmeten sie sich in einem Waschraum, der zu einer Mannschaftsunterkunft gehörte und für alle geöffnet worden war. Das Wasser, mit dem sie ihre verschwitzten Körper benetzten, war das Produkt unzähliger Recyclingzyklen. Es war lauwarm und drocheigentümlich, da es mit zahlreichen, bestimmt sehr hilfreichen Chemikalien versetzt wurde. Vom Genuss riet man gemeinhin ab, obwohl die Recyclingtechniker darauf schworen, dass es trinkbar sei. Beide versuchten davon möglichst wenig in den Mund zu bekommen. Da die Versorgung des Schiffes überlastet war, erhielten sie keine frische Kleidung, von der Unterwäsche einmal abgesehen, was den Gesamteffekt der Säuberung deutlich minderte. Als sie die ihnen zugestandenen zwanzig Minuten bis zur Neige ausgekostet hatten, führten sie sich einigermaßen gestärkt, aber nur unzureichend gereinigt, was leider nicht zu ändern war. Sie bewaffneten sich mit ihrem Plan und dem notwendigen Werkzeug und machten sich wieder an die anstrengende Routine, dem langsamen Verfall eines überlasteten Kreuzers mit ständigen Reparaturen entgegenzuwirken. Sie taten ihr Bestes. Sie waren gut in ihrer Arbeit, erledigten alles Hand in Hand und gingen stets professionell vor. Markus wollte Margie die ganze Zeit fragen, warum sie es getan hatte. Aber er traute sich nicht. Es war ja nicht so, als wäre gar nichts passiert. Frauen wie Margie küssten Männer wie ihn doch nicht einfach so. Sie überlegten genau, so nahm er zumindest an, wem sie auf welche Weise ihre Gunst schenkten. Er hasste den Gedanken, dass sie es nur Er hatte nichts dagegen, wenn jemand Mitleid mit ihm hatte. Aber in diesem speziellen Fall hatte der besondere Reiz der Geste für ihn in der angenommenen Absicht dahinter gelegen. Eine Absicht, die Markus nicht kannte, mit der er aber Hoffnungen verband, die plötzlich geweckt worden waren und sich nun nicht mehr wegwischen ließen. Doch er traute sich einfach nicht, danach zu fragen. Er hatte Das kriegen wir nicht mehr hin, sagte Margie und schaute auf das geöffnete Paneel, vor dem sie beide saßen. Ein anderes Reparaturteam hatte drei durchgeschmorte Leitungen überbrückt. Doch die Leistung reichte nicht aus, und so ein Provisorium konnte sich jederzeit wieder verabschieden. Da müssen wir von hier, sie zeigte auf die entsprechende Stelle, bis hier alles austauschen und komplett neu verkabeln. Schau dir die Brandspuren an. Das hat übel geknallt. Ich melde es, sagte Markus und tat es sogleich. Es war gut, Verantwortung abwälzen zu können, jetzt, da wieder ein Mindestmaß an Routine eingekehrt war. Er hatte nichts dagegen, Entscheidungen zu treffen, war aber auch nicht unbedingt scharf darauf, vor allem, wenn die Konsequenzen unabsehbar waren. Außerdem wurde er nicht gut genug dafür bezahlt. Sie mussten auf die Antwort warten. Die Koordinierung war natürlich überlastet und angesichts ihrer Umstände war es sicher nicht einfach, Prioritäten zu setzen. Markus sah sich um, vielleicht auch, um sich von seinen Gedanken in Bezug auf Margie abzulenken. Nicht, dass er möglicherweise noch den Mut zusammenraffte, das heikle Thema doch mal anzusprechen. Er schaute in das geöffnete Paneel, blinzelte und schaute noch mal hin. Dann runzelte er die Stirn und zögerte. Hm, machte er. Was genau ist das, Margie? Er zeigte auf das, was er meinte, und wartete, bis sie es entdeckt hatte. Sie zog die Augenbrauen zusammen, was ein reizender Anblick war, von dem sich Markus nur mit Willenskraft lösen konnte. Da war diese kleine dunkle Plakette, die im Halbdunkel des engen Kabelschachts verborgen lag und nur deswegen sichtbar war, weil die verschmorten Leitungen einen Großteil der technischen Innereien weggebrutzelt hatten. Markus hatte sie erst für einen Fleck gehalten. Dann hatte er genauer hingeschaut und war zu dem Schluss gekommen, dass er es nicht mit einer Verfärbung zu tun hatte. Seine Kollegin holte die Taschenlampe hervor und leuchtete in den Schacht. Das gehört da nicht hin, murmelte sie. Dann nahm sie ein kleines Mehrzweckinstrument, konfigurierte es und führte eine Messung hin. Das kam ihnen beiden sofort seltsam vor. Ein Verdacht regte sich in Markus. Wozu dient es? Ich habe sowas noch nie zuvor gesehen. Jetzt erfasste sie beide ernsthafte Neugierde. Aus dem Zeitvertreib wurde ein Projekt, dem sie nachgehen konnten, bis sich die Zentrale mit ihrer Anfrage befasste. Wollen wir es entfernen? schlug Margie vor. Es scheint mit nichts physisch verbunden zu sein. keiner weiteren Beschädigung führen. Es klebt an der Wand. Aber was tut es? Es ist inaktiv. Jemand hat es abgeschaltet. Das beantwortet meine Frage nicht, tadelte Margie und konfigurierte ihr Werkzeug neu. Aus dem Messfühler wurde eine Präzisionszange. Bist du sicher, dass wir das tun sollten? fragte Markus. Hast du Angst? Er nickte heftig. Aber ja, Angst hilft ungemein dabei, am Leben zu bleiben und Ärger aus dem Weg zu gehen. Margie lachte. Es war ein angenehmer, tiefer Laut, der an Markus wieder exakt die Gefühle hervorrief, von denen er sich doch hatte ablenken wollen. Er gab seinen Widerstand auf. Es hatte ja ohnehin keinen Sinn. Margie war fest entschlossen. »Ich versuche es mal«, kündigte sie an, als ob Markus ihre Absicht nicht genau kennen würde. Er nickte nur ergeben. Margie platzierte das Werkzeug mit Sorgfalt, was immerhin dazu beitrug, dass er nicht sofort in Panik verfiel, und murmelte dabei etwas Unverständliches vor sich hin. Sie werkelte gekonnt vor sich hin. Sekunden vergingen. »Ja, jetzt habe ich es.« Es ging schneller als erwartet und es folgte weder eine massive Explosion noch irgendeine andere Reaktion. Interessiert hielt Margie ihr Fundstück ins Licht. Sie klappte die Fokuslinse vor ihr rechtes Auge und drehte an der kleinen Stellschraube. Dann machte sie mehrmals und was den Eindruck erweckte, dass sie zu Erkenntnissen gelangte. Als sie die Linse wieder zurückschob, zuckte sie mit den Schultern. Ich habe absolut keine Ahnung, was das sein könnte. Markus war etwas enttäuscht, nahm den Gegenstand in die Hand und beäugte ihn, ohne auch nur anzudeuten, dass er mehr als sie wusste. »Wir melden das besser. Dieses Ding sollte nicht hier sein. Auf jeden Fall. Sie warteten nicht, bis sich die Leitstelle bei ihnen meldete. Sie machten Meldung mit Fotobeweis. Man forderte sie auf, nichts weiter anzurühren. Und sie mussten nicht lange warten, bis jemand bei ihnen auftauchte, dem man normalerweise eher ungern begegnete. Es war nicht der Käpt'n, aber es war fast genauso schlimm. Colonel Varah war auf dem ganzen Schiff als und er nutzte diese besondere körperliche Eigenschaft, um von sich ein Charakterbild zu präsentieren, das seine Mutter wahrscheinlich entsetzt hätte. Jedenfalls hatten alle aus irgendeinem Grund Angst vor ihm. Die Tatsache, dass der fast zwei Meter große Mann vorwiegend aus durchtrainierten Muskeln bestand und sich selbst in einem Druckanzug wie ein Kämpfer bewegte, hatte gewiss auch damit zu tun. Marcus Hamilton war bestrebt, von dieser Begegnung einfach nur beeindruckt zu sein. Die richtige Angst wollte er sich angesichts ihrer Situation für einen Zeitpunkt aufbewahren, wenn es ihnen wieder an den Kragen ging. Oder für die Absicht mit Margie über ... Vada schaute sie an. Seine Miene war gar nicht einmal grimmig, aber sein Aussehen genügte schon, um sie einzuschüchtern. Marcus sah zu Margie. Nein, um ihn einzuschüchtern. Vada streckt deine Hand mit einem Probenbehälter darin aus. Geben sie es mir. Ganz vorsichtig. Ich werde es dem Käpt'n melden und ihren Namen erwähnen. Marcus war sich nicht sicher, ob das gut war, aber Vada würde sich gewiss nicht davon abhalten lassen. Wo genau haben sie es gefunden? Vada hielt offenbar nicht viel von Smalltalk und sie bealten sich ihm, genaue Position zu zeigen. Er lugte in den Schacht und nickte, als hätte er nichts anderes erwartet. Dann hielt er das Ding vor ihre Augen. Wissen Sie, worum es sich dabei handelt? Nein, Sir, erwiderten sie wie aus einem Munde. Vada lächelte humorlos. Ich kann es Ihnen sagen. Das ist ein Tracker. Er sendet in regelmäßigen Abständen ein stark gebündeltes Signal aus, das mit der Software unserer eigenen Hyperfunkanlage verbunden ist. Das bietet eine wunderbare Möglichkeit, uns aufzuspüren, falls wir mal verloren gehen sollten. Vada lachte freudlos auf. Das ist eine sehr unangenehme Situation. Dank ihrer Aufmerksamkeit ist sie jetzt etwas weniger unangenehm als vorher. Aber wenn das hier nicht der einzige Tracker ist, bleibt die Lage hoch problematisch. Er ist ein Morkes wußte nicht, was er sonst sagen sollte. Ich fürchte, dass ihnen das Ausmaß des Problems nicht ganz klar ist, fuhr Vada fort. Mit der Tatsache, dass wir verfolgt werden, habe ich mich abgefunden. Aber das hier zeigt, dass der Verrat tief in die Struktur der Flotte eingedrungen ist, sogar in Es weist zumindest stark darauf hin. Sie beide scheinen jedenfalls kein Agenten des Feindes zu sein. Er sah sie abwechselnd mit einem kalten, durchdringenden Blick an. Marcus fiel nichts anderes ein, als heftig zu nicken. Er wurde keinesfalls unter irgendeinen Verdacht geraten, erst recht nicht in Gegenwart dieses Mannes. Margie grinste nur. Marcus fand ihre Belustigung absolut unangebracht. Vada kümmerte »Passen Sie weiter auf. Wenn Sie wieder etwas finden, machen Sie Meldung. Mir persönlich. Ich gebe Ihnen die Kombination meines Kommunikators. Wehe, Sie belästigen mich mit Kleinigkeiten. Niemals würden Sie auf diese Idee kommen. Vada verschwand mit einem letzten warnenden, aber, so wollte Marcus es glauben, gleichzeitig anerkennenden Blick. Der vierschrütige Marineoffizier war nicht notwendig, dafür bekannt, den engen Schulterschluss mit Besatzungsmitgliedern außerhalb seiner eigenen Truppe zu suchen. Aber der Angriff auf die Proxima, das hatte sich herumgesprochen, hatte das Offizierkorps des Schiffes radikal dezimiert, und auch unter den aufgenommenen Flüchtlingen befanden sich erstaunlich wenige Führungsoffiziere. Vada musste daher nun auch andere Funktionen erfüllen, als gelegentliche Enter-Manöver zu befähigen, und eine davon schien darin zu bestehen, die Aufgaben des Sicherheitschefs zu übernehmen. Aus irgendeinem Grund fand Marcus das dann doch ein wenig beruhigend. »Ich glaube nicht, dass wir lange überlegen müssen, wer der Verräter ist,« murmelte Margie, als Vada verschwunden war. Marcus saß überrascht an. »Vada wird nicht so schnell darauf kommen. Das ist nicht sein Fachgebiet. Er ist ein Kämpfer, er kann Feinde erdrosseln und so was, aber er ist kein Ermittler. Was meinst du damit?« Margie sah ihren Kollegen amüsiert an. Dann hielt sie ihm ihr Computerpad unter die Nase. »Schau mal, das ist das Wartungslock dieser Station. Da steht, wer hier wann die Verschalung geöffnet hat. Für diesen Bereich war vor dem Angriff immer nur ein Techniker zuständig, bis zurück zur letzten Werftphase. Immer nur der eine. Hier ist sein Kürzel. Sagt es dir was? Es muss jemand aus deiner Crew sein. Marcus wurde heiß und kalt. Er schaute auf das Lok und erkannte die Initialen H. K. Er überlegte einige Momente lang. Nicht von allen Kameraden kannte er die vollen Namen. Man sprach sich mit dem Vornamen an und selbst die Sektionschefs taten das oft genug. Der Hang zu Formalitäten war innerhalb der Gruppe der Techniker schon immer minimal gewesen. Hector Kahn sagte er dann. Er ist der Einzige, auf dessen Namen dieses Kürzel passt. Und ja, er war routinemäßig in diesem Teil des Schiffes stationiert. Ein unscheinbarer Typ, der mich so was gar nicht zutraue. Margie sah ihn mit hochgezogenen Augenbrauen an. Was, mal eben einen Peilsender an die Wand zu kleben? kriminellen Energie. Das ist eine Sache von wenigen Augenblicken. Aber warum das Lock? Es wäre doch viel klüger gewesen, die Operation einfach so durchzuführen, ohne Registrierung. Natürlich. Vielleicht war er es auch nicht. Aber er hat die ganze Zeit hier gearbeitet. Wenn jemand anders das Ding installiert hat, muss es ihm aufgefallen sein. Wir sind aber offenbar die Ersten, die Meldung gemacht haben. Ich glaube, dass dein Kamerad einige Fragen zu beantworten hat. Den letzten Satz sprach Margie mit einer unerwarteten kalten Wut in der Stimme aus. Sie sah dabei an Marcus vorbei, als ob sie sich ausmalen würde, was idealerweise mit einem Verräter zu geschehen hätte. Ihr Gesichtsausdruck ließ nichts Gutes vermuten. Marcus wurde etwas mulmig zumute. Margie, auf unserer Reparaturliste steht als Nächstes Moment. Marcus schwieg und sah sie erwartungsvoll an. Sie hatte ganz sicher etwas vor, das herzlich wenig mit der verstopften Abwasserleitung im Recyclingbereich 3 zu tun hatte. Angesichts des Gestanks, der mit größter Sicherheit dort auf sie wartete, war er bereit, noch abzuwarten, was sie zu sagen hatte. Dieser Hector. Was ist mit ihm passiert? Warum ist dies nicht mehr sein Bereich? Er liegt auf der Krankenstation. Er ist einem Energieüberschlag in die Quere gekommen. Er hat es überlebt, wird aber wegen schmerzhafter Verbrennungen behandelt. Ich habe gehört, dass er auf dem Weg der Besserung ist. Warum? Margie schaute nachdenklich drein. Zweifellos plante sie etwas. Sollten wir ihm nicht mal einen Besuch abstatten? Warum? wollte Marcus wissen, dem dieser Vorschlag Unbehagen bereitete. Überlassen wir das Vara. Warum? echote Margie nun, und obwohl sie lächelte, war klar, dass sie sein Argument nicht für überzeugend genug hielt. Weil wir ihn kennen. Weil er einer von uns ist. Und weil wir sicherstellen sollten, dass er dahinter steckt, und nicht doch jemand anders. Ich kenne Typen wie Vara. Sie sind hart und wollen um jeden Preisergebnisse. Wenn dieser Hector nur einmal etwas Dummes sagt oder sich einmal missverständlich ausdrückt, dann hängt er am Haken. Wir sollten darauf achten, dass er dort nur hängen wird, wenn er es auch wirklich verdient. Außerdem ist dies unser Fund. Sie lächelte. Daraus könnte schnell auch unsere Beförderung werden. Marcus erinnerte sich an den unangenehmen Schauer, den die Begegnung mit Vara bei ihm ausgelöst hatte. Er mußte hatte. Dennoch fühlte er sich bei dem Gedanken daran, etwas anderes zu tun als das, was man ihm befohlen hatte, unwohl. Margie hatte einen schlechten Einfluss auf ihn. Erst kümmern wir uns um diese Reparatur, beharrte er. Wir bekommen Ärger, wenn wir nicht fertig werden. Schaffen wir das schnell, können wir Pause machen, falls keine Katastrophe passiert. Margie überlegte kurz, schien dann aber zu dem Schluss zu kommen, dass sie Markus Flexibilität nicht überreizen durfte. Sie nickte. Es wirkte ein wenig zögerlich, löste in ihm aber große Erleichterung aus. So machen wir's, sagte sie, und aus ihrem Mund klang es so, als wäre es ihr eigener Vorschlag gewesen. Markus war immer noch mulmig zumute. Doch als Margie ihn dann etwas verschwörerisch, aber gleichzeitig sehr nett anlächelte, vertrieb das den Zweifel ein wenig. Vielleicht würde er sie doch noch auf ihre Küsse ansprechen können. Wenn er schon auf die schiefe Bahn geriet, dann wäre das wohl die kleinste Herausforderung. Wie viel Zeit bleibt uns? Simeon, der an seiner Rolle als spontan beförderter Offizier langsam aber sicher gewachsen war und nicht mehr jedes Mal zusammenzuckte, wenn man ihm eine plötzliche Frage stellte, schaute auf die Anzeigen auf dem Pult vor ihm. Captain, wie es aussieht, passieren zwei Dinge gleichzeitig. In Kürze wird unsere Hyperspule mehr oder weniger repariert sein und unsere Verfolger werden sich in Kernschuss Reichweite befinden. Ich kann keine genaueren Angaben machen. Es wird auf Minuten ankommen, vielleicht auf Sekunden. Ark hat es befürchtet. Diese Flucht drohte sich in eine ähnliche Katastrophe zu verwandeln wie die ganze Schlacht. Sie schloss die Augen und unterdrückte den Reflex, sich die Schläfen zu massieren. Sie stand unter Beobachtung. Alle in der Zentrale, fast nur untere Dienstgrade, alle sehr jung und viele eher unerfahren, sahen sie immer wieder direkt oder verstohlen an. Sie musste nicht immer den Roboter spielen, aber allzu große Schwäche zu zeigen, ja auch nur anzudeuten, war kontraproduktiv. Etwas knisterte. Ark zuckte unwillkürlich zusammen. Hier sollte nichts knistern, zumindest jetzt nicht. Hallo? Eine Stimme ertönte aus den Lautsprechern. Ark atmete aus. Es war eine vertraute Stimme. Der Anruf hatte sie überrascht, was eigentlich nicht passieren durfte. Captain Yin, sagte sie laut und mit Freude in der Stimme. Gut, dass Sie sich melden. Unsere Situation hat sich nur kurzfristig verbessert. Die eigentlichen Verfolger holen auf. Wir sind mit unseren Berechnungen zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen, Captain, sagte Yin unter weiterem Knistern und Rauschen. Die Tonqualität lässt zu wünschen übrig. Bitte entschuldigen Sie das. Die Funkanlage spinnt mal wieder und wir müssen sie im Grunde neu aufbauen. Bis auf Weitere haben wir keine Möglichkeit zur Videoübertragung. Ich kann mich daher leider nicht an Ihrem edlen Antlitz erfreuen, Captain Arc. Ich verspreche aber, dass wir daran arbeiten. Mein edles Antlitz ist sehr müde und ein wenig ungewaschen, schilderte Arc die Wahrheit, aber auch sehr erleichtert. Captain Yin, dass wir überhaupt in Kontakt treten können, grenzt an ein Wunder. Ich möchte unsere Freude nicht allzu sehr trüben, aber wir müssen über unseren Zeitplan reden. Wir haben nämlich in der Tat ein Problem. Nur eins. Ich zähle mindestens drei große Verfolger. Wie ich sehe, denken wir an das Gleiche. Wir können unsere Verteidigung jetzt sicher besser koordinieren als vorher. Zu zweit sollten wir mit den Schiffen fertig werden. Sie haben alleine zwei Jägerkiller erledigt, also dürfte das ein Kinderspiel werden. Die Achat ist zu allem bereit. Arc lächelte. Ich respektiere Ihren Kampfeswillen und ihren Mut Käpt'n, aber unsere Schiffe stecken voller Flüchtlinge und alle Ressourcen werden überbeansprucht. Unsere erste Pflicht gilt jetzt den Überlebenden. Ich suche den Kampf nicht und ich schlage vor, dass wir ihn vermeiden, wo wir nur können. Sie kannte Käpt'n Yin nicht besonders gut. Die beiden einigermaßen unbeschädigten Schiffe hatten sich auf der Flucht gefunden und dann hat es aufgrund der Schäden an der Funkanlage auch nur wenige Möglichkeiten zum Austausch gegeben. Jins Akte hatte einwandfrei ausgesehen. Er war kein unberechenbarer Heißsporn, aber auch kein Mann mit außergewöhnlichen Fähigkeiten, was erklärte, warum er in seinem Alter, er war zwei Jahre älter als Ark, immer noch ein relativ kleines Schiff kommandierte. Aber es hätte sie bestimmt schlimmer treffen können. Yin machte seinem Ruf Ehre, indem er Argsvorschlag klaglos zur Kenntnis nahm. Er würde kämpfen, wenn es nötig war, aber nicht auf eigene Faust und nicht gegen ihren Befehl. Für die Kommandantin der Proxima war diese Erkenntnis sehr beruhigend. Sie holen uns an, also wird der Kampf möglicherweise unausweichlich sein, gab Yin dann noch zu bedenken. Lassen Sie uns präzise sein. Sie holen die Proxima ein. Sie hingegen Ihre Spule ist doch in Ordnung, oder? Sie schnurrt wie ein Kätzchen, aber ich werde sie nicht allein lassen. Sie können das nicht im Ernst vorschlagen, Käpt'n. Zu zweit haben wir größere Chancen, bei allem, was wir angehen. Arr knackte den Kopf. Ich fühle mich durch diese Einstellung geehrt. Mein erster Reflex ist, dass sie sich retten und wir sehen, wie wir zurechtkommen. mit der Zunge und das damit ausgedrückte Gefühl kam so deutlich rüber, dass Arr keine Videoübertragung benötigte. Wir haben noch einige Systeme vor uns, ehe Weweger erreichen. Ich würde mich auf der Reise gerne an ihre starke Schulter lehnen, Käpt'n Arr den ganzen Flug alleine mit meiner kleinen Corvette zu absolvieren, macht mir etwas Angst. Arr lächelte. Jemand in der Zentrale lachte leise. Yin wirkte absolut nicht ängstlich, als er das sagte, und so richtig nahm ihm weder Arr noch sonst jemand hier diese Attitüde ab. Andererseits signalisierte er ihr damit deutlich, dass er sich mit Händen und Füßen gegen einen Befehl wehren würde, auf eigene Faust das Heil in der Flucht zu suchen. Wenn sie darauf bestand, steuerte sie auf einen Konflikt zu. War das die Sache wert? Das war ihr sehr sympathisch. Es war beruhigend. Demnach stimmte sie dieser Haltung fast gegen ihren Willen zu. Arck wollte nicht allein sein, das steckte dahinter. Es war eine zutiefst menschliche Regung, die sie gar nicht richtig zulassen wollte, deren Macht sie aber anerkennen musste. Sie war kein Roboter und Ian wollte nicht gehen. Also würde er bleiben. Gut, Käpt'n, wir sollten einen taktischen Plan ausarbeiten, verkündete Arck und signalisierte ihrem Gesprächspartner damit, dass das Thema für sie erledigt war. Jens Stimme klang hocherfreut, als er erwiderte, ich stehe jederzeit zur Verfügung. Darf ich vorschlagen, dass wir mit einem erneuten Vergleich der noch funktionsfähigen Waffensysteme und der Vorräte an Kampfmitteln beginnen? Es wäre eine ideale Gesprächsgrundlage. Arck rief die entsprechenden Listen auf. Sie enthielten viel mehr Rot als vor der Auseinandersetzung, die sie gerade für sich entschieden hatten. Zu wenig Grün für eine große Schlacht. Sie hatten viel zu besprechen. Ein Team aus Marines steht bereit, sagte die gesichtslose Stimme, und das war exakt das, was Bonet hören wollte. Die Ankündigung erfüllte ihn mit einer plötzlichen Freude, einer Erwartungshaltung, von der er nicht geahnt hatte, dass sie tief in ihm schlummerte. Das Leben an Bord dieses alten Zerstörers, mitten unter Feinden, musste ihn psychisch mehr beansprucht haben, als er sich selbst gegenüber hatte zugeben wollen. Aber jetzt näherte es sich dem Ende. Doch mit der Erleichterung kam auch die Angst. Er beugte sich über den Kommunikator, als könnte er durch seinen Körper das Risiko einer Abhörung vermeiden. Es sind gute Männer, ja? Obwohl sich der Admiral sehr bemühte, seine Befürchtung nicht in Stimme und Tonfall kriechen zu lassen, wurde ihm bewusst, dass die Frage allein schon seinen aktuellen Gemütszustand entlarvte. Er biss sich auf die Lippe. Man erwartete von ihm Souveränität sowie die Bereitschaft, für die gemeinsame Sache auch erhebliche Risiken einzugehen. Alles, was er sagte oder tat, wurde aufmerksam registriert. Es war wichtig, das bestmögliche Bild abzugeben, denn davon hing nicht zuletzt seine Karriere nach der Befreiung ab, und Bonet hatte noch einiges vor. Sie sind die Besten, kam die Antwort, und Bonet entging der ganz sanfte Spott nicht. Das war nicht gut angekommen. Er musste besser aufpassen. Er rang mit sich. Wie ist der genaue Ablauf? fragte er also mit etwas mehr Härte in der Stimme. Sobald die Schiffe in Reichweite sind, beginnen sie mit dem gezierten Beschuss. Wir versuchen, die Triebwerke der Proxima außer Gefecht zu setzen, ohne den Reaktor zu treffen. Das wird nicht einfach, aber wir werden ausschließlich hochpräzise Raketen einsetzen. Ungenau Waffen könnten unbeabsichtigte Verwüstungen anrichten. Sie bleiben exakt dort, wo sie jetzt sind. Haben sie eine andere Gefecht Station? Bisher wurde mir keine zugewiesen, und ich werde mich auch nicht darum reißen. Demnach bleibe ich also hier in meiner Kabine und halte mich bereit. Mein Adjutant Miller muss irgendwo Notdienst leisten. Ist er wichtig? Nein, er kann eliminiert werden, er ist loyal, aber ein Dummkopf. Gut, wir schicken drei Boote mit Enter-Kommandos los. Völlig egal, ob Ark kapituliert oder nicht. Es sind neueste Einheiten, und zumindest eines sollte es schaffen, die Abschirmungen zu durchbrechen und anzudocken. Die Soldaten schneiden sich durch die Hülle, überwinden den Widerstand und holen sie raus. Bis dahin wird Ark entweder die Waffen strecken oder wir werden den Kreuzer danach vernichten. Diese Frau hat uns lange genug aufgehalten. Wir weinen ihr keine Tränen nach, sobald sie in Sicherheit sind. Mit dieser Einstellung hatte Bonet absolut keine Probleme. Ein wenig bedauerlich wäre es schon, aber es gab noch andere andererseits wäre es nicht dasselbe. Ich möchte Ark wenn möglich inhaftieren, sagte er dann. Sie geht mir furchtbar auf die Nerven, aber ich würde sie gern intensiv verhören. Sie ist nicht wichtig, sagte die Stimme ablehnend. Eine Kommandantin aus der zweiten Reihe, der man nur ein altes Schiff gegeben hat, hat so gut wie keinerlei Bedeutung für uns. Sie dürfen sich nicht von ihren persönlichen Gefühlen leiten lassen, Admiral. Wenn alles gut geht und sie unnötig Ärger macht, wird sie mit ihrem Schiff untergehen. Das sollte doch eigentlich ausreichen, oder? Bonet wusste, dass sein Gegenüber absolut recht hatte. Aber das änderte nichts daran, dass die Vorstellung, Ark in Gefangenschaft und ihm zu Willen zu sehen, ein tiefes Gefühl der Vorfreude in ihm auslöste. Ein Begehren. Bonet lächelte freundlos. Es war ihm immer ein Bedürfnis gewesen, starke Frauen zu brechen, und schon bald würde er in einer Position sein, in der er diese Leidenschaft ausleben konnte, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen. Das dann bei einer Frau zu tun, in deren Hände er sich unfreiwillig hatte begeben müssen, würde eine besondere Befriedigung in ihm auslösen. Rationale Erwägung hin ihn beflügelte. Er hoffte, dass die Ereignisse so verliefen, dass dies arrangiert werden konnte. Sie halten sich zurück, Bonnet. Ich will keine eigenmächtigen Handlungen sehen, die ihre Rettung in Gefahr bringen könnten. Bonnet machte sich keine Illusionen. Es ging natürlich um seine Person, aber noch viel mehr um das Wissen, das er mit sich herum trug und das seine eigentliche Lebensversicherung war. Würde er nicht darüber verfügen, wäre er die Mühe im Grunde nicht wert. Ein bedauerliches Opfer, ein Held der Revolution, Einnahme auf einer Gedenkplatte. Das war nicht ganz das, was Bonnet im Sinn hatte. Ich bin nicht selbstmordgefährdet, aber gewisse Risiken muss man eingehen. Ich musste gerade ein Besatzungsmitglied dieses Schiffes töten, um mich zu schützen. Je länger ich mich an Bord dieses Schiffes aufhalte, desto größer ist die Gefahr, dass man mir auf die Schliche kommt. Daher bin ich sehr daran interessiert, die Proxima zu verlassen, vorzugsweise in einem Stück und lebendig. Gut, da wäre noch etwas, Admiral. Bonnet horchte auf. Immer, wenn jemand so etwas sagte, bekam er einen kleinen Schreck, denn es legte die Möglichkeit eines Kontrollverlusts nahe. Dann war es Kontrollverlust. Er wollte, alles so passierte, wie er es für richtig hielt. In dem Moment, in dem das nicht mehr gewährleistet war, er schob den Gedanken beiseite. Was denn? Sie sind nicht der Einzige unserer Leute an Bord der Proxima. Wir kennen die Identität eines weiteren Doppelagenten, den es auf den Zerstörer verschlagen hat. Er ist nicht ganz so wichtig wie Sie, aber wir würden ihn ungern ohne weiteres opfern, sondern ebenfalls versuchen, ihn von Bord zu holen. Bonet hatte kein Recht, überrascht zu sein, vor allem nicht nach den jüngsten Vorfällen, aber er ärgerte sich. Jemand anderes. Rücksichtnahme auf die Interessen eines Verbündeten, das war redlich und ehrenvoll, aber es lenkte von der einen Person ab, die wirklich Bedeutung hatte. Ihm selbst. Wer ist es? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Warum nicht? In dem Moment, in dem er diese Frage stellte, sah er bereits ein, wie dumm sie gewesen war. Natürlich lag die Antwort auf der Hand. Wen er nicht kannte, den konnte er auch nicht verraten. Er wusste schon, was noch passieren würde. Für ihn war es besser, die Identität seines Kameraden nicht zu kennen. Das war eine vernünftige Vorgehensweise und doch wurmte sie ihn. Er mochte Herrschaftswissen, selbst dann, wenn es potenziell gefährlich für andere war. Kennt er mich? fragte er dann. Nein, er weiß auch nicht, dass er nicht allein an Bord ist. Wir wissen nur, dass er sich in ihrer Reichweite befindet. Wir haben keine Ahnung, wie es ihm geht oder wie wir ihn erreichen können. Sobald die Sache losgeht, werden sie ihn kontaktieren und unterstützen, damit auch er fliehen kann. Wir teilen ihnen seine Identität rechtzeitig mit. Das muss genügen. Das muss genügen. Bonet spürte den Widerwillen in sich aufsteigen. Was bildete sich dieser Typ eigentlich ein? Sprach man so mit einer wichtigen Persönlichkeit wie ihm? Immer wieder musste er bei diesen Gesprächen seinen Zorn niederringen. Wenn das alles vorbei war, würde er seinen Gesprächspartner aufsuchen und ihm klarmachen, was er von seinem Benehmen hielt. Vielleicht ergab sich die Möglichkeit, ihm noch richtig einen einzuschenken, ihm einen Denkzettel zu verpassen. Bonet hoffte darauf. Er vergaß keine Demütigung, nicht einmal die kleinste. Das hatte bisher jeder gemerkt, der es mit ihm zu tun gehabt hatte. Gut, erwiderte er, ohne es so zu meinen. Ich sitze hier und warte auf Ihr Signal. Es knackte in der Leitung, als die Verbindung von der anderen Seite beendet wurde. Bonet schloss die Augen. Sitzen und warten. Dagegen hatte er nichts, wenn damit gleichzeitig eine machtvolle Präsenz im Hintergrund verbunden war, ein Respekt, den man ihm ob seiner bloßen Existenz erwies. Aber hier war er hilflos. Ein Ohne jeden Einfluss. Wie er das hasste. In diesem Moment fand er es sehr schade, dass er Horvath bereits umgebracht hatte. Dies wäre ein sehr schöner Anlass gewesen, um jemandem zu zeigen, über welche Macht er tatsächlich verfügte. Das hätte ihm gut getan. Bonet beschloss, seinen Adjutanten zu schikanieren. Das war nicht ganz so gut, aber besser als nichts. Und wenn alles klappte, war er ja auch bald tot. Das war ein Gedanke, der ihm beinahe wieder Freude bereitete. Miller! Hector sah sehr friedlich aus. Er hatte die Augen geschlossen und atmete flach. Für einen Moment wollte Marcus Margie am Arm packen und sie von dem Verletzten vorziehen. Doch ein Blick in ihr Gesicht genügte, um herauszufinden, dass das zu nichts führen würde. Sie war fest entschlossen, entweder ihre patriotische Pflicht zu erfüllen oder einen Kameraden vor einer falschen Anschuldigung zu schützen. Vielleicht wollte sie aber auch nur mal etwas anderes machen, als in Kabelschächten verschmorte Leitungen auszutauschen. Sie standen in der überfüllten Krankenstation und wurden ignoriert. Die medizinischen Kräfte hatten entweder alle Hände voll zu tun oder waren zu erschöpft, um noch irgendetwas zu merken. Ein Krankenpfleger, auf dessen Namensschild nur Dennis stand, hatte sie kurz gemustert und sich dann um andere Dinge gekümmert. Die schlimmsten Fälle waren alle versorgt. Es gab sich ja kaum noch dringende Operationen. Jetzt ging es vor allem darum, alle einigermaßen am Leben zu erhalten, bis die Proxima an einer leistungsfähigen Station andocken und die Verletzten ausladen konnte. Das war immer noch mehr als genug Arbeit. Trotzdem war es nun möglich, so manches der Automatik der medizinischen Anlagen zu überlassen und das eigene Personal wieder etwas zu schonen, damit es sich ausruhen konnte. Besucher wurden nicht nur geduldet, sondern sogar eingeladen. Wer immer denjenigen, die es übel erwischt hatte, seelischen Beistand leisten wollte, war willkommen und stellte im Regelfall eine Entlastung für die Pfleger und Ärzte dar. Als Margie erzählt hatte, dass sie nach einem alten Freund sehen wollten und Marcus auf Hector gezeigt hatte, waren sie schlicht durchgewunken und danach ignoriert worden. Der Mann lag auf einem der wertvollen echten Krankenbetten, nicht auf einer der Pritschen in den Räumen, die man zu Notlazaretten umgebaut hatte. Das wies immerhin darauf hin, dass seine Verletzungen zu einem bestimmten Zeitpunkt als ernst eingestuft worden waren. Hector schlief. Er sah so gar nicht wie ein Verräter aus. Beide Arme waren in dicke Gelverbände eingepackt, die seine Gliedmaßen fast völlig unbeweglich machten. Die Behandlung entsprach der Verletzung. Schlimme Verbrennungen. Möglicherweise spürte er unbewusst die Anwesenheit seiner Besucher, denn er öffnete flatternd die Augen. Zuerst sah er Margie an, die er nicht kannte, und dann Markus, den er zumindest schon mal gesehen hatte. Er verzog das Gesicht zu einem matten, aber keinesfalls angestrengten Lächeln. Murmelte er mühsam. Sprechen war etwas anderes. Was gibt es? Wir machen einen Krankenbesuch, sagte Margie lächelnd. Wie geht es dir? Hector sah Margie verwirrt an. Nicht, dass ihr Anblick nicht angenehm gewesen wäre, aber erkannte sie ja nicht. Soweit gut. Wer? Wir haben etwas gefunden, Hector, und würden gerne deine fachliche Meinung dazu einholen, fuhr Margie unbeirrbar fort, und trotz aller Freundlichkeit in Tonfall und Stimme spürte Markus darunter das Eis kalter Verachtung. Er berührte sie ganz sanft am Unterarm. Es war eine Warnung, auf die sie nicht sichtbar reagierte. Sie war jetzt zweifellos ein wenig in Farb. So was konnte leicht aus dem Ruder laufen. Ihr von ... echote Hector. Er tat sehr ratlos. Doch der Mann richtete mühsam den Oberkörper auf und kniff plötzlich die Augen zu, so als könne er seine Besucher nicht genau erkennen. Auf Markus machte er keinen schuldbewussten Eindruck, aber dennoch. Da war etwas. Margie spürte es offenbar auch. Sie warf ihrem Kollegen einen schnellen Blick zu, in dem ein Hauch des Triumphs lag. Hoffentlich wurde sie jetzt nicht übermütig. In einem Kabelschacht. Etwas ganz Kleines. Das gehörte da absolut nicht hin? Margie hob ihr Pad. Ich habe mal im Dienstplan nachgeschaut. Sieht so aus, als Streckt deine Hand aus. Für jemanden, der solche Verbände trug, schien er bemerkenswert kraftvoll und beweglich zu sein. Er nahm das Pad in Empfang, schaute kurz darauf und grinste. Keine Ahnung, was ihr von mir wollt, murmelte er. Im Zweifelsfall habt ihr euch da in was verrannt, fügte er hinzu und gab Margie ihr Gerät zurück. Jetzt wirkte er plötzlich wieder sehr entspannt. Ein wenig verärgert vielleicht, aber das war angesichts der Umstände ja auch nachvollziehbar. Auf jeden Fall schien er nicht alarmiert zu sein. Schaut mal auf den Zeitstempel. Da hatte ich mich gerade eingeloggt und das erste Fluchtmanöver begann. Kurz darauf erwischte es mich an beiden Armen. Seitdem liege ich hier. Keine Ahnung, was ihr Spinner da gesehen habt, oder euch einbildet, aber ich habe damit nichts zu tun. Seid ihr jetzt unter die Detektive gegangen, oder was? Er sah Markus an. Läuft da zwischen euch beiden was? Ich, begann dieser, das würde ich auch gerne wissen. Sie drehten sich um, und beide wussten genau, wessen Stimme sich in ihr Gespräch eingemischt hatte. Varas ohnehin nicht besonders angenehmes Gesicht sah jetzt noch hässlicher aus. Und Markus fand, dass ihm nur mühsam unterdrückter Zorn wirklich eine besonders furchterregende Note verlieh. Der Marineoffizier starrte Margie und ihn an, als wollte er sie auf der Stelle verhaften. Tatsächlich rechnete Markus für einen Moment damit, dass genau das passieren würde. Stattdessen packte Vara sie mit jeweils einer Hand an den Armen. Sein Griff war eisern und durchaus schmerzhaft. Er zog sie von Hektors Krankenbett fort und näher an sich heran. Das sorgte dafür, dass seine ohnehin kraftvolle Präsenz noch schwerer zu ertragen war. Markus spürte, wie ihm das Herz in die Hose rutschte. Es gab Leute, mit denen legte man sich einfach nicht an. Und Vara fiel definitiv in diese Kategorie. »Haben sie diese beiden Irren geschickt, Sir?« fragte Hector. Die Schadenfreude in seiner Haltung war unverkennbar. »Niemand hat diese beiden Irren geschickt,« erwiderte Vara und betonte dabei Irren so eindeutig, dass die Nachricht unmissverständlich ankam. »Sie belästigen mich,« sagte Hector und fügte hinzu. »Ich bin verletzt.« »Dann wünsche ich Ihnen gute Besserung. Ich kümmere mich um die beiden.« Und ohne seinen festen Griff an ihren Armen zu lösen, zog Vara seine Gefangenen aus der Krankenstation. Auf dem Gang angekommen ließ er sie los. Und obwohl es gar nicht so sehr schmerzte, rieb sich Marcus aus Reflex die vom Griff befreite Stelle. Er wappnete sich. Was nun folgen würde, war klar. Vara hatte sich gut unter Kontrolle. Das machte ihn noch viel beängstigender, als wenn er sie laut schreiend zur Sau gemacht hätte. Marcus fühlte sich rechtschaffen eingeschüchtert. Sie sind Idioten. Mein Ziel war es, den Mann zu beobachten und herauszufinden, ob er allein agiert oder nicht. Das haben sie beide verdorben. Vara sagte es in einem rüden Tonfall, in dem jedoch eine Eiseskälte lag, die von unterdrücktem Zorn zeugte. Der Mann wirkte wie eine Sprungfeder, die gerade noch davon abgehalten wurde, die in ihr gespeicherte Kraft zu entfalten. Markus wollte ihr nicht im Weg sein, wenn sie losging. Es tut, begann er kläglich, doch der Offizier wollte es nicht hören. Sie sind loyal, sagte Vara unvermittelt. Er sah sie beide für einen Moment nachdenklich an. Ich bin dankbar für Loyalität, auch wenn sie in diesem Fall nicht geholfen hat. Sind sie bereit, ihre Dummheit wieder gut zu machen? Margie und Marcus nickten im Gleichklang, letzterer mit ein wenig mehr Enthusiasmus. Halten sie die Augen auf. Wenn einer darüber redet, zu kapitulieren oder eine Meuterei anzuzetteln, will ich das wissen. Nein, sagen sie nichts. Sie sollen keine Spitzel sein, die mir jeden unwichtigen Blödsinn erzählen. Dafür habe ich keine Zeit. Sie sind alle mal schlecht drauf. Ich meine ernsthafte Gespräche. Von Leuten, die entschlossen scheinen. Leute, deren Loyalität wirklich in Zweifel zu ziehen ist. Ich überlasse die Bewertung ihnen. Sie melden sich. Ich suche sie nicht auf. Niemand wird uns in Verbindung bringen. Bader zeigt auf den Eingang der Krankenstation. In der Mannschaft gibt es Sympathisanten der Kolonialen. Und ganz sicher befinden sich auch welche unter den Schiffbrüchigen, die wir aufgenommen haben. Was glauben Sie, wie der groß angelegte Verrat, der zur Niederlage der Republik führte, sonst hätte organisiert werden können? Seien Sie aufmerksam. Aber lassen Sie Hector in Frieden. Sie tun nichts. Sie berichten mir nur, wenn Ihnen etwas auffällt. Ist das klar? Bader sah sie abwartend an. Markus war nicht ganz wohl bei der Sache. Er war loyal, daran bestand kein Zweifel. Aber die eigenen Schiffskameraden bespitzeln? Egal, wie Vardas rechtfertigte, es führte sich falsch an. Aber in diesen Zeiten führte sich irgendwie alles falsch an. Mit etwas Glück würde er niemandem begegnen, der ihm verdächtig vorkam. Und selbst wenn, war es seine Entscheidung, ob er eine Meldung machte oder nicht. Vardas hatte ihm die Wahl gelassen und ihm gleichzeitig eine moralische Bürde auferlegt. Markus wusste noch nicht, wie er damit umgehen sollte. Aber er wusste, dass er kaum eine andere Möglichkeit hatte. Weigerte er sich, stand er irgendwie selbst unter Verdacht. Das wollte er auf jeden Fall vermeiden. Verstanden, sagte er. Margie nickte. Entweder war sie tatsächlich einsichtig oder sie tat einfach nur so, um wahrer loszuwerden. Markus konnte beides nachvollziehen. Der Offizier sah sie beide noch einmal durchdringend an, was sicher ausreichend war. War es die Kombination aus auserlesener Hässlichkeit und natürlicher Autorität, die ihn so einschüchternd machte? Oder die schlichte Tatsache, dass er jeden von ihnen mit einer Hand zerdrücken könnte, falls ihm der Sinn danach stand? Unsere Pause ist vorbei, stellte Markus dumpf fest, als sich Wader umgedreht hatte und verschwand. Wir sollten wieder die Arbeit machen, für die wir bezahlt werden. Margie sah ihn an und lächelte, als ob sie das alles nicht weiter beeindruckt hätte. Dann hob sie eine Hand. Darin lag eine ID-Karte, wie sie jeder an Bord trug. Damit kommen wir an seinen Spind, sagte sie abenteuerlustig. Markus starrte sie mit großen Augen an. Margie hatte nicht aufgegeben, ganz und gar nicht, im Gegenteil. Sie hatte sogar die Karte vom Beistelltisch neben Hektors Krankenbett geklaut. Alle Maßregelungen und Warnungen waren an ihr vorbeigegangen. Es war kaum zu glauben. Warum? begann Markus. Doch Margie legte ihm mit einer sanften Geste einen Finger auf die Lippen. Offiziere sind meistens Idioten, flüsterte sie. Hector ist einer von uns. Wir erledigen das, Markus. Wir alle verteidigen die Republik auf unsere Weise. Bist du dabei? Markus Hamilton sah tief in Margies Augen und entdeckte darin mehr als nur ein Versprechen einer loyalen Tat. Er entdeckte ein Versprechen, das ihn selbst betraf. Ein sehr verheißungsvolles. Natürlich stimmte er zu. Was blieb ihm auch anders übrig? Wir wären dann soweit. Sind wir doch. Oder, Thompson? Captain Sadia Ark hatte zwei Gesichter auf dem Schirm vor sich und sah vor allem das des Chef Ingenieurs der Proxima zwingend an. Dabei ignorierte sie die dunklen Ringe unter seinen Augen ebenso wie die eingefallenen Wangen. Dass sich der Mann bis an die absolute Grenze seiner Leistungsfähigkeit getrieben hatte und kurz davor stand, diese endgültig zu überschreiten, war unbestritten. Ark empfand Mitleid für jedes Besatzungsmitglied, dem sie eine solch außergewöhnliche Kraftanstrengung befohlen hatte. Möglicherweise würde sie eines Tages dafür bezahlen, auch für den Raubbau, den sie an den eigenen Kräften betrieb. Doch über diese Konsequenzen konnte sie nachdenken, wenn das Schiff sicher durch den Hyperraum glitt und den Rückweg angetreten hatte. Und genau darum ging es. Captain, nach meinem fachlichen Urteil ist Überspule einsatzbereit. Ich habe sie ja nicht getestet. Die Stimme des Ingenieurs klang schwach. Er leilte ganz leicht, umschiffte Konsonanten und verschluckte Wortenden. Dafür ist keine Zeit. Thompson verzog das Gesicht, aber selbst das schien ihm Mühe zu bereiten. Noch einmal für das Logbuch. Ich habe sie nicht getestet. Ich kann als Ingenieur keine Garantie dafür übernehmen, dass nicht doch noch etwas schief geht. Die Spule war ernsthaft beschädigt. Und ich sehe Ihnen an, dass Sie sie ernsthaft repariert haben. Damit möchte ich das Thema nicht weiter vertiefen. Kann ich Energie auf die Spule leiten? Ja, sagte Thompson in ergebenem Tonfall. Er hätte wohl lieber etwas anderes gesagt, aber er schien zu wissen, wann er mit seinen Argumenten am Ende war. Die letzte Abwägung blieb bei Ark. Dafür war sie die Kommandantin. Käpt'n Yin, das zweite Gesicht auf dem Bildschirm, lächelte und nickte. Ihm war anzusehen, dass er ebenfalls des Wartens müde war. Er salutierte und der Schirm erlausch. Er würde sich an Arks Manöver Befehle halten. Auch Thonsons Darstellung verblasste. Ark schaute hoch und begegnete Simeons erwartungsvollen Blick. Die anderen Spezialisten, die die verschiedenen Stationen in der Zentrale besetzten, sahen sie mit ähnlichen Minen an. Ungeduldige Spannung hatte sie alle ergriffen. Ark überlegte für einen Moment, ob jetzt eine aufmunternde Ansprache Moral heben würde. Aber sie suchte in ihrem Inneren vergeblich nach den passenden Worten. Außerdem befand sie sich an Bord eines Militärschiffes und viele hier bevorzugten knappe und klare Anweisungen. Lange Reden hielten nur auf. Status der Verfolger? Die Verfolger sind seit zehn Minuten in der äußersten Reichweite für lenkbare Geschosse, meldete Simeon, der ganz offensichtlich auf die Frage vorbereitet war. Arck runzelte die Stirn. Als vor zehn Minuten die erste Meldung gekommen war, hatte sie erwartet, dass die Schiffe der Aufständischen aus allen Werfern feuern würden, aber es war absolut nichts passiert. Sie sind aber schussbereit? Soweit wir das feststellen können, ja. Was geht da vor sich? Das war eine wichtige Frage, auf die es unter taktischen Gesichtspunkten eine Antwort gab, die ihr nicht spürte Varas Anwesenheit neben sich. Er nahm den Platz des zweiten Offiziers ein und hatte sich bisher nicht zu der Situation geäußert. Er beugte sich vor und flüsterte »Ich ahne es.« Was? Auf dieser Entfernung sind normale lenkbare Raketen sehr schwer zu steuern. Sie können uns erreichen, aber wo sie uns treffen werden, ist unwägbar, da die Treibstoffvorräte für Kursmanöver begrenzt sind. Sie warten, bis sie Treibstoff sparen können und eine exakte Steuerung über kürzere Entfernung möglich ist. Sie wollen uns nicht in Trümmer schießen. Sie sind auf etwas ganz Bestimmtes aus. Ack nickte. Bader hatte ihre eigenen Schlussfolgerungen in Worte gefasst, und es war beruhigend, dass außer ihr noch jemand zu diesem besorgniserregenden Ergebnis gekommen war. Hüpperspule aufladen, befahl sie ein klein wenig heiser. Ihr entging nicht, dass der Spezialist, der das Schiff derzeit mithilfe der KI steuerte, kaum merklich zögerte, ehe er den entsprechenden Regler ganz sanft nach vorne schob. Ack Savara an. Aber auf was sind sie aus? Wollen sie uns gefangen nehmen? Weswegen? Die haben doch schon einen Haufen Kriegsgefangene, die ihnen die Vorräte wegessen. Wenn wir kapitulieren, werden sie uns aufbringen, ganz ohne Zweifel. Aber warum sollten sie es darauf anlegen? Vada kam nicht zu einer Antwort. Denn jetzt handelte der Gegenstand ihrer Besprechung plötzlich. Achtung, Feind feuert, Raketenfächer, Ziel, TRS Proxima. Simeons angespannte Stimme lenkte ihre aller Aufmerksamkeit auf die zentrale taktische Darstellung im Kartentank. Die holographische Projektion ließ dutzende rote Punkte aufleuchten, die von den Verfolgern ausgehend Kurs auf die beiden fliehenden Schiffe nahmen. Es erklangen keine Sirenen. Es herrschte ohnehin Gefechtsalarm. Ich will eine Klassifizierung, verlangte Acht. Mark 9a, kam die prompte Antwort des Spezialisten an den Ortungsgeräten. Acht schwieg. 9a. Das waren hochgezüchtete Raketen besonderer Bauart, entwickelt für Präzisionswerfer und mit einem verkleinerten Explosionsradius. So albern es im Weltall klang, es waren die Raketen, deren Einsatz einem chirurgischen Angriff am nächsten kam. Davon hatte kein Schiff besonders viele, und sie waren da steckt mehr dahinter. Aber ich nehme jedes Geschenk an. Alle Abwehrsysteme auf die 9a's richten. Ich will, dass jeder einzelne aus dem All gepflückt wird. Wie viele sind auf die Achat gerichtet? Nach aktueller Zielextrapolation gar keine, sagte Simeon mit leichtem Unglauben in der Stimme. Nicht einer. Ah, machte Vara, und man konnte förmlich hören, wie sich die Rädchen in seinem Kopf treten. Captain, ich glaube, wir werden gleich noch etwas anderes sehen, in einer Entfernung von 2000 Klicks, falls sie so nah herankommen. A. warf einen schnellen Blick auf die Kursplane, auf denen die KI allerlei Variationen der aktuellen Gefechtslage in Echtzeit ablaufen ließ. Das werden sie. Was erwarten sie, Vara? Enterbote. Wieso? Wozu das in Teufels Namen? Sie wollen sicherstellen, dass sie das bekommen, worauf sie aus sind. Nein, sagte Ark erneut und führte den Gedankengang zu seinem logischen Ende. Nicht das. Den. Sie wechselte einen Blick mit Vara, der ihr nur noch zunickte. Das war eine neue, potenziell wichtige Erkenntnis. Jemand war an Bord. Jemand, der wichtig war. Jemand, für den die Kolonialen einiges zu riskieren bereit waren. Sogar, dass sich die Proxima noch aus dem Staub machen konnte. Das war unerwartet. Status der Hyperspule? Läd auf, Ma'am. Die Aufleidegeschwindigkeit liegt unterhalb der gültigen Parameter. Hat Thompson da seine Finger im Spiel? fragte sie mit ärgerlichem Unterton. Dem übervorsichtigen Ingenieur war zuzutrauen, dass er die Aufleidegeschwindigkeit drosselte, um seinem Sicherheitsbedürfnis zu entsprechen. Negativ, meldete Simeon. Es ist die Spule. Es liegt an den reparierten Schäden. Der Ladevorgang fluktuiert. Wenn wir höher schalten, könnte es zu einer Überladung kommen. Das wäre fatal, vervollständigte schmerzdüster. Sie fixierte die leuchtendroten Punkte der harraneilenden Raketen ebenso wie die der Verfolgerschiffe. Bei beiden reduzierte sich der Abstand zu den Gejagten beständig. Abwehrmaßnahmen in zehn Sekunden, meldete die Spezialistin an der Waffenkontrolle mit einem sanften Zittern in der Stimme. Ihr Name war Tarkov, wenn Ark sich richtig erinnerte. Wenn das alles hier vorbei war, musste sie unbedingt ihre neue Brückenbesatzung kennenlernen. Sobald würde sie keinen Ersatz bekommen. E-Düppel sind ausgeworfen, meldete Simeon. Bei dieser Art von Raketen halfen die Täuschkörper und in der Tat zerplatzten einige der roten Punkte in den farblich grün angedeuteten Düppelfeldern. Es war ein sehr zufriedenstellendes Bild. Captain, siebzehn Raketen sind durchgebrochen. Aktiviere Lasercluster! Ark krallte die Finger unwillkürlich in die Polster ihrer Armlehnen. Ein Knistern ging durch das Schiff, als die Lasercluster spontan ihre Energie entluden, um in einem Gewitter aus Laserstrahlen anfliegende Raketen zu eliminieren. Die Generatoren summten lauter, während sie die Akkumulatoren neu aufluden, und Ark sah, wie kleine rote Punkte auf dem Kartentank kurz aufleuchteten, um dann zu verschwinden. Die Cluster waren effektiv. Doch sie hatten ebenfalls nicht alle Raketen erwischt. Drei der hochentwickelten und mit eigenen Schutzmechanismen ausgerüsteten Geschosse flogen mit großer Beharrlichkeit weiter auf ihr Ziel zu. Ich, begann Ark, Achtung, Feind feiert, Raketenfächer, Ziel, TRS Proxima, Mark 9a. Noch mehr? fragte Ark ungläubig. So viele hat man doch normalerweise gar nicht an Bord. Die großen Spezialraketen nahmen mehr Platz in den Magazinen ein, als ihre weniger genauen Schwestern. Hier hatte jemand rechtzeitig dafür gesorgt, über Tender mit einer anderen Bestückung versorgt zu werden. Oder die Schiffe waren darauf vorbereitet worden, für einen speziellen Notfall gerüstet zu sein. Das wurde immer seltsamer. Aber damit wies alles darauf hin, dass ihre Vermutung der Wahrheit entsprach. Auf der Proxima befand sich etwas sehr Wertvolles. Arg war sich recht sicher, dass sie es nicht war. Ladestatus der Cluster? Bereit in 20 Sekunden. Kontakt mit zweiter Welle? Kontakt in 30 Sekunden. Rest der ersten Welle? Kontakt in 5, in 4. Simeon verstummte. Arg schob die Regler auf ihrem Pult nach vorn und verstärkte das Schutzfeld in der vorausberechneten Trefferzone am Heck. Das Triebwerk. Der Feind wollte ihr die Beine wegschießen. Aber dafür reichten die verbliebenen Geschosse des ersten Raketenfächers nicht aus. Cluster hin oder her, das Schutzfeld würde halten. Es musste einfach. Die Spule presste sie hervor. Doch ehe Simeon Meldung machen konnte, schüttelte sich der Kreuzer und Alarmsirenen plärten los. Etwas klirrte, als es zu Boden fiel oder zersprang. Die plötzliche Vibration sorgte dafür, dass Args Zähne aufeinander schlugen. Sie schmeckte Blut, aber es war nur ein Hauch, keine ernsthafte Verletzung. Sie blinzelte, suchte nach Schadensmeldungen und fand überwiegend grüne Anzeigen auf ihren Kontrollen. Die alte Lady hatte sich gut geschlagen. Die Kreuzer war voll manövrierfähig. Die Spule, wiederholte sie. Spule lädt, Simeon zögerte. Noch etwa vierzig Prozent. Ich will hier weg, verdammt, stieß sie aus, bereute die spontane Äußerung sofort. Sie musste Ruhe bewahren und eine Aura der Souveränität um sich weben. Das erwartete man von ihr. Sie riss sich zusammen. Fürs Heulen und Zähne klappern war später nach Zeit. Das konnte sie in einer ruhigen Ecke erledigen, wenn sich eine fand. Mit einem guten Schluck, von dem sie ganz genau wusste, wo er zu finden war. Die Sekunden zogen sich hin. Ark fixierte den Countdown mit wachsender Sorgen. Die Cluster luden rechtzeitig auf, das war gut. Doch sie so schnell wieder abzufeuern, führte erwartungsgemäß zu ausfällen. Eine dritte Salve konnte sich dann als absolut verheerend auswirken. »Captain Ark, ich nehme Position Delta an«, hörte sie Captain Jins Stimme. Sie hatte ihm volle Handlungsfreiheit gelassen. Er traf diese Entscheidung nun auf eigene Verantwortung. Die Corvette war ein kleines Schiff, eine Unterstützungseinheit und exakt diese Rolle führte sie jetzt aus. Sie unterstützte. Das weitgehend unbeschädigte Schiff schob sich in den Anflugvektor des Raketenfächers. Seine eigenen Abwehrkapazitäten würden sich mit denen der Proxima verbinden. Das war keine Garantie für einen Erfolg, reichte aber vielleicht aus, um den entscheidenden Unterschied zu machen. Falls es noch zu einer dritten »Achtung, Feind Feuert, Raketenfächer, Ziel TS Proxima, Mark 9a«, Bader fluchte. Nun war exakt das eingetreten, was sie befürchtet hatten, und die Achat war einem solchen Angriff hilflos ausgeliefert. Das Schiff war zu klein, um ihn zu überstehen. »Yin, ich möchte … Achtung, Feind setzt Boote aus, drei Enterfären, Typ Rogue One«. Vara fluchte erneut. Ihm gefiel es offenbar auch nicht, immer recht zu behalten. Der vierschrötige Mann erhob sich. »Wie viele sind es, Vara?« fragte Ark. »Hundertfünfzig Mann bei voller Besetzung«, erwiderte dieser. »Das sind recht viele. Können wir …« »Bitte um Erlaubnis meine Soldaten für die Abwehr eines Enterversuchs vorzubereiten.« »Nicht nur Ihre Vara. Alle, die eine Waffe tragen können. Ich erteile Ihnen volle Autorität.« Der Marineoffizier nickte und wandte sich ab. Endlich gab es mal eine Verantwortung, die sie sinnvoll delegieren konnte. »Kluster aktiviert! Entladung!« Wieder ertönte das subtile Knistern, bei dem sich Ark immer die Haare auf den Armen aufstellten. Sie schaute auf die taktische Darstellung und rote Punkte verblassten, einer nach dem anderen. Erneut blieben welche übrig, aber weniger als beim ersten Mal. Die Achat hatte mitgemacht und erfolgreich zu ihren Verteidigungsmaßnahmen beigetragen. Die Corvette war offensichtlich unbeschädigt und eine tiefe Erleichterung ergriff für einen Moment von Ark Besitz. Die Achat zu verlieren wäre in ihrer Situation … Aber ein paar Raketen waren noch übrig und sie kamen schnell näher. Sie hatte die Schirme auf Maximum gestellt. Sie konnte nur zuschauen. Wie sie das hasste. Die Spule, sagte sie drängend. Sie musste es hören, bestätigt bekommen, dass es reichte, dass es auf jeden Fall genügen würde. Spule bei 70 Prozent. Bei 80 konnte man sie auslösen, aber es bestand die Gefahr, dass eine ungesättigte Spule danach unbrauchbar wurde. Ark konnte dieses Risiko nicht eingehen. Außerdem würde es Thompson einem Infarkt nahe bringen. Diesmal war sie auf seiner Seite. Sie durfte nicht riskieren, dass die Proxima nach nur einem Sprung für immer gestrandet war. Denn letztendlich wusste keiner so genau, was sie am Ende der Hyper-Etappe erwartete. Es gab sowieso keine Gewissheiten mehr. Die Proxima schüttelte sich, als die überlebenden Raketen den Schirm an der Hecksektion trafen. Abgeleitete Energie flackerte über die Hülle, wurde auf den Schiffskörper verteilt und damit unschädlich gemacht. Der alte Zerstörer hielt Wacker stand, doch die Kompensationsrate der Schirme sank mit jedem Treffer und die Reaktoren liefen immer noch nicht mit voller Effizienz. Thompson hatte sich nicht jeder Baustelle widmen können. Er hatte bereits genug Wunder vollbracht. Der dritte Fächer nähert sich. Cluster laden auf. Simeon zögerte für eine Millisekunde und Ark wusste genau warum. Captain, das wird nicht reichen. Der Angriff erfolgt zu schnell und zu massiv. Die Cluster werden nicht bereit sein. Ark hatte das erwartet. Sie sah auf die Kontrollen und verglich Bereitschafts- und Ladeanzeigen, die sich schrittweise veränderten. Zeit. Sie hasste Zeit, wenn sie nicht das tat, was sie sich von ihr erhoffte. Den dritten Fächer würden weder die Schirme noch die Triebwerke der Proxima überleben. Und die hellroten Blips der Enterboote näherten sich mit enervierender Gemächlichkeit. Sie warteten ab und waren allzeit bereit, den Feind zu attackieren, wenn er sturmreif geschossen war. Das habt ihr euch wohl so gedacht, was? Ark lächelte grimmig. Das sogar eine Verschwendung wertvoller Munition, aber sie wollte und konnte nicht mehr einfach nur zuschauen. Für den Fall, dass alles zum Teufel ging, wollte sie ihren Feinden einen nachdrücklichen Abschiedsgruß hinterlassen. Ich mache das selbst, sagte sie laut und zu niemand Bestimmtes. Aber als sie sich Zugriff auf die Waffenkontrolle verschaffte, war zumindest der zuständigen Spezialistin klar, was damit gemeint war. Mark 9a. Abwehrmaßnahmen von Enterbooten waren übersichtlich. Wenn Feinde die Spezifikationen ihrer gegnerischen Raumschiff und Waffen recht genau kannten, war das gleichermaßen von Vorteil wie von Nachteil. Das feilte nicht vor Überraschungen. Es half aber ungemein dabei, Schwächen auszunutzen. Drei Raketen, drei Ziele. Aag hat als Waffenoffizierin gedient, ehe sie die Kommandolaufbahn eingeschlagen hatte, und war in dieser Position so gut der Dienst mangels Herausforderungen keine Freude mehr gemacht hatte. Als Kommandantin war sie möglicherweise nicht ganz so qualifiziert, aber sie wuchs hier noch an ihren Aufgaben, auch wenn sich so mancher Wachstumsschub als sehr schmerzhaft herausstellte. Aber Enterboote aus dem All zu pflücken, das verlernte man nicht. Ihre Finger flogen über die Ziellösungen, die ihr die KI anbot. Es handelte sich durchweg um Standardmanöver, die sie alle in endlosen Akademie gelernt hatte. Es waren exakt die Manöver, die jeder kannte und vorhersah. Die Entfernung war nicht mehr allzu groß. Sie hatte genug Spielraum, um ein wenig vom Standard abzuweichen. Ark lächelte grimmig und bekam nur aus dem Augenwinkel mit, wie Simeon sie für einen Moment verwundert ansah. Ganz mit sich und der Welt im Reinen programmierte sie den Tod für 150 Menschen ein und zögerte nicht einen Moment, die Raketen auf die Reise zu schicken. So, sie hatte es getan. Ark lehnte sich zurück und verspürte ein seltsames und seltenes Gefühl der Zufriedenheit. Der Abschiedsgruß. Entweder würden sie jetzt springen oder sie würden auf die eine oder andere Weise drauf gehen. Die Spule verlangte sie laut. Spule bei 98 Prozent. Das musste reichen. Sie zögerte noch einen Moment lang. Der dritte Fächer kam näher. Der Feind musste sich schon freuen und sich innerlich auf den Triumph auf den Preis vorbereiten, den sie an Bord hatte. Drei Raketen, grüne Blips, fegten in die entgegengesetzte Richtung. Sie hielten direkt auf die großen Schiffe zu, die der Proxima hinterher pflügten. Sie waren weit vom Kursvektor der Enterbote entfernt und stellten scheinbar das Ziel dar. Bis zu einer vorgesehenen abrupten Kursänderung. Ark empfand Bedauern. Sie würde nicht mehr wissen, ob ihr Gruß angekommen war, denn vorher war es bereits Zeit für den Abschied. Auslösen! Die Spule entlud ihre Energie, erschuf binnen Mikrosekunden das Hyperfeld und die Masse der Proxima riss das Schiff aus dem Einstein-Kontinuum und zwang es unter massivem Aufwand in die übergeordnete Dimension. Niemand nahm diesen Vorgang bewusst wahr. Menschliche Sinne waren nicht geeignet, um Struktur und Wesen des Hyperraums zu erkennen. Das Begreifen erfolgte allein über Zahlen, Berechnungen und Messungen, sowie durch das Erleben, eben noch hier zu sein, aber dann auf den Schirmen nicht mehr zu erkennen, als die undefinierbaren Schlieren, die Kameras aus dem machten, was sie umgab. Wie immer herrschte für einige Sekunden diese betäubende Stille, als wäre alles in Watte gepackt. Einige fühlten sich, als würde ihr gesamter Körper von innen nach außen gestülpt. Niemand hatte jemals eine Erklärung für dieses Phänomen gefunden, und nicht alle empfanden es gleichermaßen. Arg war jedoch immer davon betroffen gewesen. Sie wehrte sich nicht mehr dagegen. Die Watte und das eklige Gefühl ihres umgestülpten Körpers waren eine Bestätigung dafür, dass der Sprung geglückt war. Sie empfing sie mit offenen Armen, wie einen alten Freund. Es dauerte nicht lange, bis der Effekt vorbei war. Sie öffnete den Mund, brummte etwas und hörte sich selbst. Dann sah sie Simeon an, dem die Erleichterung ins Gesicht geschrieben stand. Status? Wir sind auf dem Weg und in einem Stück. Der dritte Fächer hat es nicht mehr bis zu uns geschafft. Die Achat? Die Sensoren melden, dass die Korvette den Sprung zur gleichen Zeit ausgelöst hat wie wir. Im Hyperraum gab es keine Ortung und keine Kommunikation. Käpt'n Yin würde ihr erst wieder Bericht erstatten können, falls sie ankamen. Nein, korrigierte sich Art, als sie sich auf ihrem Sessel zurücklehnte und die Augen schloß. Nicht falls. Wenn. Denn ankommen würden sie. Der Hypersprung dauerte rund zwölf Stunden. Vier davon schlief Zadija arg tief und traumlos. Danach traf sie sich mit Vara. Da viele die Etappe nutzten, um sich zur Ruhe zu legen, fanden sie tatsächlich einen Raum, in dem sie ungestört waren. Dass es ein halb leer geräumtes Magazin war, in dessen Regalen sich Vorräte und Verbrauchsgüter stapelten, störte keinen von ihnen. Sie hockten sich auf leere Container und legten die Hände auf die Knie, als würden sie auf der Akademie der Rede eines Vorgesetzten lauschen. Angesichts der Verhältnisse war das die bequemste Sitzhaltung. Also? fragte sie ihn. Varda sprach sehr leise, als hätte er trotz ihrer Abgeschiedenheit Angst belauscht zu werden. Sie musste nicht weiter spezifizieren, was sie von ihm wissen wollte. Die kurzen Briefings, die sie von ihm bekommen hatte, genügten, um den richtigen Kontext herzustellen. Der Marineoffizier nickte bedächtig. Ich gehe davon aus, dass jemand an Bord ist. Damit meine ich einen Kollaborateur der Kolonialen, einen Agenten, einen Maulwurf, wie auch immer sie eine solche Person bezeichnen wollen. Einiges weist darauf hin. Wie wäre es mit Verräter? Das scheint mir auf jedem Fall der angemessene Begriff zu sein. Bara lächelte grimmig. Gut. Es gibt deutliche Hinweise, sowohl im Schiff als auch durch das Verhalten unserer Feinde. Und es ist nicht irgendein Agent oder Saboteur. Es ist jemand von Bedeutung. Oder er weiß oder besitzt etwas von Bedeutung. Genau das kann ich noch nicht sagen. Ich möchte auch nicht ausschließen, dass es sich um mehr als nur eine Person handelt. Wir haben nicht über alle der Geretteten ausreichende Daten. Von vielen wissen wir nur, dass sie eine Uniform tragen, von welchem Schiff sie kommen und wie sie heißen. Wir waren ja auch anderweitig beschäftigt und hatten keine Zeit, jeden genau zu befragen. Sie bleiben an der Sache dran. Es war keine Bitte, sondern eine Feststellung, die Varder durch ein zustimmendes Kopfnicken bekräftigte. Ich bin arg zurück und lächelte. Aber das entbindet uns nicht von der Notwendigkeit. Ich werde tun, was ich kann. Es kann sein, dass wir weiterhin abgelenkt werden, fügte arg nun hinzu. Und obwohl sie es eigentlich nicht so hatte ausdrücken wollen, schlich sich düstere Vorahnung in ihrem Tonfall. Ich bemühe mich ja immer um Optimismus, aber wir müssen den Tatsachen ins Auge sehen. Der Schlag, den die Kolonialen gegen uns geführt haben, trifft uns schwerer als nur eine verlorene Schlacht. Wir müssen davon ausgehen, dass sie überall militärische Aktionen begonnen haben. Die Republik hat alles auf eine Karte gesetzt und verloren. Die Aufständischen wären schön dumm, vor allem angesichts des Verrats, wenn sie nicht darauf vorbereitet gewesen wären, nun die Früchte ihrer Bemühungen zu ernten. Vada sah sie forschend an. Was wollen sie damit sagen? Womit genau müssen wir rechnen? Ich meine, dass sich unsere Flucht als schwieriger erweisen könnte als erwartet. Wir haben einige Sprünge vor uns. Ich befürchte, dass wir vor allem am Randgebiet nicht nur auf Gegenliebe stoßen werden. Viele lokale Regierungen merken doch, woher der Wind weht und werden sich so positionieren, dass möglichst jeder Schaden von ihren Leuten abgewendet wird. Ich mache es den Verantwortlichen ja nicht einmal zum Vorwurf. Ich bin mir sicher, dass meine Regenten daheim auf Kalid in diesem Moment im alten Ratssaal zusammensitzen und sich exakt die gleichen Gedanken machen wie wir beide jetzt. Wie halte ich es mit der Republik? Wann ist der richtige, ja, der unausweichliche Zeitpunkt gekommen, um die Seiten zu wechseln? Welcher Weg ermöglicht es mir, zu überleben und mich an neue politische und militärische Bedingungen anzupassen? Und wie passen dann zwei ins Zentrum flüchtende Schiffe der geschlagenen Flotte in dieses Bild? Bada runzelte unwillig die Stirn. Sie machen mehr Angst, Die Moral an Bord unseres Schiffes wird allein von einer Aussicht zusammengehalten. immer zurückkehren und dort freundlich aufgenommen werden. Dass man sich um uns kümmert und wir im besten Fall unsere Familien wiedersehen. Dass die Leute respektieren, wie wir uns geschlagen haben, wie wir überlebt haben. Wenn uns diese Perspektive genommen wird, Captain, wird die Unruhe in der Mannschaft und vor allem unter den Schiffbrüchigen stetig zunehmen. Das wird umso gefährlicher werden, wenn wir bedenken, dass wir ja mindestens einen Agenten der Gegenseite unter uns wissen. Und ich sage ein weiteres Mal ganz bewusst, mindestens. Wer weiß, was noch in den Köpfen unserer Leute schlummert. Er räusperte sich. Dann wiederholte er. Sie machen mir Angst, Captain, und ich rate Ihnen, diese Befürchtungen so lange für sich zu behalten, wie Sie nur können. Ark sah war da an und erkannte tatsächlich nicht das winzigste Anzeichen von Angst in seinem hässlichen Gesicht. Entweder war er aufgrund seines Trainings unfähig, diese Emotion zu zeigen, wenn er sie empfand, oder er wollte nur einer durchaus berechtigten Warnung Nachdruck verleihen. Wie dem auch sein mochte, die Nachricht war angekommen. Dass Sie diesem Dilemma aber langfristig nicht entkamen, war beiden absolut klar. Spätestens, wenn sich herausstellen sollte, dass man sie am Ziel ihrer aktuellen Hyperetappe nicht ganz so herzlich willkommen heißen würde, wie es sich viele gewiss erhofften. Doros konnte ihr Verhängnis sein, eines, das sie nur aufgeschoben hatten, ohne ihm wirklich zu entkommen. Sie schwiegen sich einige Minuten lang an und hingen beide ihren eigenen Gedanken nach. Und sie beide waren nicht glücklich mit dem, was ihnen durch den Kopf ging. Glück war nichts, was sie sich realistischer Weise erhofften, weder jetzt noch für die kommenden Wochen oder gar Monate. Überleben, in einem Stück bleiben und nicht in die Gefangenschaft ihrer erklärten Feinde geraten, das war ihre gemeinsame Hoffnung. Der Weg zurück, so erkannte arg traurig, hatte gerade erst begonnen. Und es würde zweifellos ein steiniger Pfad werden. Das war Sternkreuzer Proxima von Dirk Vandenboom Gelesen von Matthias Lün Eine Produktion von Lübbe Audio 2020 m 2 . 2